Aber die entscheidende Frage ist jetzt, neues Spiel, wen spielen wir? Und ja, wir haben schon ein bisschen das Thema diskutiert am Anfang. Höchste Schwierigkeitsgrad bedeutet, wir haben mehr und schwierige Gegner. Und wir müssen, wenn wir die Goldene Pyramide finden wollen, das ist immer so das Ziel einer Expedition, dann müssen wir wieder zurück, nachdem wir sie gefunden haben, zum Schiff, was ein echtes Problem ist. Tatsächlich, wenn wir die friedliche Strategie gehen, wäre Mary Kingsley die Wahl. Oder wir machen einen auf Großwildjagd und nehmen Seelus. Das würde ich jetzt mal als Entscheidung in den Raum stellen. Ich ahne, dass der Chat für die Action ist, für die Jagd. Okay, der Chat ist ziemlich eindeutig für die Jagd. So, wir starten mit dem Großwildjäger. Wenn das nicht klappt, nehmen wir die Dame. Puh, okay, man munkelt, sie hätten gute Chancen, ihr Konterfeier auf der Statue wiederzufinden. Doch sie gehen nicht alleine. Und wer ist mit uns? Amelia Earhart, Marie Curie, Marcus Garvey und Walt Amundsen. So, wir wählen den sicheren Tod. Er fordert ganz neue Strategien, nur für fortgeschrittene Spieler. So, und jetzt geht es schon los. Die schwarzen Dschungel oder die unangetasteten Trockenländer. Ich glaube, in der ersten Mission ist das noch nicht allzu entscheidend. Die schwarzen Dschungel, Dschungel in Nordafrika. Ich finde, für den Anfang gehen wir mal in die Trockenländer. Das ist jetzt mal eine einsame Entscheidung. So, im frühen Morgengrauen bahnte ich mir meinen Weg zu den Docks. Der Kapitän war noch nicht eingetroffen, also genoss ich die kühle Luft an Deck. Diesen Morgen wurde ich von Bruder Francis angesprochen. Er wollte diese Reise antreten und bestand darauf, dass wir mit ihm ein nahegelegenes Dorf aufsuchten, auf das er die Kunde Gottes verbreiten möge. Ein Missionar begleitet uns. Jo, machen wir natürlich. Ich nahm Dank an, da ich gerne meinen Teil tun würde, um die Kunde Gottes zu verbreiten. Das passt doch. Ein Kämpfer und ein Missionar. Was kann da? Spirituelle Solidarität, kostenlose Missionen übernachten, starker Wille, hat mehr geistige Gesundheit und ist sexist. Voreingenommen gegenüber anderen. Gut, dass wir keine Frauen dabei haben. Wir haben unseren Koch dabei. Der ist auch sexist. Und Chefkoch. Jo. Okay. So, dann haben wir noch den persischen Händler, der bessere Preise beim Handeln bietet. Das ist gut, wegen Tierzähne. Tierzähne sind ja super zum Handeln. Okay, gut. Was man sich nochmal angucken sollte, ist das Thema Gewehr. Ich habe mir heute mal, und das ist jetzt wirklich für mich ungewöhnlich, ich habe mir tatsächlich mal die Kombos ausgedruckt, die wir im Kampf haben können. Und ich gucke mal ganz kurz aufs Jagdgewehr. Da können wir gezielte Schüsse haben. Wir brauchen vor allem Augen. Augen dafür. Wer hat Augen noch mit am Start? Er hat Augen. Er hat keine Augen. Der Missionar hat auch keine Augen. Und er hat auch keine Augen. Das ist schlecht. Wir brauchen Augenwürfel, um das Gewehr richtig gut zu machen. Die blauen Würfel. Oder halt diese Gehirnsachen. Aber das hat auch nur er. Okay, das ist sozusagen schon mal keine gute Kombination. Aber egal, das wird sich vielleicht noch ändern. Gibt es ja noch neue Würfel dazu. So. Dann geht es los. Oh Leute. Ich habe keine Ahnung mehr. Gibt es eigentlich ein... Warte mal. Gibt es ein... Was ich mich gerade frage. Gibt es ein Shortcut? Ein Hotkey? Um die Bewegung abzubrechen. Wisst ihr das? Kann man das mit Leertaste oder so machen? Oder muss ich das mit der Maus machen? Das wird wichtig sein. Dass wir in gefährlichen Situationen unsere Bewegung abbrechen. Leertaste. Okay, also meine Hand muss auf der Leertaste sein. Alles klar. Danke, Fresh Wurstpilz. Alles klar. So. Es war ein verregneter Morgen, als wir endlich das Ufer unseres Expeditionsgebiets erreichten. Ich konnte es kaum erwarten, herauszufinden, welche Abenteuer uns hier erwarten würden. Lagerraum brauchen wir nicht. Wasser brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht. Aber traditionell so aus Aberglauben nehme ich einfach mal Wasser mit. Und wir gucken uns noch mal kurz an. Seil kennen wir. Whisky kennen wir. Zelt kennen wir. Aber man darf es nicht vergessen, wieder einzupacken. Ganz wichtig. Sonst sind wir tot. Schaufel ist auch klar. Wir starten die Expedition. So, Bruder Francis hat die Position des Dorfes, das wir aufsuchen wollten, sollten auf der Karte eingetragen. Sehr schön. Wo ist es denn? Da unten. Okay, jetzt kurz noch mal eingewöhnen. Ja. Alles klar. Leckt das hier etwa? So. Das ist schon mal ganz nett, weil wir hier schon ziemlich viele Felsen vor uns haben und es unklar ist, wie wir zum Dorf kommen. Hm. Gut. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir erst mal hier in die Nähe des Fragezeichens gehen und wir wissen, Reisekosten, die Basiskosten sind viel. Ich weiß nicht, wie es normal ist. Okay. Dann starten wir mal. Wir können auch gleich hier hingehen. Ist vielleicht praktischer. So, toll. Wir haben eine Höhle, aber wir haben keine Fackeln mit dabei, was schlecht ist. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Manchmal findet man auch was anderes. Das weiß ich schon zum Beispiel nicht mehr. Aber man kann, glaube ich, auch rausgehen, wenn es doof ist. Ja, Fackel. Nein. Wir werden kein Risiko in dieser Situation eingehen. Wir verlassen den Ort. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja sauteuer, das Berge erklimmen ohne Bergsteigerausrüstung. Das ist ja schrecklich. Hm. Aber es hilft nichts. Wobei es natürlich sein kann, dass wir unten weitergehen können. Aber wir haben ein Zelt. Ich kann auf meinem Esel reiten. Das ist gut. Ja, stimmt. Der erste gute Hinweis. Wir haben ja noch nichts bei uns. Das ist hervorragend. So, jetzt ist die Frage. Ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal hier hingehen, um zu gucken, ob wir vielleicht hier unten rum können. Na, es reicht, glaube ich. Ah, ne. Ich gehe hier hin. Ah, sehr gut. Gut. Da haben wir schon einen Schrein. Ähm, okay. Also ganz klar ist, diesen Schrein betreten wir jetzt noch nicht, sondern wir müssen ja, das habe ich ja jetzt gelernt, wir müssen zu unserem Schiff zurückkehren. Das wäre aber eine gute Position, um auf dem Rückweg den Schrein zu besuchen und was mit einzusacken. Ja. Ich hatte eine Fähigkeit für die Höhle, aber das ist ein Würfelwurf, der nur zu ein Drittel klappt. Und wir können aufleveln. So, und wer ist unser wichtigster Mann? Theoretisch würde ich sagen, der Koch. Bei ihm weiß ich nicht, er haut, glaube ich, ab. Ich denke, wir befördern erst mal den Koch. So. Dann gehen wir weiter und wir sollten hierhin gehen. Ja, es hat sich schon mal als gut erwiesen, dass wir nicht über den Berg geklettert sind und wir kommen dorthin, ohne das Zelt zu benutzen. Das ist doch schon mal sehr schön. Also der Start, würde ich sagen, sieht erst mal ganz gut aus. Das heißt, glaube ich, ganz unkritisch reisen wir jetzt zum Dorf. Dass wir betreten. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Nein. So, betreten wir das Dorf. Okay, der Missionar verlässt uns. Die Uranwohner waren furchtanflößende, imposante Krieger. Wir brachten den Missionar zum Stammeshäuptling. Er war sehr dankbar und erzählte uns von den Wundern dieser Region, die wir uns unbedingt ansehen mussten. Dazu zählte auch ein heiliger Schrein, den er auf unserer Karte markierte. Mhm. Ist das der, den wir schon kennen? So, die Dorfbewohner schienen über unsere Ankunft erfreut zu sein und hießen uns mit offenen Armen willkommen. Wir schienen uns in dieser Region großer Beliebtheit zu erfreuen. Wir werden definitiv im Dorf übernachten, aber wir werden auch rekrutieren. Das ist wichtig. Ich kam mit den Einheimischen ins Gespräch, um zu sehen, ob einige der Uranwohner interessiert waren, sich unserer Suche nach Ruhm und Ehre anzuschließen. Bald darauf hatte ich mehrere potenzielle neue Expeditionsmitglieder gefunden und musste mich entscheiden, wen ich rekrutieren wollte. So, wir haben Kaxum, ein Tierbetreuer. Was kann nochmal ein Tierbetreuer? Guter Ruf. Tierkapazität, äh, vergrößertes Inventar für alle Packtiere. Das ist schon mal nicht schlecht, aber gläubisch ist ein Problem. Noch ein Tierbetreuer, aber natürlich ohne negative Eigenschaft, insofern besser. Oder ein Wasserbüffel. Der Wasserbüffel ist ja wohl super, oder? Der Wasserbüffel ist doch schon die halbe Miete, oder? Fräulein Hosking. Nicht mit zu wenig Gesundheit schlafen. Okay. Stimmt. Was war das nochmal? Ich denke auch, der Büffel ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Zumal das andere alles Frauen sind. Ich meinte, der Büffel ist auch eine Frau, aber ich glaube, der Sexismus, der wirkt sich nicht auf Wasserbüffel aus, oder? Gut. Wir nehmen den Wasserbüffel. Zumal der auch bleibt. So, wir entschieden, sie Fräulein Hosking zu nennen. Wir fühlten uns mehr als willkommen und die Dorfbewohner schienen über unsere Anwesenheit begeistert zu sein. Jetzt kommt die erste Frage. Es wurde zu Recht gesagt, ich soll nicht übernachten mit zu wenig geistiger Gesundheit. Gilt das auch für eine Dorfübernachtung, oder gilt das nur für eine Übernachtung in freier Wildbahn? Okay, sie bekommen schlechte Eigenschaften. Ja, genau. Tom, ich glaube auch, das war nur in der Wildnis. Wir haben zwei Sexisten. Okay, ja, wir handeln nochmal. Wir gucken mal, die Schaufeln, die brauchen wir in der Tat nicht. So, wir können nämlich hier Feilschen ins Spiel bringen. Also, was ist denn interessant? Die Juwelen wären gut, weil dann würden wir gleich ein bisschen Geld mit nach Hause bringen. Die haben hier einen reduzierten Wert. Wir könnten allerdings auch eine Fackel gebrauchen, um vielleicht doch noch in die Höhle zu kommen. Die Voodoo-Puppe ist gut und ein Speer ist natürlich auch gut im Kampf. Ei, ei, ei. Ich würde tatsächlich sagen, wir knallen die ganzen Schaufeln raus. Wie war das? Musste man das hier klicken? Ja, genau. So, und jetzt ist die große Frage. Also, eine Fackel, die könnten wir nutzen, um auf dem Rückweg in die Höhle zu gucken. Das, denke ich, ist eine sichere Sache. Die blauen Pilze erhöht die Sichtweite. Das finde ich jetzt nicht so entscheidend. Die Voodoo-Puppe ist insofern interessant, weil wir die Rivalen aufhalten können. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Wichtigste ist. Die roten Bären. Ja, wir haben aber das Zelt. Damit können wir allerdings auch Lebenspunkte regenerieren. Die werden aber nach der Expedition entfernt. Insofern tendiere ich fast dazu, Juwelen zu nehmen, damit wir uns für die zweite Expedition so gut wie möglich ausstatten können, oder? Ich denke, ich werde noch eine Fackel nehmen. Wir werden sicher auch noch auf eine Höhle treffen. Vielleicht nehmen wir noch einen Speer. Die behalten wir auch, ne? Und dann gucken wir mal, einmal Juwelen. Was ist, wenn wir den Speer... Ach, das sind auch nur einmal Juwelen. Alles klar. Dann passt das. Können wir noch eine Fackel nehmen? Nein. Können wir noch einmal Bären nehmen? Auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ist das ein anständiger Deal, den wir gemacht haben. Seile haben wir noch drei. Die brauchen wir nur für den Tempel oder im Sumpf. Das brauchen wir jetzt nicht. Ach so, vielleicht können wir noch ein Seil. Ja, tatsächlich. Guter Hinweis. Ein Seil passt noch. Hervorragend. Okay, dann würde ich sagen, handeln wir das so. Gut. Dann ist jetzt die Frage, können wir hier mit der Gesundheit... ...sicher übernachten? Wir probieren es. Wir luden unsere Besitzshöme ab und machten uns bereit, den Dorfbewohnern am Feuergesellschaft zu leisten. Die Einheimischen waren sehr gastfreundlich und wir saßen noch lange am Lagerfeuer und dann hielten einander mit allerhand spannenden Geschichten. Wir schlafen. Unsere fortdauernde Anwesenheit wurde von den Dorfbewohnern gut aufgenommen. Sie waren sehr höflich und boten uns weitere Hilfe an. Wir könnten eigentlich noch mal übernachten, oder? Spricht doch nichts dagegen, jetzt noch mal die 30 mitzunehmen, außer dass wir natürlich Zeit verlieren im Wettlauf. Ja, ich denke, wir schlafen noch mal. Okay. Ich erzählte den Dorfbewohnern von den Abenteuern meiner Reise. Ein junger Krieger fragte mich, ob meine Welt ihrem Dorf überlegen sei. Da sage ich mal... Ich bin mal ganz opportunistisch. Als Großwildjäger ist man das ja. Das Leben hier ist überlegen. Ja, plus zwei Ruf. Sehr schön. Sie schienen sich über meine Antwort zu freuen. Hervorragend. So, ich denke aber, jetzt lohnt es sich nicht, noch mal zu schlafen. Jetzt werden wir, glaube ich, diesen Ort verlassen. Okay. Warte mal. Er hat uns... Das heißt, ist das noch ein anderer... Wie war das? Er hat uns jetzt erzählt, ist das noch ein anderer Schrein, der hier sich befindet? Das wäre vielleicht auch noch mal wichtig für den Weg von der Pyramide zurück. Ich glaube ja, ne? Das müsste eigentlich noch so ein Schrein sein. Also idealerweise, wenn wir jetzt das Optimum raushauen wollen, dann... Dann finden wir die Pyramide und gehen dann zu dem Schrein und zu dem Schrein. Und dann noch in die Höhle, wenn wir noch die Zeit haben. Gut, wie gehen wir weiter? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen jetzt hier hoch. Wir sind immer noch beritten. Ich weiß nicht, reitet der irgendwie schneller oder ist das egal? Ich glaube, das ist egal, ne? So, wir können nur hier lang. Insofern gehen wir auch hier lang. Okay, da haben wir ein erstes feindliches Tier. Ein Panther. Jetzt ist die Frage. Thema Großwildjagd und so weiter. Wollen wir jetzt jagen? Richtig aktiv? Oder wollen wir es lieber sein lassen? Das kann... Das kann schnell enden. Ich bin mir nicht sicher. Wir können, glaube ich, nicht nochmal reiten. Ne, ne. Man kann nur insgesamt als Gruppe reiten. So. Aktiv jagen. Okay, der Chat ist natürlich für jagen. Der Panther muss über den Kamin. Aha. Ich soll mich auf den Büffel setzen. Das hat eine Kampfrelevanz. Ich dachte, der würde sowieso mitkämpfen. Aber gut, machen wir das so. Okay. Gut. Der Chat ist eindeutig für jagen. Dann gehen wir da rein. Macht er es... Jetzt die nächste wichtige Frage. Macht er es einen Unterschied, ob wir selbst aktiv sozusagen auf angreifen klicken oder ob der uns erwischt? Ist das ein Unterschied? So von wegen, wer würfelt zuerst oder so? Oder ist das eigentlich egal? Also wir müssen jetzt wirklich auf die Details achten. Ihr merkt, solche Dinge haben mich früher nie interessiert. Was heißt ja? Wenn ich frage A oder B, ist ja... Das ist nicht egal. Okay. Alles klar. Gut. Ja, dann ist natürlich der Hinweis, dass wir vielleicht den auf dem Rückweg jagen, vielleicht auch nicht so schlecht. Ich gehe erstmal hier. So, der Panther bewegt sich dorthin. Dann würde ich sagen, schauen wir uns... Schauen wir uns hier diese Berge erstmal an. Gibt es hier einen Magnetberg? Na, ist ein magnetischer Berg, alles klar. Wir kommen da unter die Sanity. Jetzt ist natürlich unter die Grenze. Jetzt ist die Frage, sollte man jetzt vielleicht jetzt schon rasten? Oder... Das ist jetzt so grundsätzliche Frage. Betrifft das Problem dieser Sanity, der niedrigen geistigen Gesundheit, betrifft das auch das Rasten im Camp? Also das ist so eine grundsätzliche Strategie, ne? Müssen wir also immer jetzt das Zelt nutzen, bevor wir unter die kritische Marke gefallen sind oder nicht? Näher ran, ist klar, genau. Aber wir können nicht viel näher ran, das bringt nicht viel, Leute. Also wir kommen hier... Wir sind schon fast unter der Marke. Ja, ja, das Problem ist mit dem Wasserfall. Das ist ja egal. Nehmen wir an, dass das ein Wasserfall ist. Dann sind wir trotzdem in der geistigen Gesundheit hier unter ein Drittel. Und dann haben wir doch das Problem mit den negativen Ereignissen. Insofern nützt uns der Wasserfall dann nur begrenzt. Okay, das heißt, wir fahren die Strategie, dass wir auch mit dem Zelt... Also dass wir sozusagen mit dem Zelt immer vor dem ein Drittel rasten. Gut, dann bringt es jetzt gar nicht... Ich gehe nur ein Stück weiter. Wir sehen zumindest hier ein bisschen was. Und dann raste ich jetzt. So, das dauert drei Tage. Also Tempo machen wir hier natürlich nicht. Wir sind... Ei, da müssen wir aufpassen. Das war knapp, ne? Lager betreten. So, wir übernachten. Es war eine bezaubernde Nacht und alle Expeditionsmitglieder schienen sich zu entspannen. In der Nacht lauschte ich den bedrohlichen Geräuschen der Wildnis und fragte mich, ob es wohl einen Weg gab, die Gefahren, die beim Betreten der alten Schrein in diesem Gebiet auf mich warteten, zu erahnen. Vielleicht konnte ich mehr erfahren, wenn ich mir ihre Ästhetik und ihre Architektur genauer ansah. Gut, wir rasten. Wir rasten. Der Panther kommt nicht. Wir sind bei 71. Fünf Tage rastet man. Es war ein seltener Luxus, den Elementen der Natur nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Wir werden das Lager abbrechen. Abbrechen heißt mitnehmen? Ja. Nochmal drei Tage. Wow. Das kostet echt viel Zeit. So, gut. Aber auf jeden Fall sind wir wieder im grünen Bereich. Wir gehen zu diesem Fragezeichen. Das ist in der Tat ein Wasserfall, den wir natürlich erkunden werden. Und ich denke, auch hier werden wir übernachten. Wir werden langsam sein. So, wir beschlossen einzuhalten, um allen einen Moment der Ruhe zu geben. Dies war ein guter Rastplatz und ich war sicher, dass wir hier die Ruhe finden würden, die wir brauchten. Nach all unseren gemeinsamen Reisen kannten wir unsere Gewohnheiten, Sterben und Schwächen in- und auswendig. Wir sprachen über unsere jeweilige Kindheit und ich gewann einen tiefgehenden Respekt für meine Crew. Als Kind träumte Adesir Naori davon, den Beruf eines Schauspielers auszuüben. Okay. Gut. Wir rasten und gewinnen, kommen auf fast 100 wieder. Sehr schön. Wir verlassen diesen Ort. So, jetzt wissen wir eigentlich, das ist ein Schrein. Äh, die Pyramide kennen wir noch nicht. Keine Ahnung. Das kann nicht die Pyramide sein. Die Frage ist, wollen wir zum Schrein hingehen? Ja, ich gehe mal hin. Dann decken wir auch hier sehr viel auf. Das ist, glaube ich, okay. Da haben wir schon die Pyramide. Sehr hervorragend. Hervorragend. So. Mit 20 kommen wir safe zur Pyramide. Schon mal? Die schnarchige Explosiv... Ja, Leute, äh, es ist, es ist halt tödliche Gefahr jetzt. Ich nehme das ernst. Ich will hier, ich will hier weit kommen. Ich will gewinnen. Da muss man das, da wird, muss jeder Schritt gut überlegt sein. Also jetzt fangt mich an schon zu nerven hier. So, dann erkunden wir erstmal die Pyramide, würde ich sagen. So, finaler Triumph. Allen Hindernissen zum Trotz hatten wir überlebt. Ähm, wir betreten die Pyramide. Und jetzt, was passiert dann jetzt? Ich weiß gar nicht, was bei tödlicher Gefahr passiert, wenn man die Pyramide betritt. Camper gewinnen nicht. Mal gucken. Ah, wir kriegen 30 gesunde. Das ist gut zu wissen. Das müssen wir wissen. Ich wusste, ich konnte es schaffen. In einem konnte ich sicher sein. Die Reise zurück zum Schiff würde mindestens genauso gefährlich werden. Okay. Dann ist jetzt, steht jetzt der Plan. Wir werden jetzt hier hinreisen. Gucken, was da ist. Dann diesen Schrein plündern. Und dann hoffen, dass wir heil zu diesem Schrein kommen. Dann in die Höhle gehen und aufs Schiff gehen. Also gucken wir erstmal, was hier los ist. 17 ist alles noch im grünen Bereich. So, was haben wir hier? Eine Hütte. Das ist auch schon mal gut. Eine Schamanenhütte. Allerdings können wir noch nicht viel handeln. Mal gucken. So, wir befördern ihn. Ah ja, wir haben ja einen Händler dabei. Das heißt, wir können immer was machen. Hütte betreten. So, wir betraten eine geheimnisvolle kleine Hütte. In ihrem Inneren war es dunkel und feucht. Und allerhand getrocknete Kräuter und andere wunderliche Dinge hingen an den Wänden. Ein einheimischer Schamane näherte sich uns mit abwesendem Blick und kaut auf einigen Blättern herum. So, Seelenritual brauchen wir, denke ich, nicht. Ich meinte Sexismus. Sexismus kann eh nicht geheilt werden, oder? Ach so, die Jagd. Die Jagd wollten wir auch noch machen. Stimmt. Sexismus wegheilen? Tja. Ich weiß nicht so recht. Wir können erst mal gucken, was Handeln bringt. Okay. Das ist, ich meinte, eine Hornflöte ist für den Jäger vielleicht nicht so gut. Der Schmuck ist auch ganz cool. Die Trommel. Naja, das sind alles interessante Sachen. Aber die sind mir zu teuer hier mit plus 100%. Eigentlich, die Frage ist, kriegen wir was für Umme, ne? Das ist doch die Frage. Das ist die Frage. Und wenn ja, was ist wichtiger? Ich meine, das ist defensiv. Wir wollen ja nicht defensiv mit den Tieren umgehen. Es kann aber im Notfall natürlich hilfreich sein. Die Voodoo-Pippe brauchen wir jetzt nicht. Der Schmuck könnte mal relevant werden, aber ist jetzt vielleicht nicht so ein Thema. Kostet alles 20. Weiß gar nicht. Können wir uns vermutlich gar nicht leisten, ne? Ne. Insofern ist das müßig. Wir könnten eine Hornflöte mitnehmen. Einfach so für umsonst. Zwei. Ja, ist doch perfekt. Zwei Hornflöten. Ist doch super. Handeln wir das erst mal. So, jetzt gucken wir mal. Seelenritual. Was wir hier... Ach, da zählt der Handel nicht. Da zählt der Handel nicht. Okay, was müssten wir investieren? Wir könnten ihm ja die Hornflöten wieder zurückgeben. Und... Ja, das hat keinen Wert. Whisky. Eine Fackel. Könnten wir wieder zurückgeben. Und... Ja, Wasser hat keinen Wert. Tja, wir könnten für diesen Deal den Sexismus loswerden. Könnte vielleicht nochmal... Könnte vielleicht nochmal helfen. Nicht heilen, sagt Cosmo. Zu teuer. Nö. Okay. Wir haben nur noch einen, der sexistisch ist. Ah, okay. Ich habe den Handel für Hornflöten verbraucht. Alles klar. Dann... Der Chat sagt, wir machen das nicht. Dann machen wir das nicht und brechen das Ganze ab. Alles klar. Dann verlassen wir diesen Ort. So. Gut. Gut. Das heißt, wir haben zumindest eine kleine Sicherheitsoption mit den Hornflöten, falls alles irgendwie mistig wird. Jetzt müssen wir überlegen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal rasten, bevor wir dort reingehen. Und ich würde sagen, jetzt ist die nächste Detailfrage, das sind jetzt Fragen, die man am Anfang klären muss. Habt ihr das mitbekommen? Diese drei Tage, die wir brauchten, um das Camp aufzubauen, haben diese drei Tage auch geistige Gesundheit gekostet oder nicht? Also können wir hier, sag ich mal, total knapp gehen oder können wir nicht knapp gehen? Wisst ihr das noch? Okay. Hausmaster sagt, haben keine Gesundheit gekostet. Alles klar. Gut. Ja, das Tempo. Leute. Also ich glaube, wir müssen mal eins festhalten. Ich denke nicht, dass wir hier es schaffen, über den ersten Platz hier zu agieren. Also ich glaube, wir können es, das Tempo wird keine Rolle spielen. Wir werden nicht versuchen, die anderen zu übertrumpfen. Wenn das zufällig klappt, ist schön, aber ich glaube, das kann kein Teil unserer Strategie sein. Wir müssen die Karte abgrasen, wenn es uns gut geht und möglichst viel mitnehmen. Das ist, das ist der, unser Weg. Nicht der Weg der Geschwindigkeit. Gut. Haben nichts gekostet. Dann ist die Frage, wo gehen wir hin? Da bin ich mir nicht sicher, wer das auf dem Strich ist, ob das noch gilt, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher und gehe, wir müssen hier oben rum, dann gehe ich hier hin. So. Dann wird es jetzt lustig. Schrein erkunden. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich denke, wir haben, glaube ich, die Gelegenheit, ja noch abzuhauen. Und ich denke, Wasser ist kein Problem, ne? Also wir sind, glaube ich, schneller, als das Wasser uns den Weg versperren kann, würde ich sagen. Ach so, verdammt. Ich habe ja vergessen, wir wollten ja noch campen. Was mache ich denn hier? Ich bin ein Idiot. Wir können den Schrein sicher noch mal betreten, ne? Ja. Wir müssen erst campen. Schon der erste kleine Fehler. Okay. So, wir verlieren keine geistige Gesundheit. Wir betreten das Lager. Wir übernachten. Oh, und jetzt geht der erste schreitlos. Pierre Malekü und Arde Chienaori brach einen Streit von Zorn, wer am besten klettern könnte. Es wurde entschlossen, einen Wettstreit auszutragen und zu sehen, wer am schnellsten einen der Dschungelbäume erklimmen könnte. So. Wir können das zulassen oder wir können das unterbinden. Ich glaube, wenn wir unterbinden, dann verlieren die beide Loyalität, was schlecht ist. Was passiert, wenn es scheitert beim Zulassen, weiß ich nicht. Typischer Camperfehler, wenn die Flut kommt, das Zelt aufbauen. Okay, zulassen machen wir. So. Das war nix, glaube ich. Flink begannen sie, den majestätischen Baum hinaufzuklöttern. Plötzlich hörte ich einen lauten Schrei. Pierre Malekü war in Führung gegangen und doch einige Äste waren unter seinem Gewicht zusammengebrochen und hatten ihn mit sich gerissen. Sein Sturz wurde durch das Geäst unter ihm gebrenzt, doch er litt dennoch schwere Verletzungen, bis er den Boden erreicht hatte. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Na toll. Großartig. Okay, Lager abbrechen. Weiter. So, er ist verletzt. Hat eine Wunde. Infektionsrisiko 20%. Nun gut. Okay, jetzt ist die Frage, wir könnten am Wasserfall nochmal... Ach nee, wir wollten den Schreinerkunden. Achso, dann können wir vermutlich nicht am Wasserfall rasten. Das ist eine schlechte Idee. Wir müssen dann sofort weg. Zurück zur Hütte. Nee. Nee. Okay, wenn das Zelt einmal steht, kannst du auch zweimal hintereinander rasten. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Entschuldigt, Leute. Äh, wir müssen erstmal die Strategien so... Alter, das Zelt... Achso, das Zelt haben wir abgebaut. Na okay, das nächste Mal. So, Schrein betreten jetzt. Altar untersuchen. Ja, und natürlich nehmen wir alles mit. Goldenen Kopf und das andere Ding, den goldenen Dolch. Aber das mit dem Zelt und normal schlafen, das ist nur der Hinweis. Das müsste ich auf jeden Fall das nächste Mal berücksichtigen. So, verlassen wir den Ort. Was für ein glorreicher Tag. Wir holten uns, wofür wir gekommen waren. Wir griffen uns, was wir konnten und eilt nach draußen, als gewaltige Fontänen aus dem Boden hervorbrachen und begannen die Umgehung um den Schrein herum zu fluten. Wir würden um unser Leben rennen müssen, wenn wir nicht in dem gewaltigen See ertrinken wollten, der sich um uns herum zu bilden begann. Gut, jetzt müssen wir laufen. Und wir wollen jagen. Das heißt, wir laufen jetzt direkt mal hier rein, würde ich sagen. Und brechen dann ab, wenn es sinnvoll erscheint. Gut, jetzt hat sich leider der Panther verabschiedet. Das Wasser ist immer noch da. Jetzt müssen wir gut überlegen. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir geringere Gesundheit haben. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter. Ich tendiere ehrlich gesagt dazu, den Panther Panther sein zu lassen. Shit. Wir werden, glaube ich, den ersten Whisky benötigen. Oder können wir im Dorf noch schlafen mit minus drei? Das ist die Frage. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt den Panther-Kampf machen. Ja. Den Panther nehmen wir nicht mit. So, die Frage ist jetzt, mit, warte mal, mit 31 sind wir auf 11. Wir kommen dann selbst mit Whisky. Warte mal, ist das hier 30? Das ist, glaube ich, 30, ne? Wir würden hier mit Whisky über die Grenze kommen, könnten dann nochmal lagern. Das würde gehen. Hier nicht. Das Blöde ist, dass wir dann dort doof stehen. Ja, ich bin nicht voll. Ich bin beritten. Wir können auch mehr tragen. Wir können auch Sachen wegschmeißen. Wir können, wir haben jetzt hier Wasserration. Also ich denke, der, also jetzt, wo es noch einfach ist, müssen die Schreine mitnehmen. Okay. Ich würde sagen, also wir müssen Whisky nehmen. Ich, wenn, 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 wenn das bestimmt, Whisky bringt uns, bringt uns, glaube ich, 20 geistige Gesundheit. Habe ich das richtig in Erinnerung, Leute? Das ist jetzt wichtig. Wenn wir hier hingehen, dann haben wir noch 11. Plus 20 sind 31. Und jetzt ist die Frage, ist das hier 33, die Grenze, oder ist das 30? Weiß das jemand? Das ist jetzt nochmal wichtig für die Berechnung. Weil, wenn das, wenn das 33 ist, dann müssen wir das anders machen. 30, sagt Dark Wolf. Okay. Gut. Dann können wir hier hingehen. Wenn das stimmt, dann können wir hier hingehen. Dann sind wir bei 11. Können wir einmal Whisky nehmen? Okay. Ah! Was ist denn da noch? Verdammt, jetzt habe ich mal angehalten. Da ist noch ein Steinkreis. Risiko des Wahnsinns. Okay, das war jetzt doof anzuhalten. Der Steinkreis ist Mist. Denn, ist egal, ist nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt trotzdem den Whisky und rasten dann. Und dann werden wir mehrfach rasten. Dann sind wir auf der sicheren Seite und können hinter dem Schrein anhalten. Das ist, glaube ich, okay. Also, wir nehmen den Whisky. Es waren 20, sehr gut. Und jetzt schlagen wir unser Camp auf. Und dann rasten wir mindestens zweimal. So, das Lager betreten. Dann werden wir übernachten. Ach. Adeshi Nyori sah mich an wie ein gelangweilter Spielefreund. Ich wurde zu einem Kartenspiel herausgefordert. Nein, wieder nicht. Wieder nicht. Loyalität verschlechtert. Ich hätte ablehnen sollen. Ich habe verloren. Und wie? Ich ging zu Bett und war wütend und war mit einer Unfähigkeit. Na gut. Okay. Alles klar. Müssen wir bedenken. Wir rasten. Wir rasten. Wir rasten. Wir rasten. Aber bei 82 ist die Frage, lohnt es sich bei 82 nochmal zu übernachten oder ist das Quatsch? Obwohl, Zeit ist jetzt eh egal. Wir werden eh nicht Erster. Ähm, der Chat sagt weiter. Aber eigentlich ist es irrational. Obwohl, es passieren ja immer mistige Dinge. Also von wegen, ne? Es passieren hier, es passieren auch im mittleren Bereich schlechte Dinge. Ah, schaut mal. Jetzt gibt es eine Chance, dass positive Ereignisse passieren. Ich glaube, ich übernachte. Zeit ist egal. Vielleicht passiert jetzt mal was Positives. Pierre Maleku tischte uns etwas ganz Besonderes auf. Er hatte sich an der Natur bedient und allerhand Kräuter gesammelt und daraus eine der ungewöhnlichsten und ausgezeichneten Suppen gezaubert, die ich je gekostet hatte. Diese Nacht schlief ich besser als in langer, langer Zeit. Zu meinem Bedauern konnte er sich nicht daran erinnern, welche Kräuter er für die Suppe verwendet hatte. Okay. Das bedeutet wahrscheinlich nur mehr geistige Gesundheit oder sowas. Das nützt uns hier nicht. Aber das ist eine gute Strategie, glaube ich, wenn die Zeit egal ist, mit dem Zelt auch zu rasten, wenn wir hier im Superbereich sind. So, Lager abbrechen. Weiter. Okay. Dann gehen wir möglichst so hin, dass wir schnell wegkommen. Und das ist hier. Der Koch ist nicht mehr verletzt. Sehr schön. Hervorragend. Das ist doch wunderbar. So. Dann erkunden wir den Schrein. Okay. Wieder getrocknet. Aha. Sand. Sand ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben ja sogar... Na gut. Das Wasser schmeißen wir weg. Aber Sand ist, glaube ich, kein Thema. Dann untersuchen wir den Altar und nehmen alles mit. So. Klimawechsel. Wir griffen uns, was wir konnten und machten uns auf den Weg, als das gesamte Umland hinter uns zu verdorren begann. Ein drastischer Klimawechsel hatte diese Region heimgesucht und wir hatten ihn verursacht. So. Jetzt müssen wir... Ja, jetzt könnte das Wasser natürlich hilfreich sein, aber ich glaube, wir schaffen es auch ohne. Oder ich meinte, wir müssen eh absteigen. Dann können wir auch das Wasser behalten. So. Wir brauchen 20 bis dorthin. Ich werde bis hierhin gehen. Äh, nö. Was soll ich jetzt den Whisky nutzen? Ist doch alles bestens. So. Wir erkunden die Höhle. Wir werden sie mit der Fackel erkunden. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir erreichten einen wunderschönen Unterwürzsch und See. Das Wasser war dicht mit Algen bewachsen und eine Vielzahl von Pflanzen. Wenn es waren, verschiedenste Buntpilze gediehen. Wir werden Pilze sammeln. Auf jeden Fall. Das ist nochmal ein wenig Zeitanspruch. Wir konnten mehrere Pilze sammeln. Obwohl, die verlieren wir, glaube ich, am Ende der Expedition. Nee, verlieren wir nicht. Grüner Pilz. Es wird gemunkelt, dass er beim Konsumieren allerlei Leiden lindert. Roter Pilz. Stark heilende Wirkung. Okay. Wer hat jeweils 10, 2 Stück davon. Nehmen wir erstmal mit. So, jetzt schmeißen wir das Wasser weg. Die können wir mitnehmen. So, wir sind immer noch überladen. Aber, ah nee. Nee, 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 nee. Wir müssen was wegwerfen. Ich tendiere dazu, die Fackel wegzuwerfen. Ja. Weil die Pilze sind doch recht wertvoll und recht hilfreich. Also, Fackel werden wir wegwerfen. Und dann gehen wir zum Schiff. Und dann sind wir safe. Da kommt tatsächlich nochmal die Wüste zu uns. Aber, Leute, ich denke, die erste Expedition haben wir überstanden. Jo. Antisexismus-Pilz. Nee, überladen hätte nicht gereicht. Wir hatten 20% Risiko. Das Schiff ist eingekesselt. Nee, okay. Die Frage ist, äh, warte mal. Heißt das, der grüne Pilz heilt Sexismus? Heißt das, wir sollten ihn gleich mal verwenden? Okay. Okay. Psychedelic sagt, Pilze eher für Wichtigeres nehmen. Heilt die geistigen Schäden, ja. Ich glaube, wir behalten ihn erstmal, weil ich meinte, man könnte ihn nehmen, wenn es nur einer wäre, weil dann wären wir wieder einen Platz frei. Aber wenn wir zwei haben, dann müssten wir sowieso rumgesteckt rumlaufen. Nee, wir kehren zum Schiff zurück. So, hervorragend. Wir kehrten auf unser Schiff zurück. Es fühlte sich fast wie ein Stück Heimat an. Jo, dann siegreich heimsegeln, würde ich sagen. Sehr schön. Immerhin noch dritter geworden, aber wir haben ja viel mitgenommen. So, was können wir machen? Also, Navigator erhöht die Genauigkeit des Kompass beim Aufdecken neuer Felder. Das kann ziemlich wichtig sein. Dschungelentdecker reduziert Bewegungskosten im dichten Dschungel. Oder Anthropologe erlaubt das Anfertigen von anthropologischen Studien von einheimischen Kulturen für zusätzlichen Ruhm. Nee. Also dadurch, nee. Ich tendiere zuerst zum Navigator, weil das hilft uns immer. Das ist schon eine spezielle Strategie. Dschungel ist halt immer nur Dschungel. Ja, wir nehmen den Navigator. So. Alles klar. Dann gieße ich mir erstmal nach. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir hier machen, also, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Wir haben gar nichts. Okay. Das werden wir auf jeden Fall verkaufen. Wir brauchen eigentlich das Geld. Jetzt mal ehrlich. Also, mit 30 Dollar können wir gar nichts anfangen. Ich tendiere dazu, komplett alles zu verkaufen. 40, 40, 40, 40, 160. Dann haben wir 190. Das ist für mich so die Minimal-Ausstattung, um eine vernünftige Expedition auszurüsten. Ja. Ja. Okay. Der Chat ist sich einig. Nee. Nee, nee. Alles verkaufen. Ich bin... Das ist also... Für mich ist sozusagen im normalen Schwierigkeitsgrad... Gerade habe ich mir so die Faustregel, dass mindestens 200 Geld da sein muss. Und das erreichen wir jetzt noch nicht mal. Also, so machen wir es. Das ist alles erstmal schnickschnack. Wir wollen überleben. So. Gut. Ataraktis, einen Pilz essen. Den zweiten im Schiff aufbewahren während der nächsten Expedition. Könnte man machen, ja. Okay. So, jetzt Dschungel oder Wüste. Wüste heißt, wir müssen Wasser mitnehmen. Wir haben aber vielleicht... Haben wir recht viel Platz? Ich weiß es nicht. Dschungel heißt, wir müssen Macheten mitnehmen. Hm. Was sagt der Chat? Wasser ist umsonst. Stimmt, Macheten nicht. Okay. In der Wüste ist ein Tempel, wo man eine positive Eigenschaft bekommt. Ah, das ist interessant. Okay, dann starten wir mit der Wüste. Der Chat ist ziemlich eindeutig für Wüste. Äh, die Symbole... Die kapiere ich hier mir nicht. Ach so, das ist dieser Tempel, ne? Ach, das erste Symbol ist der Tempel. Und beim Tempel gibt es was Positives. Ist das so? Ah, ja. Tempel ist immer top. Alles klar. Gut. So, jetzt ist natürlich interessant, wer kommt hier zu uns? Also, es gab noch einiges zu tun, also vertrieb ich mir die Zeit, indem ich einige Steine übers Wasser tanzen ließ. Ein Wissenschaftler trat an jenem Morgen mit einer Bitter an mich heran. Er berichtete mir von einer geheimnisvollen Schatulle, die in dem Gebiet, das wir aufsuchen wollten, vergraben war. Ach, da müssen wir wieder Schaufel mitnehmen. Okay, also, wenn wir die nicht ausgraben, dann verlieren wir Ruhm. Wenn wir sie ausgraben, kriegen wir, glaube ich, Geld. Ich finde, diese Schatzsuche ist schwierig in unserer Situation. Das Argument von Darkwolf ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben eh genug Zeit. Also, der Chat ist im Moment eher für Ablehnen. Die Frage ist, ob wir wirklich genug Zeit haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, die Schaufel und so weiter ist nervig. Nee, Leute, ich glaube, ich lehne ab. Ich lehne ab. So, ich lehnte seine Bitte ab. Ich hatte kein Interesse daran, die Erde auf der Suche nach Schatullen zu durchflügen. Die Kunde über meine Taten. So, wen haben wir denn hier? Tim Timster. Ein Reporter. Ach, du Schreck. Und der hat aber seinen Hund mit dabei, ne? Das ist allerdings ganz hilfreich. Verbraucht keinen Platz in der Truppe. Und was kann Tim Timster? Was kann der hier? Gesteigerter Ruhm nach jeder Expedition. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, nur ein Anwärter. Das scheint auch ein Teil des schwierigen Schwierigkeitsgrads zu sein. Warte mal, Gruppengröße. Sind wir schon voll? Hä? Warte mal. Müssten wir einen wegschicken? Ein, zwei, drei, vier. Tim hat blaue Würfel. Oh ja, das ist gut für uns. Blaue Würfel sind gut. Das ist gut. Ach so, wir müssen einen wegschicken, ne? Wir müssen den Esel wegschicken dann. Ja, das ist der Stief. Der Esel hat keine, der hat keine Würfel. Dann nehmen wir Tim Timster mit. So, was ist, wie heißt denn der Esel? Der Esel heißt Sir Howard. Der wird entlassen. Okay. Gut. Ausrüstung kaufen. So, jetzt wird spannend, Leute. Jetzt wird spannend. Also, wir sind in der Wüste. Wir brauchen keine Macheten. Ich denke, mit vier Seilen kommen wir auch klar. Patronen sind natürlich gut. Wenn wir wirklich kämpfen wollen, sind Patronen gut. Ich nehme mal drei. Die Frage ist, wollen wir handeln? Dann sind natürlich die Murmeln super. Schokoladenrationen haben wir gesehen, sind wichtig, damit wir über die Grenzwerte kommen, damit wir das Zelt nutzen können. Ich denke, wir nehmen die ganze Schokolade mit. Wasser werden wir nicht kaufen. Wasser haben wir automatisch. Dann kriegen wir nachher. Dann kriegen wir nachher. Okay. Murmeln und Medikits, sagt ihr. Wir haben noch 66. Die Murmeln sind billig. Wir müssen allerdings auch Wasser einpacken, ne? Also, vermutlich... Also, warte mal. Medikits, jetzt mal aufpassen. Wir haben ja die roten Pilze. Ich glaube, wir brauchen die Verbandskästen nicht, oder? Die roten Pilze wirken doch so wie Verbandskästen, oder? Das ist die Frage. Wirken die so wie Verbandskästen? Ich denke, ja. Dann können wir die uns sparen. Ja. Dann sparen wir uns die Verbandskästen. So. Dann könnte man sagen, man lässt diese grünen Pilze, könnte man auch im Schiff lassen. Okay. Dann tendiere ich dazu, Kletterausrüstung mitzunehmen, weil Hügel gibt es auch in der Wüste. Und das ist wirklich hilfreich. Und das würde ich dann sogar voll machen. Gut. So, jetzt haben wir aber keinen Platz... Warte mal. Wir haben... Warte mal. Wir haben überhaupt keinen Platz... Wir haben überhaupt keinen Platz für Wasser, oder? Wie machen wir das denn? Wir müssen was im Schiff dann lassen. Ich kann noch drei Seine mitnehmen. Ja. Das stimmt. Das könnte ich noch mitnehmen. Die stacken. Also wir werden die grünen Pilze und wir werden vermutlich den Speer zurücklassen, denke ich mal. Weil wir ja die Munition haben. Das ist im Prinzip... Die Munition ist wie Speer. Und man könnte sich überlegen, ob wir die Hornflöten auch zurücklassen. Ja. Und der Whisky, dadurch, dass wir Schokolade haben, den könnten wir auch zurücklassen. Okay. Wir handeln das so. Gut. Tierausrüstung, haben wir eh kein Geld mehr. Wir setzen die Segel. Okay, wir landen maximal an einer Ecke. Das ist auch ungewöhnlich. So, jetzt müssen wir auf den Lagerraum zugreifen. Also, wir hatten gesagt, Speer bleibt hier. Die Hornflöten bleiben hier. Die grünen Pilze bleiben hier. Und man könnte den Whisky hier behalten. Dann hätten wir vier Plätze für Wasser. Was, glaube ich, ganz ordentlich ist. Ja. Cosmo, ihr habt ja alle geschätzt, ich komme maximal in die zweite oder in die dritte Expedition. Insofern musst du keine Befürchtung haben. Wenn, dass es draußen hell wird. Whisky behalten, sagt ihr. Ne, ne. Wir machen das mal so. Seile lassen wir nicht da. Die können wir auch in Tempeln manchmal noch nutzen. Ne, ne. Das machen wir. Wir machen das so. Und jetzt füllen wir mit Wasser auf. Wir haben ja unser Zelt. Okay. Dann geht's los. Wir checken erstmal so die Gesamtkarte. Schon deutlich größer. Unser Kompass ist genauer. Das wissen wir. So. 39, um dorthin zu kommen. Aber das ist definitiv das erste Ziel. Ja, sehr schön. Eine Höhle. Kurz mal die Umgebung checken. Noch nichts großartig auffälliges. Höhle erkunden. Wie, was, wo? Wo sind unsere Fackeln? Hä? Habe ich die Fackeln dagelassen? Was ist mit den Fackeln los? Hatte ich keine Fackeln mit? Ich habe die Fackeln vergessen. Shit. Ich wollte doch Fackeln kaufen. Na gut. Okay, alles klar. Ist nicht so schlimm. Äh, ist kein Problem. Gut. So, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, so weit. Achso, wir müssen jetzt aufpassen. Wir sollten vermutlich dann schon mal das erste Lager aufschlagen. Ah, das ist so teuer, alles sich so zu bewegen. Wahnsinn. Wir kommen schon unter dem Bereich. Ja, die Frage ist, ob man dann schon Schokolade einmal isst. Zum Beispiel, wenn wir hier hingehen. 37. Das muss ich ja rechnen. Schwierige Entscheidung. Puh. Also, wir müssen auf jeden Fall schon mal rasten. Warte mal, 36. Schokolade bringt ja nur 10. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich kann nicht mehr rechnen, Leute. Ich muss mir die Taschenrechner holen. Ich kann nicht mehr im Kopf rechnen. So, sind 25, glaube ich. Oh mein Gott. Es geht jetzt schon los. Ja, 25. Okay, plus 10 sind über 30. Das heißt, wir könnten eigentlich hier hingehen, eine Schokolade essen und rasten. Haben wir auch zwei Fragezeichen? Okay, was haben wir hier? Wir haben diesen komisch, das... Ah, wir haben das eingeborenen Dorf. Ja, das ist interessant. Wir brauchen dann vielleicht gar nicht rasten. Oder? Hm. Bin mir nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall unsere Murmeln. Da können wir schön was handeln. Das ist peinlich, das stimmt. Aber wir sind ja unter uns. Gut, wir haben... Wir sagen... Genau. Wir verbrauchen keinen Ruf. Das ist ein gutes Argument. Wir sagen, Zeit ist uns ja eh egal. Wir können übrigens Tim hier hochleveln. Das machen wir jetzt mal gleich. Okay, und dann werden wir Schokolade essen und werden Camp aufschlagen. Lager betreten. Übernachten. Es war eine warme, sternklare Nacht. Als wir am Lagerfeuer saßen, hörten wir den unverschätzlichen Geräusch eines Kampfes. Ein junger Ureinwohner versuchte verzweifelt, ein gefräßiges Tier abzuwehren. Oh! Wir könnten in einen ersten Kampf eintreten. Ha! Ja! Hm, Leute. Was meint ihr? Auch eine Art der Jagd. Pelze. Okay. Dann helfen wir. So. Ach du Schreck. Das sind drei, aber das sind nur Chienen. Die gehen glaube ich noch. Und jetzt werden wir aber natürlich, dafür haben wir das dabei, denke ich, Munition reinrollen. Aber nur einmal, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Puh! So, jetzt kommt der Kram. So, was hat unsere Waffe gemacht? Mit unserer Waffe haben wir schon mal Mist gebaut. Jetzt muss ich mal gucken. Wir könnten aufbewahren. Aber wir könnten auch erstmal Treffer machen. Also ich bin ja scharf auf die Augen und diese Dinger. Mal gucken, was wir hier für Kombos finden. Keine Ahnung, wir testen das mal. Provozieren wollen wir nicht. Was hast du? Das sind schon mal Clown. Das ist okay. Das und das ist ein Doppelangriff. Zusammen mit schneidender Gegenschlag. Ist das glaube ich schon mal ganz gut. Muni erst nach dem Würfeln verwenden. Okay. Warum das? Warum ist das von Vorteil? Die Muni ist doch eigentlich egal, oder? Ach so, ob man sie benötigt oder nicht. Ah, okay, alles klar. Gut, machen wir erstmal den schneidenden Gegenschlag. Da holen wir uns schon mal ein Schild. So. Dann, was können wir hier mitmachen? Hier haben wir noch irgendwie eine Kombo. Flankieren. Uiuiui. Fünf Schaden. Das ist auch gut. Flankieren ist auch gut. Aber ist die Frage, nehmen wir einen raus? Oder ich glaube, wir wechseln mal hier das Ziel. Einen Schaden können wir leicht irgendwo noch machen. Das sind ja immer... Der hat sechs Punkte, ne? Warte mal kurz. Ich gucke mal auf die Shotgun. Ja. Aimed Shot. Quickshot. Naja, machen wir es mal. Flank. Fünf Schaden ist schon ziemlich fett. So. Und mit dem Kram... Ich würde sagen... Bewahren wir uns den auf. Ist eigentlich vielleicht gar nicht so nötig. Hm. Also... Ah, Clown. Wartet, 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 wartet. Wir können einfach einen Clown-Angriff machen. Dann ist der weg. Ich denke, das machen wir. Nein. So. Und jetzt ist nur die Frage, bewahren wir den auf oder nicht? Hm. Mit drei Würfeln, so viel erreichen wir da nicht, ne? Wir brauchen eigentlich einen Aimed Shot jetzt. Oder einen Planned Shot. Aber wir haben nur noch einen... Ah. Tja, Leute. Tja, Leute. Neue extra Munition rein. Oder kriegen wir das irgendwie hin? Okay. Das war schon mal gut. Das war gut. Das ist ein Viererschaden. Ich würde mal sagen, damit erledigen wir diese. Und wir haben ja einmal Schild. Insofern ist das in Ordnung. Haben wir nur noch eine über. Was können wir mit der machen? Provozieren. Provozieren heißt... Lass uns das nochmal erklären. Provozieren heißt, der greift uns an. Oder? Was ist der Vorteil am Provozieren? Ach so, der greift den Hund an. Okay. Und der Hund, kann der irgendwie... Kann der auch verletzt sein und sterben? Oder wie ist das? Was hat das für einen Vorteil, dass der Hund angegriffen wird? Hm. Ich meine, das ist ja nett, wenn der Hund angegriffen... Okay. Dem gehört der Würfel. Ja, alles klar. Nee, nee, wir wollen niemanden opfern. Die Frage ist, hat das einen Vorteil, wenn der Hund angegriffen wird? Tank, ja. Was macht denn der eigentlich für einen Schaden? Weiß man nicht. Der ist auch nur so Clown. Taktisch bessere Planung, ja. Der Hund hat keine Tragekraft. Okay, dann machen wir Provozieren. Der Hund kann nicht bluten. Na gut. Provozieren wir das mal. Und dann... Äh... Runde beenden. Ja, wunderbar. Wir hatten ja unseren Block. Okay, das sollte dann kein Problem sein. Hoffe ich jetzt mal, den letzten zu erledigen. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal den hübschen Clownangriff. Dann haben wir zwei Schaden und nichts weiter. Wir haben hier einen Angriff. Präzise Angriff. Ja, jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht so penibel sein. Der hat noch einen Schaden. Das müssen wir doch locker wegkriegen. Ja, Kopfstoß. Haha. Wunderbar. Sehr gut. Dann... Das hat kein Gewicht. Das hat kein Gewicht. Und rohes Fleisch können wir beginnen zu kochen. Hervorragend. Alles nehmen. Ich fand eine geeignete Lagerstelle. Achso, das war ja noch unsere Nacht. Alles klar. Gut. So, dann können wir jetzt eigentlich erst mal direkt mal kochen. Ne. Wie war es nochmal mit dem Kochen? Geht das hier oder geht das nur auf der Karte? Ich bin mir nicht mehr so sicher. So. Ah, das geht nur außerhalb vom Zelt. Alles klar. Was, der Hund blutet? Kochen geht nicht. So, jetzt ist die Frage. Übernachten wir nochmal? Ja. Positive Ereignisse sind gut. Übernachten nochmal. Ich bemerkte, wie Adeshi Nauri mich mit einem Lächeln auf den Lippen betrachtete. Vielleicht steigt seine Loyalität dadurch wieder. Das wäre immer gut. So, wir sind zu viele. Wir müssen einen entlassen. Und ich denke, wir entlassen den, den wir gerettet haben. Erstmal Lager abbrechen. So, was haben wir hier? Das ist ein eingeborener Krieger. Jetzt ist die große Frage. Krieger oder Tim Timster? Aber ich tendiere zu Tim Timster. Wir haben ihn auch schon auf Stufe 2 gebracht. Außerdem hat er die wichtigen blauen Würfel für uns. Den Händler raus? Ah, nee. Den Händler finde ich eigentlich ganz gut. Der Krieger macht die Kampfchance geringer. Heimlichkeit. Na gut. Heimlichkeit ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man mal nicht kämpfen will. Händler weg. Ach so, da haben wir das Sexismus-Problem. Bukosemi ist eine Frau. Eine Kriegerin. Aber das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Also, in der Tat, ich glaube, der Hinweis mit dem Händler, also in der Tat, tendiere ich dazu, Händler raus oder die Kriegerin raus? Der Händler hat zwei Tragekraft. Sie hat auch zwei Tragekraft. Händler hat zwei Tragekraft. Ja. Das Plus heißt nur, dass er bei was bei der nächsten Stufe passiert. Also, das mit der Aggro-Chance ist schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit später. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr, sehr gut. Das kann uns echt nochmal den Arsch retten. Also, insofern tatsächlich, ich werde den Händler entlassen. Ich werde den Händler entlassen. Die Frage ist, bleibt der bei uns? Aber müsste eigentlich. Ja, ich werde den Händler entlassen. Wir gehen voll auf Kampf. Oh. Pierre Malekut und Tim Timster warnten mich vor den Konsequenzen meiner Tat. So etwas geziemt sich nicht. Jetzt zieren die sich auch noch. Die verlieren Loyalität, ne? Ja, das ist die Frage. Will die Eigeborene mit zurück? Das weiß ich nicht genau. Ich habe meine Meinung geändert. Das ist mir zu riskant. Wir müssen von zu Hause noch einen mitnehmen. Aber wir machen das nicht. Gut. Gut. Wir sind voll. Wir werden jetzt hier erst einmal handeln. Halt. Wir sind überladen. Wir sind überladen. Achso. Wir werden kochen. Wie koche ich jetzt? Leute. Wir sind überladen. Aber wir sind gleich am Dorf, wo wir handeln. Insofern, glaube ich, werde ich einmal die Überladung, aber wir können auch das Wasser wegschmeißen. Ich weiß gar nicht. 15 plus 15. Reduziert sich die Überladung mit jedem Ding? Ich schmeiß mal das Wasser weg. Mal gucken, ob sich das verändert. Ne, es bleibt 30. Na gut, dann war es blöd. Wir handeln. Aber ich will nichts wegschmeißen. Oder kriegt man im Dorf Wasser? Wisst ihr das? Wisst ihr das, ob man im Dorf Wasser bekommt? Das wäre nochmal eine wichtige Info. Leute. Pros. Pro-Gamer sind jetzt gefragt. Das kostet hier drei Punkte. Ne. Wir gehen. Wir nehmen die 30 in Kauf. So, dann betreten wir das Dorf und handeln erstmal so raus, dass wir... Oh, warte mal. Die Einheimischen waren Anbieter der Geist der Welt. Wir betrachten die Siedlung eines nomadischen Stammes. Ich konnte riechen, dass sie soeben gekocht hatten. Gut, dann gucken wir mal. Wie Beute nehmen. Können wir das jetzt klauen? Hä? Oder schenken die uns das? Ah, das ist ein Geschenk. Ah, okay. Alles klar. Ja, das ist ja wunderbar. Dann können wir ihnen im Tausch unser verbranntes Stück Fleisch geben. Gut. Wir wollen eigentlich nur handeln. So, wir haben noch unsere Händler. Ah, die haben Wasser. Na gut. So, was handeln wir jetzt weg? Wir handeln weg. Wir handeln weg bunte Murmeln. Eigentlich müssten wir die alle weg handeln, damit wir Platz im Inventar bekommen. Wir könnten noch einen roten Pilz nehmen, weil das steckt. Wir könnten Juwelen nehmen. Tja, das ist jetzt schwierig. Also, ich denke, wir werden das Fleisch essen. Die Speere sind für den Kampf gut. Also, ich denke, wir werden auf jeden Fall den Pilz nehmen, weil das steckt. Wir können auch die Tierzähne nehmen, weil das auch steckt. Und die Tierzähne, die bringen ja immerhin auch Geld wert. Da können wir später nochmal handeln. Vielleicht werden wir zurückkehren. Wenn wir das so machen, ist, glaube ich, vielleicht sogar das Beste. Ach so. Die sind, die haben eh kein Gewicht. Ach so. Nee, dann ist es, glaube ich, egal. Dann brauchen wir die Zähne doch nicht nehmen. Dann wären die Juwelen wahrscheinlich ganz gut. So. Und dann könnten wir noch mit den Zähnen auffüllen. So. Dann würden die Juwelen den Platz einnehmen. Wir müssten erstmal alles essen. Und weiterziehen. Das wäre so der Plan. Wasser haben wir dreimal. Das behaupte ich jetzt mal, das muss reichen. Wir können jetzt nicht viermal Wasser nehmen. Die Pelze weg. Nee, die nehmen doch keinen Platz weg. Oder? Doch. Nehmen doch Platz weg. Wert 15. Ruhm 2. Oh ja, die Pelze. Stimmt. Die Pelze sind doof. Die können wir weghandeln. Das ist ein guter Hinweis. Die Pelze handeln wir weg. Und dann können wir noch was mitnehmen. Tja. Dann würde ich tatsächlich Tierzähne nehmen. Ich glaube, die Tierzähne sind tatsächlich besser als die Pelze. Bring nur Ruhm 2 und Geldwert 5. haben halt einen höheren Wert. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Wasser verkaufen machen wir nicht. Ja. Nur mit den Federn ist das so. Ich denke, das ist okay. Wir optimieren das hier nochmal ein bisschen mit Seilen. Beziehungsweise wir könnten auch nochmal einmal Wasser abnehmen. Ha. Perfekt. Weil wir hier noch auf 20 stacken können. Okay. Ich würde sagen, den Handel treiben wir so. Gut. Und jetzt. Was meint ihr? Sollten wir hier nochmal übernachten? Ich meinte, warum nicht eigentlich, ne? Wir haben einen guten Ruf. Und so auf 100 zu kommen, schadet doch nichts, oder? Obwohl, wir wollten ja eigentlich, dass wir, ne, wir übernachten nicht, weil wir eh das Fleisch essen müssen. Äh, dann können wir auch verlassen. Ja. Äh, wir rekrutieren, macht keinen Sinn, weil das sind alles Einheimische. Das war jetzt das gleiche Problem. Wir verlassen den Ort und müssen essen. Ach so, wir sind ja nur mit einem überladen. Das ist ja super. Dann essen wir natürlich das verbrannte Stück erstmal weg. Und sind bei 85. Das ist doch perfekt. 19, 23. Können wir eigentlich hier hingehen? Ist effektiver. Okay. Da haben wir also den ersten Schrein, den wir nicht nutzen werden, sondern wieder auf dem Rückweg. Wir müssen die Pyramide finden. Das ist das Entscheidende. So, jetzt gehe ich zu diesem Fragezeichen. 24, 28, 31. Sind wir immer noch im grünen Bereich? Hier könnten wir vielleicht jagen. Hier könnten wir auch mit dem Zelt rasten. Okay, ein Stein-Kreis haben wir dort. Betreten wir natürlich. Wobei, wartet mal. Ist es besser, vorher zu rasten? Können wir eigentlich beim Rasten auch angegriffen werden? Ja, ne? Können wir beim Rasten angegriffen werden, wenn wir im Zelt sind? Kann da, kann da der, die hier hin, können die kommen? Okay, der Chat sagt nein und der Chat sagt ja. Sehr gut. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal rasten. Ne, das ist schwierig. Danach schlafen. Leute, nochmal für alle zu mitschreiben. Wir müssen schlafen, wenn wir bei geistiger Gesundheit neutral sind. Wenn wir über 30 sind. Wenn ich da jetzt reinlaufe, sind wir nicht über 30. Deswegen müssen wir vorher schlafen. Also hier keine unbedachten Dinge tun. Lager betreten. Zeit ist egal. Wir übernachten. So. In dieser Nacht ereignete sich etwas Übernatürliches. Die Seelen verstorbener Ureinwohner erschienen aus dem Nichts vor unseren Augen. Sie sagten uns, sie seien von unnatürlichen Bestien getötet worden, die in einer nahegelegenen Höhle hausten. Sollten wir die Monster töten, versprachen sie uns, dass wir einen nützlichen magischen Gegenstand von ihren Leichen bergen konnten. Oh Leute. Tja. Mumien, Schatz. Ich finde, Mumien sind widerlich zu bekämpfen. Das ist mir zu hart. Ne. Ne Leute. Also hier. Es wird noch schwer genug werden. Wir brauchen jetzt nicht in Mission 2 hier schon jedes Risiko einnehmen. Wir sind nicht in der Situation, wo wir Risiko eingehen müssen, meines Erachtens. Wir lehnen das ab. Wir ruhen uns aus. Okay, und wir ruhen uns nochmal aus. Adeshi sagte mir, dass er von einem Händler erfahren hatte, der in diesem Gebiet unterwegs war. Wenn wir uns beeilen, können wir möglicherweise ein paar wertvolle Gute erwerben. Das ist gut. Ah, schaut mal. Das ist ein positives Ereignis. Wir wissen, wo die Karawane ist. Hervorragend. So, jetzt werden wir den Steinkreis betreten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der macht. Ach so. Ruinen, Dörfer, Rastplätze enthüllen. Ja. Ich glaube, Dörfer enthüllen ist Quatsch. Also es ist vielleicht noch ein Dorf da, aber wir haben den anderen Händler. Ich denke, am interessantesten für uns sind fast die Rastplätze. Ich mache nicht mal Rastplätze. Okay, das haben wir. Das heißt, hier oben haben wir noch einen Rastplatz. Und dadurch noch gleich noch was anderes mitentdeckt. Das ist schon mal gut. So, dann ist die Frage, erst die Jagd. Also ich will auf jeden Fall, wollen wir die Jäne jagen? Und wir wollen hier hin. Und wir wollen hier unten hin. Das ist klar. Gut, jetzt ist die Frage, jagen wir zuerst oder gehen wir zuerst dahin? Das mit dem Jagen ist nervig, weil dieses Tier sich bewegt und man nie weiß, wie man in den Angriff kommt. Ich werde mich erst mal dahin begeben. Oh, was haben wir da? Eine Mission. Ah, jetzt hätten wir den Whisky-Bohr. Eine Mission können wir Dinge lassen, ne? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ein alter Missionar war da. Er war entzückt über den Anblick unserer kleinen Truppe, da er länger, als es ihm lieb gewesen war, hier draußen gelebt hatte. So, jetzt gucken wir mal, was wir handeln können. Okay, wir können ja... Handeln ist schon gut, weil wir da immer was nehmen können. Munition. Äh, Fläuchfeuer nehmen wir nicht. Verbandskassen nehmen wir nicht. Einmal Munition. Für umsonst. Ist okay. Oder wollen wir hier schlafen? Aber ich glaube, wir schlafen hier nicht. Das machen wir nicht. Ist Quatsch. Was anderes wegzuhandeln ist, glaube ich, jetzt Unsinn. Ich denke, das wär's. Wie, ich hab das Zelt vergessen. Oh nein! Oh nein! Kann ich zurückgehen? Oder ist es vorbei? Kann man das Zelt wiederholen? Ich kann zurück. Okay, Gott sei Dank. Ich hasse dieses Zelt. Oh mein Gott! Ich hasse dies. Ich hasse es. Gut. Handeln wir erst mal. Und dann ist die Frage, wollen wir hier irgendwas, wollen wir hier irgendwas abgeben? Wir könnten die Juwelen abgeben. Ja. Die Juwelen würde ich sagen, geben wir ab. Die wollen wir mit nach Hause nehmen, um zu Geld zu machen. Den Rest, den brauchen wir. Teufel Alkohol. Ja, genau. Ich hab den Whisky zwar im Schiff gelassen, aber im Real Life nicht. Ja, ich hatte in der Tat am Anfang gesagt, das Wichtigste ist, das Zelt nicht zu vergessen. Wie konnte ich jetzt eigentlich das Zelt vergessen? Hab ich abbrechen gemacht? Zähne auch. Die Zähne auch. Nee, mit den Zähnen können wir, glaube ich, noch schön Handel treiben. Die brauchen wir für den Händler. Ich würde sagen, wir machen das so. Und verlassen den Ort. Und ziehen dort zurück. Oh mein Gott. Unser Lager. Oh mein Gott. Das kostet jetzt... Das kostet jetzt vor allem Wasser. Aber na gut. Und das... Na gut, dann müssen wir einmal Schokolade essen. Okay, wir könnten gleich die Jähne angreifen. Das ist ja auch praktisch. Wir brauchen nicht Schokolade essen. Wir können Fleisch essen. Wir essen auf jeden Fall einmal. Die Frage ist jetzt... Ich denke, es ist... Ja... Besser schlafen oder besser Hyäne angreifen? Ich glaube, angreifen ist besser, ne? Okay, dann greifen wir an. Gut, es sind zwei. Mit zwei Jähnen müssten wir doch klarkommen, oder? Wir könnten übrigens fast schon reiten. Das... Oh, Leute. Das hättet ihr sehen müssen. Ich werde jetzt mal keine Munition nehmen. Ich habe das Gefühl, wir kriegen das auch ohnehin. So, wir haben nämlich hier schon mal einen schönen geplanten Schuss. Das ist auch schon mal wunderbar. Einmal zwei Schaden. Einmal drei Schaden. Dann... Ah, ist noch einer übrig. So, mit ein bisschen Glück, kriegen wir einfach einen banalen Schaden. Oder wir hauen noch safe eine Munition rein. Dann wäre... ...wär das Ding tot. Wie viel Mal dürfen wir noch rollen? Ähm... Wir haben erst einmal, ne? Wir haben erst einmal gewürfelt. Ah, shit. Ich glaube, dann nehme ich zur Sicherheit die Munition. Steht da... Ach, zwei Würfe übrig. Ah, okay. Alles klar. Ja, gut. Dann... Dann können wir auf Nummer sicher gehen. Ah, das nützt uns nichts. Wir machen mal provozieren. Obwohl, das ist eigentlich auch egal. Egal. Machen wir trotzdem. Ich gehe auf Nummer sicher und nehme die Munition mit rein. Ich will jetzt kein Risiko. Okay. So, sehr schön. Alles nehmen. Dann werden wir kochen. Und dann werden wir das Lager betreten. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht essen. Gut. Lager betreten. Übernachten. Trommeln. Gut. Wir kriegen gute Sachen. Zeit ist uns egal. Wir übernachten nochmal. Oh, zehn Ruhm einfach. Durch die doppelte Übernachtung. Anstatt zu schlafen, verfolgte ich die Position der Sterne im Nachthimmel. Ich bemerkte ein mir völlig fremdes Sternbild. Ich war mir sicher, dass diese Beobachtungen jemandem in der westlichen Welt eine Hilfe sein können. Okay, super. So, jetzt bloß. Oh, jetzt bloß das Zelt mit dem. Gut. Okay. Inventar ist überladen. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Ja, ich glaube, das Fleisch, das schmeißen wir weg. Das schlechte Fleisch. Das kommt weg. So, nächstes Ziel ist hier unten. Da haben wir was Neues entdeckt. 48, kein Problem mit Wasser. Jo. Ah ja, okay, Cosmo. Ich wusste nicht, dass man auch nach dem Würfeln die Munis nehmen kann. Habe ich aber gelernt. Danke für den Hinweis. Alles klar. Oh, da haben wir den nächsten. Aber den machen wir erst immer nach der Pyramide. Und wir können aufleveln. Und ich würde sagen, wir leveln den Koch auf als nächstes. Dann kann er ein bisschen besser mal, nächstes Mal kochen. So. Jetzt ist die Frage. Normalerweise müssten wir jetzt schon wieder rasten. Wenn man safe spielt. Wir können auch dorthin. Dann sind wir bei 12. Und müssten... Ja, nee, Leute. Also, es ist vielleicht ein bisschen lästig zum Zuschauen. Aber eigentlich müsste man es so machen. Warte mal. 43. 12 plus 30. Ja. 12 plus 15. Hm. Eigentlich müsste... Ja. Man müsste... Man müsste wieder das Zelt aufbauen. Ist so. Wir ziehen das jetzt durch. Nur so kann man, glaube ich, Platin bekommen. Lager betreten. Übernachten. Ich war mir nicht sicher, ob ich an diesem unheimlichen Ort meinen Sinn trauen kann. Plötzlich trat Bukosemi aus der Wildnis ins Licht des brennenden Feuers. Sie blickte ziemlich düstert rein und begann manisch zu lachen. Nee, bitte gehen. Ich konnte ihr nicht trauen und zwang sie mit gezückter Waffe zum Rückzug. So, weiter ausruhen. 92. Da werden wir aber jetzt nicht übernachten. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Lager abbrechen. Weiter reisen. Okay. Wir reisen hier hin. Ein Wrack. Das erkunden wir. Piratensch... Ah ja, okay. Gut. Also, hier können Tiere kommen, wenn wir das durchsuchen. Das heißt aber, wir können wieder jagen. Und insofern eigentlich eine gute Sache. Insofern durchsuchen wir das. Tage vergehen. Und wir finden eine Schatzkarte. Und Dynamit. Und eine Schaufel. Na, wir nehmen es erstmal und gucken uns das mal an. Und wir haben Wildtiere angelockt. Nämlich Hienen. Ja, ich würde mal sagen... Der nächste Kampf steht bevor, oder? Ach so, den Tempel müssen wir finden. Ja, 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 ja. Alles klar. Was ist denn hier eigentlich los? Ein Sandsturm. So, Leute. Warte mal. Schatz. Den Schatz könnten wir im Notfall vielleicht auch noch ausgraben. Okay. Das ist so ein Gebiet. Wartet mal. Sehen wir das schon? Das müssen wir erstmal überprüfen. Könnte es hier sein? Nee, das ist es nicht. Es muss komplett... Warte, es sind schräg zwei Grüne. Und dann muss das komplett weggehen. Also links daneben entlang gehen. Ich glaube, das haben wir noch nicht hierbei, würde ich mal sagen. Insofern ist die Frage, ob wir das mitnehmen. Gut. Verwende das Dimmelmied im Kampf, bevor du es wegwirfst. Ja, das stimmt. Karte nimmt keinen Platz ein. Wir kämpfen erstmal. Okay, auf jeden Fall können wir mit Dynamit agieren. Dynamit kann ich vermutlich auch so wie Munition einwerfen, nachdem ich gewürfelt habe, oder? Aber ist egal. Wir verwenden es sowieso. Aber es müsste eigentlich gehen. Dynamit nehmen wir. So, wir müssen das machen. Ah, das gibt mit Gruppenschaden. Aber hier können wir gezielt machen. Schaden vier. Mehrfachangriff. Geplante Explosion. Perfekt. So, sehr schön. Dann haben wir keinen Schaden hier. Aber wir können hier irgendwie ein bisschen Verteidigung machen. Halt, manchmal können wir auch noch... Ah, das ist defensives Manöver. Ne, lassen wir den lieber noch für den Angriff, oder? Wir machen mal sicherheitshalber einmal ausweichen. Das finde ich in Ordnung. Den sichern wir uns. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Bei zwei Punkten. Ist das egal. Aber wir sichern ihn trotzdem. Und dann würfeln wir nochmal. So, das sieht doch gut aus, Leute. Das sieht doch gut aus. Schneller Schuss. Ist eigentlich total banal. Ob wir vier oder zwei Schaden machen. Machen wir einmal einen Schuss. Und du hast auch... Ah, ist doch souverän, Leute. Souverän. So, das nehmen wir alles mit. Das müsste alles decken. Beziehungsweise wir werden hier schön kochen. Haben jetzt zerkochtes Fleisch. Werden wir erstmal essen. So, dann sind wir einmal überladen. Okay. Mit 69. Jetzt ist die Frage. Gehen wir diese blöde Schatzsuche an oder nicht? Wenn nicht, dann werfen wir den Spaten weg. Also, ich sehe, das Schatz fällt noch nicht. Ich würde einfach mal behaupten, wir sind noch nicht in der Nähe des Schatzes. Was meint ihr? Ist der Schatz so wichtig für uns? Oder... Also, dann würde ich den Spaten natürlich behalten. Und das Fleisch aufessen. Ja, man könnte auch sechs Wasser wegschmeißen. Das stimmt. Ja, okay. Dann schmeißen wir das Wasser weg. Das ist, glaube ich, noch das Beste. Okay, dann machen wir uns auf dem Weg zum Händler. So. Machen wir mal. Was haben wir denn hier? Irgendwas besonders Cooles dabei. Ja, das ist jetzt das Problem. Das stackt natürlich jetzt alles neu. Was nervt. Wir haben hier einen Schreinpendel. Ah, verbraucht kein Gewicht. Das könnte natürlich cool sein. Das ist vielleicht sogar hilfreich. Da könnten wir mit Tierzehen gegen handeln. Ja, perfekt. Also, wenn das kein Gewicht verbraucht, ist das eine absolut gute Sache, würde ich sagen. Und ansonsten tendiere ich dazu, jetzt nichts weiterzunehmen, weil wir keinen Platz mehr haben. Achso, die Pelze. Ja, stimmt. Entschuldigt. Ihr habt recht. Die Pelze. Na gut. Dann könnten wir natürlich jetzt auch auf Nummer sicher gehen. Die Pelze komplett weghandeln. Und dann noch Whisky reinhandeln. Oh ja. Oh ja. Dann sind wir richtig gut dabei. Oder Konserven. Konserven sind vielleicht sogar besser. Weil sie keine Nebenwirkungen haben. Ja. Ihr habt recht. Konserven sind besser. Wir nehmen die Konserven. Haben jetzt noch ein bisschen Plus. Ich kann noch zweimal Wasser nehmen. Dann bin ich auf 20 dort wieder. Und dann könnte ich ja noch einfach noch eine Schaufel nehmen, die wir irgendwann wegschmeißen. Hm. Hm. Ja. Was Besseres fällt mir nicht ein. Genau. Okay. Haben wir das. So. Dann weiter. Gut. 43. Das Schatzpendel schlägt aus, weil wir in der Nähe eines Schreins sind. Das ist klar. Eigentlich müssten wir jetzt tatsächlich schon wieder übernachten. Und dann, soweit es geht, nach Norden ziehen. Das wäre jetzt sozusagen der nächste Plan. Haben wir eigentlich... Der Kompass zeigt das gut an. Also wir werden hier im Norden... Hier können wir auch nochmal übernachten. Hier ist irgendwo die Pyramide. Und wir suchen auch den Tempel. Konserven sind nicht... Konserven sind nicht nutzlos, weil wir regelmäßig in die Situation kommen, dass wir unter 30 sind und uns über 30 bringen wollen. Insofern sind Konserven sogar extrem hilfreich für diese Zelt- und Übernachtungsgeschichte. Ja. So, da wir aber jetzt hier stehen, werde ich erstmal hier unser Zelt aufschlagen. Unsere neue Heimat. Lager betreten. Übernachten. Ah, ich erwachte schreiend von einem Albtraum. Ich träumte, Boko Semi sei zurückgekehrt. Doch ihr Gesicht war fürchterlich entstellt und sie schrie mich an, warum ich sie in den Wahn getrieben hatte. Leute, das wird noch schrecklich mit der. Und ich will noch wieder eine gute Sache haben, deswegen übernachte ich nochmal. Erzählte mir von seinen Erfahrungen die letzten Tage und schwor, dass er an meiner Seite stehen würde, komme, was wolle. Bringt das Loyalität oder was? Ich weiß es nicht, aber es wurde nicht angezeigt. Hm, ist glaube ich kein Ereignis oder so. So, Lager abbrechen nicht vergessen und weiterziehen. So, jetzt auf dieser blöde Sandsturm, den werden wir versuchen zu umgehen. Und jetzt so maximal weit wie möglich hier hinziehen. Jo, ich würde sagen ja. Im Zweifel unterbrechen wir. Ja, toll. Warum geht der nicht da vorbei? Ah, ich hätte... Gut, war mein Fehler. Ich hätte das mit Wegmarken machen müssen. Wir wandeln, wir sind ziellos. Egal, kein Problem. Eigentlich müssen... Ah, das ist ärgerlich, dass wir das jetzt nicht aufgedeckt haben. Und wir könnten jetzt mal auf Konserven zurückgreifen. 37. Ja, wisst ihr was? Ich ziehe jetzt tatsächlich bis hier und dann nehmen wir Konserven, um zum Steinüberhang zu kommen. Ich werde ein bisschen ungeduldig. Da ist noch ein blöder Magnetberg. So, jetzt haben wir 16. Jetzt können wir mal ein bisschen Konserven essen. So, wir brauchen 23. Wie war das? Steinüberhang? Gibt es da auch negative Ereignisse? Ach so. Verdammt, die Karte. Ja. Ihr habt recht. Der Schatz ist hier. Der Schatz ist dort. Dort ist der Schatz. Das Fleisch. Ja. Das Fleisch. Vermutlich werden wir sowieso das aufessen müssen. Wegen des Schatzes. Dann können wir auch... Der Schatz... Also der Schatz müsste da sein. Das ist ziemlich eindeutig. Das ist der Schatzort. Wir ziehen da jetzt hin. Und buddeln den Schatz aus. Und finden ein Schatz... Das ist so sinnlos jetzt. Gut. Wir sind bei 11. Ich würde sagen, wir... Wir essen jetzt das Fleisch. Und rasten hier erstmal mit unserem Zelt. Und gehen dann zum Steinüberhang. Und rasten dort vielleicht nochmal. Überhang kann schlecht sein, sagt Zivis. Okay. Hm. So, ich mache jetzt hier erstmal Platz frei. Mit 26 ist es aber Verschwendung. Dann esse ich lieber... Ja gut. Nee, ich esse, glaube ich, lieber eine Konserve. Das andere brauchen wir vielleicht später nochmal. Schlagt das Camp auf. Wir sind über 30. Übernachten. So. Oh, schon wieder. Schon wieder, Bukusemi. Was will die von uns? Ist ja schrecklich. Zeit ist egal. Das heißt, wir übernachten nochmal. Hoffen auf ein gutes Ereignis. Tim Timster beobachtet mich heimlich. Kein gutes Ereignis. So. Gut. Dann werden wir das Lager abbrechen. Weiter. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir dort übernachten? Ihr sagt, Steinüberhang kann auch was Doofes sein. Ich glaube, wir gehen direkt in den Kapteen... Eher Quatsch hier weiter. Was soll uns jetzt? Wir sind... Im Moment erstmal sind wir frisch. Wir brauchen da nicht übernachten. Da haben wir ihn. Den Tempel. Den wir unbedingt bekommen sollten. Hervorragend. Puh. Im Westen ist der Schatz. Ne. Das heißt nichts. Hier ist ein magnetischer Berg. Der beeinflusst das Kompasswissen. Also der Schatz kann jetzt hier überall sein. Ich vermute mal nicht, dass er hier ist, weil das hier alles gesperrt ist. So. Tempel sagt ihr es, was gut ist. Tempel betreten. Wir fanden einen heiligen Atarum. Ein verschnörkelter Opferstein stand im Mittelpunkt. Wir sahen einen hölzern Pokal mit roter Flüssigkeit. Meine Tänze sagte mir, dass ein Mitglied daraus trinken sollte. Okay. Wisst ihr, was rote Flüssigkeit bedeutet? Okay, hier werden schon homosexuelle Beziehungen heraufbeschworen. Er weiß jemand, was rot bedeutet. Also wir müssen jetzt wirklich alles wissen. Das ist was Gutes. Ja. Okay. Soweit dachte ich auch. Da wachsen Clown oder sowas. Immer ein zufälliger, positiver Perk. Alles klar. Okay. Gut. Dann ist die Frage, wen wir da trinken lassen. Ich würde sagen, unser Koch ist der wichtigste Mann. Wenn es was Positives ist. Okay. Könnte ein Würfel sein. Dann wäre natürlich Tim wichtiger. Wenn es wirklich ein Würfel ist, wäre Tim wichtiger. Ich nehme Tim. Lederhaut. Also ich wies ihn an, aus dem Kelch zu trinken. Er sah mich einen Moment zögert an. Dann leerte er den Kelch in einem Zug. Sein Tang hat sich sichtbar verändert. Fortan war seine Haut viel härter. Ja, gut. Und eine Steinplatze senkte sich. So, was bedeutet das? Lederhaut. Eine ledrige und enorm dicke Haut bietet natürlichen Schutz gegenüber jeglichen Schaden. Plus sechs maximale Lebenspunkte. Das ist doch sehr ordentlich. Jetzt müssten wir bloß ihn noch irgendwie zum Ziel werden lassen. Okay. Gut. Was haben wir denn hier? Wir haben noch jenen. Ja. Wir sollten kämpfen, meines Erachtens. Die Frage ist, wie weit gehen wir? Essen wir eine Konserve? Wollen wir vorher noch übernachten? Wie war das nochmal? Kann man den Kampf aufnehmen, wenn man im Agro-Bereich ist? Also wenn man im roten Bereich ist, kann man selber aktiv kämpfen. War das so? Ja, Krebs sollten wir verhindern. Das glaube ich auch. Okay. Kann mir das nochmal einer bestätigen mit dem Kampf aufnehmen? Ist das, wenn wir im roten Bereich? Ja, war so. Okay. Alles klar. Dann versuche ich mal hier erstmal reinzugehen. In der Hoffnung. Oh, er geht natürlich weg. Oh, das ist so ein Depp. Das ist so ein Depp. Ja. Wo ist jetzt diese verdammte Pyramide? Das ist jetzt eigentlich auch noch die nächste Frage. Schatz ist mittig im Westen. Leute, wenn ihr auf den Kompass guckt, dann ist das irrelevant, weil der Kompass hier im Moment zum magnetischen Berg zeigt. Oder was meint ihr? Den Schatz haben wir schon ausgebuddelt. Guter Zeitpunkt zum Kämpfen. Genau. Ich denke auch, wir kämpfen einmal. Das ist ein guter Hinweis. 30 ist gerade noch so erträglich. Unser Koch möchte ein Restaurant eröffnen. Alles klar. Ausruhen. Hm. Da könnte was sein. Wir haben Fragezeichen gesehen. Das ist blöd, weil diese verdammte... Ah. Das ist der Skorpion oder was das ist. So, wir werden nochmal übernachten. Okay, Adeshi erzählte uns was. Er schwört wieder. Es klingt immer irgendwie gut, aber es ist dann doch nicht gut. So. Das ist jetzt nervig. Das ist jetzt... Ah. Oh. Er war gerade im Bereich. Ah, das ist so doof. So. Man muss eigentlich jetzt davon ausgehen, dass das die Pyramide ist. Das heißt aber, dieser blöde Skorpion steht uns im Wege. Und jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, nee. Wir können angreifen. Alles klar. Kann das sein, dass der Skorpion jetzt mitten auf der Pyramide steht? So. Wir kämpfen erstmal. Zwei. So. Das ist doch schon mal. Ich mach einmal ausweichen. Das heißt, wir können einmal safe ihn angreifen lassen. Kann da noch was Besseres kommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob es da noch eine Kombo gibt. Können wir ja mal aufsparen. Wir machen einmal provozieren. Sparen das mal auf. Wir füllen nochmal. Ja, ist eine Kombo. Sehr gut. Okay, nochmal ein Schild. Das ist also kein Problem. Der wird jetzt nichts machen. Kein Schaden am Rechenkommen. Lächerlich. Okay, also die sind kein Akt für uns. Kriegen wir jetzt irgendwie hier Schaden raus? Treten, ja. Gut. Okay, wir kochen. Und Essen. Jetzt sind wir einmal überladen. Womit sind wir denn jetzt überladen? Wir sind überladen mit den Pelzen. Hm. Wir könnten... Nee. Ich glaube, ich schmeiß die Pelze weg. Schaufeln weg, sagt ihr. Wert 5. Die Pelze... Ja, stimmt. Die Schaufeln... Ja. Nein! Ich wollte nicht schaufeln. Ja, so kann man die Schaufeln auch wegschmeißen. Weg damit. So, und jetzt ist diese Blöde... Dieser Blöde... Jetzt fehlt uns... Haben wir Horn? Pfeifen? Haben wir nicht. So, jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir diesen Kampf angehen. Fürchte ich. Der Kampf ist nötig. 75%. 75%. 75%. 75%. Hm. Also, es ist wahrscheinlich besser, ihn selbst anzugreifen, als vorher reiten. Das kriegen wir nicht hin. Wir haben zu viel Zeug dabei. Ja, was sollen wir machen? Habt ihr eine bessere Idee, Leute? Habt ihr eine bessere Idee? Also, ich warte noch auf Vorschläge. Wenn ihr einen Vorschlag habt, dann kommt damit jetzt raus. Gut, wir gehen da rein. Wir könnten... Ne, er ist getriggert, ne? Warte mal, ich kann jetzt reiten. Das geht? Ah, das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Man kann überladen ja kämpfen. Ja gut, dann hilft's nicht. Okay. Puh. Gut, wir haben noch zwei Munitionen. Erkunden und wegrennen. Okay. Okay, das war schon mal geil. Kriegen wir mit dem mit dreimal irgendwie mehr? Ja, wir sind safe durch. Wir machen drei Schaden. Ich hätte, glaube ich, das gar nicht investieren müssen. Ist egal. Ist doch super. Oh, Leute. Wir brauchen nur einmal unseren Hund hier. Komm. Was machst du? Jawohl. Gut. Okay, Skorpionsstachel. Hervorragend. Und fünfmal Fleisch. Jawohl. Und wisst ihr was? Das ist nicht die Pyramide. So, wir kochen erst mal. So, wir setzen wieder ab. Was ist denn das? Was ist das da bitte? Ein altes Lager. Okay. Die Pyramide ist links oben, meint ihr. Ja, vermutlich. Gut, wir erkunden erst mal. Schauen, was da ist. Ein französischer Forscher war da mal. Wir durchsuchen das Gebiet. Und finden Koka-Blätter. Und Seile. Wir nehmen erst mal alles. So, wir sind zweimal überladen. Jetzt müssen wir gut überlegen. Jetzt müssen wir gut überlegen. Also. Ich denke, ich tendiere dazu, einmal einfach das Fleisch zu essen. So, wir sind bei 93. Sind einmal überladen. Und jetzt ist die Frage, was werfen wir jetzt weg? Das ist die große Frage. Wir könnten es riskieren, das Wasser wegzuwerfen. Wobei das, ich weiß nicht, wo wir das auffüllen können. Wir müssen es irgendwo nochmal auffüllen. So kommen wir nicht zurück. Fünf Fleisch essen ist total Quatsch, weil wir ja voll sind. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Koka-Blätter. Wir haben ja unser Zelt. Eigentlich ist das risikolos. Wir werfen die Koka-Blätter weg. So, wir müssen jetzt hier irgendwie zur Pyramide kommen. Also ziehen wir jetzt hier weiter. Es muss ja irgendwo hier sein. Jawohl, da ist sie. Da ist sie. Wir können auch noch ziemlich sicher dorthin gehen. Jawohl. Sehr schön. Dann erkunden wir sie erstmal. Betreten sie. Bekommen 30 geistige Gesundheit. Hervorragend. So, jetzt müssen wir den Rückweg planen. Die erste Hälfte haben wir geschafft. Okay. So, jetzt war die Idee, dass wir hier noch die Schreine ausplündern. Das heißt, wir müssen hier runter gehen. Ja. Und wahrscheinlich ist es gut, möglichst komplett einmal durchzukommen. Insofern würde ich jetzt tatsächlich das Lager einmal aufschlagen. Ich kann Sachen in der Mission einlagern. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Da könnten wir einen Zwischenstopp machen, bevor wir dorthin gehen. Das ist gut, ja. Das ist ein guter Hinweis. Gut. Ich lagere auf jeden Fall einmal. Wir können hier kein Lager aufschlagen. Wieso kannst du da kein Lager aufschlagen? Ach so, weil wir... Hä? Okay, wir müssen erstmal irgendwo hingehen. Dann gehen wir hier hin. Sind kurz über 30. Und wer denn erstmal rasten? Oh, verdammt. Schon wieder dieses blöde Kartenspiel. Egal, wir machen es nochmal. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Uh, alles klar. Loyalität verbessert. Sehr schön. Ausruhen. Nochmal übernachten. Tim, Timste. Ja. Ich glaube, wir haben sehr loyale Teammitglieder. Lager abbrechen. Weiter. So, jetzt sind wir auf 100. Und in der Tat würde ich jetzt erstmal gerne zur Mission gehen. Und dort alles mögliche einlagern. Und dort alles mögliche einlagern. Handeln war hier, glaube ich, Quatsch. Wir werden erstmal Lagerraum machen. So, zwei Plätze haben wir noch. Wir lagern, denke ich mal... ...den Skorpionsstachel ein. Und... Tja, was noch? Puh. Ich vermute mal, wir werden keine Kämpfe mehr haben. Insofern könnten wir eigentlich den roten Pilz, die roten Pilze weggeben. Allerdings kann das noch anders passieren. Wir könnten auch die Kletterausrüstung... ...obwohl, das könnte manchmal beim Tempel noch wichtig sein. Aber dafür haben wir Seile. Die Pelze können wir noch weghandeln, sagt ihr. Ja, die Karte, die wiegt nichts. Alles, was eine Feder hat, wiegt nichts. Ist kein Problem. Wasser würde ich vielleicht sogar einhandeln jetzt noch für den Rückweg. Aber wir haben Seile. Ich glaube, damit kann man auch klettern. Ich glaube, ich nehme die Kletterausrüstung weg. Die brauchen wir jetzt hier nicht. Gut, verlassen. Wir gucken nochmal, ob wir handeln können. Ach, der hat kein Wasser. Der hat kein Wasser. Dann steckt der Rest wieder, was nervig ist. Naja, Wasser könnte jetzt zum Problem werden. Aber diese blöden Pelze sind trotzdem unnütz. Insofern nehme ich lieber Munition. Vielleicht können wir das später... Vielleicht kriegen wir das noch mit nach Hause. Ich weiß es nicht. Machen wir das so. Ja, es kann sein, dass das weg geht. Aber wir holen halt auch was raus und brauchen Platz. Das ist vermutlich sogar wertvoller. Jetzt müssen wir jetzt auf... Jetzt müssen wir wieder erstmal... Also wir müssen definitiv das Fleisch aufessen, weil es uns eh nichts bringt. Aber ich denke, wir sollten trotzdem ins Camp wieder einmal gehen. Und voll sein. Und voll sein? Naja gut, voll werden wir nicht sein. Aber fast voll. So, Lager betreten. Übernachten. Auf 78 kommen wir. Und nochmal übernachten. Okay, er genießt es. Er wird uns folgen. Die sind alle super drauf. So, jetzt brechen wir das Lager ab. Gehen hier hin. 32... 28. Hier sind wir schneller weg. Brauchen aber auch Wasser. Wasser könnte ein Problem werden. Das ist ein Risiko. Wir kommen auch... Aber da auch schneller weg. Ich gehe da hin. 72. So, wir erkunden den Schrein. Kalt. Kalt ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Was kommt bei kalt? Kommt da Eis oder was? Kalt kein Problem, Matthias. Gut, betreten wir mal den Schrein. Wir nehmen die beiden Sachen erstmal mit. Und verlassen den Schrein. Minus drei Ruf ist uns egal. So, jetzt weg. Weg zum nächsten. Da kommen wir sogar hin. Und ich werde dort auch durchgehen. Und dann essen wir Fleisch. Und lagern dort neu. Wasser kommt hin. Ah! Kommen wir hin? Kommen wir hin? Kommen wir hin? 25, 20, 17, 16, 15. Ja, sehr gut. Okay. Das hat geklappt. So, dann würde ich sagen... Essen wir erstmal das zerkochte Fleisch, oder? Wieviel bringt das? Oh, 10. Das ist ja schon gut. Dann werden wir... Wo ist unser Schiff da unten? Dann werden wir schlafen? Wie? Wir müssen einen anderen Ort finden. Hä? Wieso kann ich hier nicht schlafen? Wisst ihr das? Kennt ihr die Regel? Wieso übertreibe ich es? Also, wir sparen durch das Schlafen Ressourcen, die wir ansonsten angreifen. Und diese Ressourcen werden uns in den nächsten Missionen brauchen wir noch. Man kann nur auf diese Art und Weise Platin holen. Ja, das Fleisch ist weg. 65. Wir müssen das eh weghauen, ja. Okay, warte mal. Wie viel brauchen wir unten hin? Ja, das müsste safe klappen. Alles klar. Gut. Wieder kalt. Kein Problem. Altar untersuchen. Alles nehmen. Schönes Lama. Schöne Schönheit. Wunderbar. Auf zum Schiff. Und los geht's. Jo. Soweit dazu. So weit dazu. ging's ganz gut. Ging's ganz gut. Der Reporter-Bonus hilft. Hervorragend. So, mal sehen, was wir kriegen. Schwarzmarkt. Schaltet bei der Ausstattung der Expedition am Hafen eine größere Auswahl an Ausrüstungsregelständen frei? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dschungel. Dschungel. Wasserfest. Ach. Was sagt der Chat? Also, Schwarzmarkt finde ich nicht schlecht, ist aber jetzt auch nicht so überragend, ehrlich gesagt. Okay, der Chat meint, Schwarzmarkt ist super. Okay, also der Chat ist überzeugt von Schwarzmarkt. Dann nehme ich Schwarzmarkt. Okay. So. Ja, Operation Platin läuft nur so ein bisschen, ne? Jetzt mal gucken. Jetzt ist die Frage, jetzt sehen wir gar nicht, was das alles bringt. Die Tierzähne, wollen wir die verkaufen oder wollen wir die zum Handeln nehmen? Ne, ich glaube, wir verkaufen die, ne? Freshwurst meint, die Zähne alle behalten. Okay, der Chat meint, Szene behalten. Gut. Wir haben dann vier dieser Gegenstände. Und das Problem ist jetzt wieder, wir haben null Geld. Und ich weiß nicht, was hatten wir noch? Irgendwas anderes, was uns Geld bringt? Ja, wir hatten irgendwie dreimal Diamanten oder so. Okay, also wir werden die Zähne behalten. Ich bin überzeugt, die Frage ist, ob ich jetzt, ich weiß nicht genau, was wir noch mithaben, ob ich eine, eine, so eine Statue, ob ich die verschenke. Äh, Cosmo, da hast du recht, meine Grundausstattung ist noch recht gut. Deswegen werde ich, glaube ich, ein Ding verschenken, ja. Okay, machen wir das. Dann behalten wir alle Zähne. Behalten, 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 behalten. Und jetzt müssen wir rechnen. Wir haben jetzt den Schwarzmarkt und können coole Sachen bekommen. So, wir kriegen jetzt hier 30, 60, 90. Das würde ich auch verkaufen. Sind 110. 110. Und dann werde ich noch das 70er verschenken und die anderen beiden verkaufen, ja. Also verkaufen. Verschenken. Äh. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und das auch verkaufen. Dann haben wir 190, ist okay. Gut. So, wir hängen. Also, Operation Überleben läuft, aber Operation Platin läuft noch nicht so richtig. Aber das sind, ach, das sind, das sind keine großen Abstände. Gut. Vielleicht eine weitere Waffe kaufen, ja, mal gucken. Das ist eine gute Idee. Weiter. So, wir können. Dschungel. Waren wir noch nicht? Dschungel. Oder Eis. Ich hasse eigentlich das Eis. Aber der Vorteil ist, wenn man das in der dritten Mission macht, das ist, die vierte wird ungleich schwerer, weil wir da immer noch vorher was aktivieren müssen. Und das ist im Eis noch nerviger. Insofern würde ich fast sagen, lass uns das Eis hinter uns bringen, oder? Ja, ab jetzt geht's richtig los. Okay. Dann gehen wir jetzt ins Eis. So, jetzt haben wir einen Auftrag. Der will uns für Instrumente reich entlohnen. Das könnte relativ simpel sein, weil wir dort nur handeln müssen. Das sollte eigentlich machbar sein. Man muss nie ins Eis, sagt Freshwurst. Okay, stimmt. Ach so, ich habe noch zwei Hornflöten. Ah, ja, super. Na, ist doch wunderbar. Hervorragend. Nehmen wir an. Gute Idee. So, wir haben einen Seemann. Aber wir sind jetzt, glaube ich, ganz gut dabei. Signal, Feuer und Rassist. Äh, nö. Also ich würde sagen, unser Team ist ganz in Ordnung. Der Händler. Ja, gut, der Händler ist... Das war die Frage, ob wir den noch rausnehmen. Aber der Seemann ist jetzt nicht irgendwie sonderlich besser, oder so, mit seinen grünen Würfeln. Hm, nee. Nee. Dann sage ich mal, nein, danke. So, ich will nur mal gucken, weil ich finde Tieraufrüstung auch ziemlich gut. 50 Pfund für die Kapazität. Das finde ich nämlich... Sollte wir mal im Hinterkopf behalten. So, was haben wir denn hier? Okay. Äh... Wir brauchen... Weil wir schon den Stack angefangen haben, könnten wir eigentlich die Konserven voll machen. Das deckt auf 20, ne? Okay. Seile brauchen wir nicht. Kletterausrüstung brauchen wir auch nicht. Fackeln... Weiß ich nicht. Wir legen... Wir werden wieder was... Wir werden wieder... Whisky ist, glaube ich, im Eis besonders viel wert, oder? Ach so, Schneeschuhe. Ja, natürlich. Schneeschuhe brauchen wir dringend. So, wenn wir 50 haben, haben wir einen Platz mehr. Das müssen wir auch wichtig. Äh... Plus oben rechts. Ach so, da ist noch mehr. Ah. Haha. Okay. Camp. Ja, gut. Gut. Also. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die bunten Murmeln mit. Dann haben wir noch 25. 25. Für was? Fackeln wäre eine Option. Hm. Fackeln. Ich denke, wir gehen auf Fackeln. Munition haben wir noch 3. Reicht hoffentlich. Wie teuer ist Munition? 8. Ja. Können wir noch einmal Munition nehmen? Dann haben wir 52. Okay. Ja, aufrüsten machen wir ja noch. Deswegen bewahre ich ja auch 50 auf. Nur locker bleiben, Leute. Keine Murmeln. Die Zähne sind die beste Währung. Hm. Meint ihr? Wir könnten auf Murmeln verzichten. Ich meine, das spart uns einen Platz. Das könnte, also was man, glaube ich, im Eis auch sehr gut verkaufen kann, ist Whisky. Ich könnte natürlich den Platz sparen. Einmal Whisky mitnehmen, aber die Frage, ob wir das mit stacken, also ob wir das wirklich mitnehmen, bin ich mir nicht so sicher. Wir können natürlich auch Geld sparen. Dynamit stimmt. Dynamit stimmt. Dynamit ist auch nochmal eine wichtige Sache. Dynamit ist, gefällt mir. Ich bin Fan von Dynamit. Da nehme ich sogar einmal Muni raus, vielleicht, um nochmal Dynamit zu bekommen. Und dann sind wir genau bei 50. Okay. Gut. Das ist der Deal. Dann noch die Tieraufrüstung. Plus 1 Kapazität. Das ist super gut. Okay. Und dann setzen wir die Segel. Oha, Eis ist echt, ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Mal gucken. Mal gucken, Leute. Puh. Passt, wackelt und hat TNT. Sehr schön. So, jetzt ist natürlich die große Frage, Wasser brauchen wir nicht. Das können wir uns hier schon mal ersparen. Jetzt ist die Frage, lassen wir noch irgendwas anderes zu Hause? Wir könnten noch die Hornflöten zu Hause lassen, weil wir die ja eh abgeben wollen. Wir könnten noch Speer zu Hause lassen und den Whisky können wir vielleicht handeln. Ich mache das deshalb, weil wir dann teilweise reiten können. Das könnte uns helfen. Wir haben jetzt drei freie Plätze. Ich glaube, das reicht zum Reiten. Ich bin mir nicht sicher. Wie viele Plätze kostet Reiten? Zwei oder drei? Weiß ich nicht. Die grünen Pilze. Ja, genau. Die können auch weg. Ja, die Flöte brauche ich für die Quest, aber die nehmen wir ja dann mit nach Hause im Schiff. Das ist ja kein Problem. Okay, Leute. Jetzt ist die Frage, nur noch Whisky. Soll ich ihn mitnehmen? Ich glaube, ich nehme ihn mit. Nee, die Schokolade will ich nicht da lassen. Das sind... Das... Nee, das... Wer weiß. Nee, fuck it. Ein Vorrat mache ich nicht. Ach so. Warte mal. Plätze frei. Wir haben einen Platz frei. Okay. Ah, das sehe ich jetzt erst. Dann muss der Whisky auch noch zu Hause bleiben. Jetzt ist nochmal die Frage. Wie viel Platz kostet das Reiten? Kann das einmal mal sagen? Kostet das Reiten zwei Plätze oder drei Plätze? Zwei Plätze. Okay, dann passt das erst mal. Dann haben wir zwei Plätze zum Reiten frei. Jo. Kommt aufs Tier an. Okay. Alles, was mit Feder ist, das wiegt nichts. Also, keine Angst, Leute. Gut, dann verlassen wir jetzt erst mal den Ort. Und dann schauen wir mal. Ja. Das reicht erst mal. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt laufend reiten werden. Jaja, die Arktis hat auch Schlitten. So. Wir haben hier hinten. Ach du Scheiße. Was? Wie bescheuert sind die dann verteilt? Das kann doch nicht sein. Da nützen uns die Stationen ja überhaupt nichts. Oder gibt es mehr statt? Ne, das sind alle... Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht sein. Puh. Okay. Gut. Puh. Das ist unangenehm. Sehr schön. Haben wir gleich ein Dorf. Das passt mir gut. Ich überlege mal. 15. Na, Schneeschuhe werden wir eh benutzen müssen. Okay. Okay, wir kriegen jetzt mal eine Mahlzeit. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen da nicht schlafen. Können eigentlich alles einfach aufessen. Und schauen mal. So, was haben die? Die haben Muktuk. Das ist das Essen hier. Die haben einmal Juwelen. Püppchen. Schmuck. Loyalität verbessern. Naja, wir nehmen das erstmal. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht raushauen. Umsonst. Unnütz. Was brauchen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall nochmal zwei Schneeschuhe mit. Dann. Tja, Leute. Wir könnten noch einen Pilz mitnehmen. Der stackt. Seile abgeben. Ja, weiß ich nicht. Das. Ja. Okay. Schneeschuhe. Habe ich schon. Wir sind jetzt auf 20 gesteckt. Die Perlen und dann zum Schiff zurückgehen? Ja. Könnte man auch machen. Ich weiß nicht. Hm. Zähne gegen Schmuck und jedem begleitet die Motivation erhöhen. Das ist, das ist eine gute Idee. Das finde ich gut. Das, das sichert uns in Zukunft ein bisschen was. Aber das ist natürlich auch sauteuer, ne? Acht Zähne für diese Aktion. Ist es das wert? Bin mir nicht sicher. Seile sind unsere andere Währung. Stimmt. Auf dem Rückweg kann ich auch noch anhalten. Ne, die sind nicht. Ja, stimmt. Ne, kommt. Das ist jetzt, profilaktisch ist das doof. Ich, ich nehme das nochmal raus. Ich nehme das auch raus. Wir machen nur diese Sache. Müssen wir, müssen wir auf dem Rückweg machen. Falls, also auf dem Rückweg geht es wahrscheinlich nicht. Weil wir wieder Tempel plündern. Aber gut. Ist dann halt so. Halt. Ne. So. Stopp. Und ich fülle hier dann doch das mit Seilen auf. So machen wir das. Gut. Dann eben nicht groß gehandelt. Und wir werden das Fleisch essen und hier nicht übernachten. Oder? Aber wir müssten absteigen. Ansonsten. Ne, müssten wir nicht. Warum sind wir? Ne, wir sind zu voll, ne? Genau. Verlassen. Einmal überladen. Essen wir das Fleisch auf. Dann sind wir wieder voll. Okay. Gut. Weiter. Ich glaube nicht, dass wir auf dem Rückweg dort noch hinkommen. Weil wir vielleicht wieder plündern werden. Aha. Da haben wir schon den nächsten Schrein. Dem müssen wir uns merken. Gut. Hier ist irgendwas Interessantes. 21. Schatzpendel. Irgendwo in der Nähe ist ein Schatz. Aber wir haben keine... Keine Dinger. Hier haben wir einen Steinkreis. Steinkreis ist auch nicht schlecht. So. Dörfer gibt es nicht mehr. Das ist das einzige Dorf. Tja. Rastplätze. Rastplätze. Höhlen sind natürlich auch interessant. Ruinen weiß ich immer nicht. Level up. Okay. Machen wir. Ich glaube ich mache mal Höhlen. Höhlen können uns ja auch über andere... Können ja auch noch irgendwo anders hinführen. Höhlen können interessant sein. Zumal wir Fackeln dabei haben. Okay. Da sind schon mal Eisbären. Die ich sehe. Und wir können aufleveln. So. Ja. Wen leveln wir denn jetzt auf? Ich würde sagen erst mal Tim. Hat ein rot... Hat rote Würfel bekommen. Das ist gut. Tim ist ganz gut. Muss ich sagen. Also der Hund hat uns hier schon manchmal den Arsch gerettet. So. Okay. Wo gehen wir hin? Ich tendiere erst mal die Gegend hier rechts zu erkunden. Vielleicht in Richtung dieser Höhle. 22. Dann könnten wir vielleicht das erste Mal retten. Lasten. Ja. Das ist gut. Okay. Dann schlagen wir das erste Mal hier unser Camp auf. Ja. Ich vergesse immer, dass ich hier klicken muss. Entschuldigt. Und wir übernachten. Okay. Weil wir heute sehr, sehr langsam spielen, lese ich mal nicht die Texte vor. Das mache ich ja sonst immer sehr gerne. Weil die auch atmosphärisch sind. Aber heute... Heute ist alles anders. Weihnachten nochmal. Pierre tritt an, erzählte mir, wie sehr es genoss, Teil unserer Expedition zu sein. Schön. Gut. Gut. Ja. Den Koch hätte ich auch machen können. Das stimmt. Aber Tim hatte auch was für sich. So. Lager abbrechen. Und dann ziehen wir weiter. Und jetzt könnte es ein bisschen schwierig werden, da einen Weg durchzufinden. Vielleicht müssen wir sowieso hier oben rum. Man weiß es nicht. Kann ja hier oben auch alles sein. Im Moment ist da dieser blöde Magnetberg. Ich gehe, glaube ich, erst mal systematischerweise hier oben lang. Okay. Immerhin eine neue Region entdeckt. Aber hier ist ein Tier. Ein arktischer Wolf. Wir könnten jagen. Arktischer Wolf. Ich weiß nicht, wie gefährlich der ist. Wir könnten auch hier reingehen. Was meint ihr? Jagen oder weitergehen? Dark Wolf macht seinem Namen alle Ehre und ist für Jagen. Wie Hyäne? Okay. Hyänen sind natürlich simpel. Alles klar. Dann gehen wir da mal rein. Obwohl. Ich spare mal einen Schneeschuh. Versuche mal. Obwohl. Na ja. Sparen ist so eine Sache hier. Wir können auch abbrechen. Wie ein arktischer Wolf. Der sieht ja aus wie ein... Ah. Wir haben ja noch einen anderen Schrein gefunden. Auch nicht schlecht. Gut. Den Schrein werden wir aber natürlich noch nicht angehen. Sondern erst mal den arktischen Wolf angreifen. So. Na ja. Sie sind nicht so wie Hyänen. Sie haben wie viele Trefferpunkte? Acht. Zwei mehr. Und sie können... Oh. Sie haben mehr Würfel. Insofern ist die Frage, ob wir gleich einmal Dynamit aufwenden. Beziehungsweise das können wir ja nach dem ersten Würfel auch machen. Ne. Doch. Sehr schön. Ach. Wunderbar. Schild ist auch nicht schlecht. Tja. Was kannst du noch? Aha. Wir können ihn benommen machen. Das ist ja super. Das ist ja fantastisch. Damit sind wir ja safe. Das ist ja fantastisch. Das bringt gar nichts. Egal. Da wir eh in der Runde safe sind, ist auch provozieren, Banane. Ja. Perfekt. Super. So. Hervorragend. Alles nehmen. Und kochen. Essen. Und damit sind wir voll und überladen. Aber ich denke, wir werden jetzt den Pelz wegwerfen, glaube ich. Das ist besser, als jetzt vom Pferd abzusteigen. Ach, benommen macht nur ein Würfel weniger. Okay, alles klar. Ne. Absteigen für die zwei Pelze. Ne. Zerkocht soll nicht gekocht heißen. Zerkocht heißt, dass er noch nicht so gut das Ganze machen kann. Ja, das kann man gut handeln. Aber Leute, wir haben unsere Zähne zum Handeln. Ne, kommt. Ich schmeiß das weg. Ich steig nicht ab. Mir ist das andere wichtiger. So. Jetzt ist hier oben natürlich noch irgendwas. Ein Eisbär. Aber ich glaube, der Eisbär könnte noch zu schwierig sein. Das Blöde ist, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist nichts mehr. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Das ist jetzt die erste heikle Entscheidung. Ich meinte, er zeigt uns noch ein sehr breites Spektrum an. Ich glaube nicht, dass hier die Pyramide ist. Ich tendiere dazu, hier zurück zu gehen erst mal. Und hier zu gucken. So. Die Sache wird nicht besser. Ich hoffe, dass hier ein Weg ist. Ich denke, wir können dort aber das nächste Mal rasten. Ja, die Frage ist, ob man da reinkommt. Das weiß keiner. Was gut ist, dass der Rückweg erst mal ziemlich gut aussieht. Also das ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, rasten wir. Machen wir unsere Rast-Session. Tim Timster erzählt mir den Wunsch, in den Fußstapfen seines Großvaters zu treten. Und nochmal übernachten. Ah. Ich habe wieder zehn Ruhm durch die Himmelsbeobachtung bekommen. Hervorragend. Ja, mit Dynamit kann ich auch Berge sprengen. Das würde ich auch machen. Würde ich aber eher nur im Notfall machen. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir in den Süden oder gucken wir hier? Ich gucke hier. Ja, wir kommen dort durch. Wir kommen dort durch. Und dann werde ich auch dorthin gehen. 25 ist besser. Interessant ist der Kompass. Ach du Scheiße. Und wenn ich den Kompass richtig interpretiere, dann ist die Pyramide doch hier. Wow. Okay. Das überrascht mich jetzt. Gute Nacht, Voxel. Ja, krass. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Glücksfall. Weil dann können wir hier rein, die Pyramide irgendwie holen. Und dann die beiden Tempel plündern und zurück. Dann brauchen wir diesen ganzen blöden Quark da unten gar nicht machen. Was sagt ihr? Hier meint ihr es die Pyramide. Hier in dem Bereich. Ja, kann gut sein. Ne, ein Magnet kann das nicht sein. Beim Magnet bewegt sich. Ich darfst die Kompassnadel nicht so. Jo, alles klar. Erstmal erkunden wir die Höhle. Ein wunderschöner unterirdischer See mit Algen. Wir können wieder Pilze sammeln. Wieder rot. Oh, das ist gut. Und blau. Kurzseitig höhere Sichtweite. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach einen blauen und einen anderen schmeißen wir weg. Und da haben wir die Pyramide. Und wir können da hochklettern. Wir können... Wir können... Warum ist das so aufwendig, da hinzugehen? Achso, weil wir überladen sind. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal einen. Und den anderen hauen wir weg. So. 47. Wir verlieren relativ viel. Könnten aber im Notfall dort auch rasten. Beziehungsweise wir haben ziemlich gut an Konserven dabei. Also das ist jetzt, glaube ich, kein... Ich gehe mal da hin. Nein, das ist nicht die Pyramide. Hier ist die Pyramide. Ja, trotzdem gut. Wir können aufleveln. Ich befördere weiter. Unser Händler. Bekommt keinen Würfel. Aber er handelt besser. So, die Quellen. Äh, die Quellen. Was ist... Was meint ihr? Sind die Quellen auch zum Übernachten? Wie war das? Oder war das reine Heilung? Oder... Oder ich... Aber wir können sie einfach mal erkunden, ne? Ah, nee. Das war mit Übernachten. Kann man hier auch... Gibt es hier auch negative Ereignisse? Bei den Quellen? Okay. 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 Okay, warte mal. Jetzt gibt es unterschiedliche Aussagen. Eine sagt nein. Der andere sagt ja. Ich würde sagen, wir essen Konserven. Wir riskieren das nicht. Ich gehe auf 30 und übernachte dann. Es war eine düste Nacht und so weiter. Der glänzende Schnee schien freundlich. Pierre Maleky stöhnte auf und rieb seine Augen. Sie waren schwer gerötet. Ich bandagierte seine Augen mit einem kühlen Tuch. Ich hoffe, es würde reichen. Hm? Okay. Merkwürdig. Gut. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, noch mal zu übernachten. Okay. Der Effekt der Pilze verdoppelt sich. Das wusste ich nicht. Guter Hinweis beim nächsten Mal. Alles klar. Wir übernachten noch mal. Pierre Maleky und Tim Timster teilten einen persönlichen Moment, während sie am Feuer saßen. Schön. Da kommt ein Eisbär. So. Gut. Dann verlassen wir diesen Ort. Sind bei 100. Jetzt sagt ihr, ich sollte wegsprengen. Aber ehrlich gesagt, warum? Ich meinte, wir kommen hier gut rüber. Das ist doch kein Thema. Weil wir oben sind. Ich finde das jetzt nicht nötig, hier irgendwas wegzusprengen. Okay. Freshwurst sagt, der Effekt verdoppelt sich nicht. Schneeblend ist er gewesen. Na gut. Wir gehen erst mal hier hin. Da haben wir sie. Sehr schön. Perfekto. Gut. Wie schnell sind wir hier? Mit 54. Ist doch wunderbar. Wir werden aber hier hingehen. Mit 56. Okay. Können wir noch Erster werden? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht so genau. 19 Tage. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Bin mir nicht sicher. So. Eisbären jagen. Na, nee. Na, weiß ich nicht. Diesmal können wir jetzt, wir können es schaffen, eine gute Platzierung zu bekommen, weil wir einfach gut dabei sind in der Zeit. Die Frage ist jetzt nur, also ist das realistisch? Und wenn das realistisch ist, dann müssen wir Dinge abwerfen. Zumindest beim ersten Mal, damit wir weiter reiten können. Wir könnten die Fackel abwerfen. Wir könnten viel, na, die Kletterausrüstung ist verdammt viel wert. Hm, schwierig. Wir könnten die Seile abwerfen. Okay. Wir erkunden den Schein erst mal. Halt, nee, warte mal. Wir haben 44. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, mit unseren Lebensmitteln nach Hause zu kommen, weil diesmal Tempo angesagt ist. Fungus. Was heißt das? Fungus? Was ist das für ein Schrein? Ist der gefährlich? Okay, das macht den roten Pilz und überall spawnen Spinnen. Spinnen. Okay. Nee, jetzt Schwärze oder Spinnen? So Leute, jetzt ist die Frage. Kriegen wir das hin mit den Spinnen oder nicht? Äh, Cosmo, ich will ja nicht zurücklaufen. Also wir laufen jetzt sozusagen von hier aus zum Schiff und auf dem Weg ist noch ein zweiter Schrein. Ja, das Fungus Pilz heißt, ist mir klar, äh, ich will wissen, was das bedeutet für uns. Ähm, gut, die brauchen Zeit. Okay, dann betreten wir den Stein. Wir betreten den Stein, suchen den Altar, haben hier zwei hübsche Sachen, nehmen uns alles mit. Okay, und ein Pilz kommt. So, da hinten kommt der Pilz. Verdorbene Pilz. So, und jetzt werfen wir was weg. Wir werfen die beiden Fackeln weg. Weil wir schnell sein wollen und werfen, naja, das ist jetzt schwer. Die Seile, die schönen Seile, die wir so sorgsam gehütet haben. Ja, komm, wir werfen die Seile weg. Die Seile haben einen Wert von 22, die haben einen Wert von 24, die haben einen Wert von 30. Die Seile sind das wertloseste, was wir haben. Schneeschuhe. Ja, essen muss ich auch, das stimmt. Das muss ich auf jeden Fall. Aber erstmal muss ich es wegwerfen. Schneeschuhe wegwerfen, meint ihr? Neun Schneeschuhe. Ja, die brauchen wir nicht, das stimmt. Aber wir brauchen sie natürlich unterwegs, das macht uns langsam. Aber, okay, das macht uns, ihr habt recht, wir brauchen sehr wenig Schneeschuhe, wir brauchen nur einen. Guter Hinweis, wir nehmen die Schneeschuhe. Danach brauchen wir die nämlich nicht mehr. So, und jetzt ist die Frage, warum geht es denn da so komisch? Was habe ich denn da geklickt? Kann ich hier nochmal bitte rechtsklick machen? Ja, danke. So, jetzt ist die Frage, wir essen... Wir müssen da hinkommen. Da kommen wir nicht hin, das heißt, wir essen einmal Schokolade. Dann kommen wir da hin. Die Spinnen sind uns auf dem Wege. So, und danach müssen wir absteigen. Okay, es kostet mehr Stress, alles klar. Nee, 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 ich habe nicht vergessen, dass ich reite. Ich wollte einfach nur bis zu dem Schreien noch reiten, um Tempo zu machen. Und da brauche ich eben die zwei Felder, wenn wir abgestiegen sind. So, warte mal, ich esse jetzt erstmal. Das passt schon mal ganz gut. Wie lange brauchen wir hier hin? Da kommen wir hin. Sehr, sehr gut. Aber, ach nee, das ist ja mitreiten. Ist egal. Wir können ja dann immer noch absteigen. Wir erkunden den Schrein. Fäkalien, Dämpfe, faulige Schwaden. Ist das gefährlich? Ist das gefährlich, Leute? Was macht das? Ich weiß es nicht mehr. Macht Blutung bei allen, die drinne stehen. Kannibalen. Okay, gut. Aber wir sind ja eigentlich relativ schnell weg. Ich denke, ich denke, dass das klappt. Wir betreten den Stein, schreien, untersuchen den Altar, nehmen alles, blasen, kollabieren und so weiter und so fort. Joa, das ist ja weit weg. Da werden die Spinnen noch vergiftet. Okay, wir sind überladen. Jetzt werden wir absteigen. Haben jetzt sogar noch einmal Platz. Kommen. Ah, wir kommen sogar so hin. Ist ja perfekt, Leute. Ist doch perfekt. Hier brauchen wir, glaube ich, uns nicht mehr ins Dorf bewegen und zu handeln. Und wir sind Zweiter. Naja, Zweiter ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das ist es. Sehr schön. Siegreich Heimsegel. Müssen wir das Zeug jetzt aus dem Lagerraum holen, um ihm das zu geben? Ich mache es mal sicherheitshalber. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen. Ich kann auch alles nehmen. Ist, glaube ich, egal. Joa, alles klar. Okay, der Reporter-Bonus hat sich jetzt auch erhöht. Prima. So, auf jeden Fall ein erster Erfolg. Niemand aus dem Chat hat erwartet, dass ich in Expedition 4 vorstoßen will. Ein erster Sieg des Abends. Jetzt kann es, jetzt, alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. So, was kriegen wir? Wasserfest. Bewegungskosten wieder. Kletterer. Kletterer ist nicht schlecht. Beschützer. Oh, Beschützer. Verteidigungswürfel. Also, was meint ihr? Beschützer oder Kletterer? Ich tendiere eher zum Beschützer. Genau, auf den Sieg einen kräftigen Schluss. Okay, der Chat ist sich ein bisschen unentschieden, aber ich denke, Beschützer ist in der Mehrheit und ich tendiere auch zum Beschützer. Beschütze den pessimistischen Chat hier. So. Na, wir holen auf, Leute. Wir holen auf. Also, wir sind uns einig, dass wir die Tierzähne wieder behalten. Und jetzt ist es kritisch. 70. Ja, also. Anduls, viel, vielen Dank. Sehr lieb von dir. Also, wir sind ziemlich gut ausgestattet, muss ich mal dazu sagen. Insofern könnten wir uns es, glaube ich, erlauben, ein Ding abzugeben. Aber wir können noch das nächste Tier-Upgrade machen. Das kostet, glaube ich, 100 jetzt. Nee, alles verschenkt, meine ich. Haben wir wirklich von allem genug? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wenn wir das Tier-Upgrade machen, brauchen wir 100. Das kostet nämlich, glaube ich, 100. Und wenn wir nur die 240er verkaufen, dann haben wir nur 80. Ich bin mir nicht sicher, ob das 100 kostet. Aber ich meine, mich zu ändern. Also, ich werde auf jeden Fall eins verschenken. So, hey, wir haben erstmals Platz 3 erreicht. Wahnsinn. Ja, ich habe bis jetzt überlebt. Wir sind gleich in Mission 4. Tier-Upgrade ist eine Falle. Ach, ihr bekommt Geld für die Flöten. Ah, für die Flöten bekomme ich Geld. Das ist ein guter Hinweis. Dann verkaufe ich zwei. Ja, das ist gut. Dann, das ist gut. Die werde ich verkaufen. Die werde ich verkaufen. Und dann werde ich die verschenken. Ja, alles klar. So, Leute. Wow. Okay. So, jetzt müssen wir gucken. Also, Dschungel waren wir noch nicht. Wüste waren wir schon. Dann müssten wir eigentlich jetzt den Dschungel machen, um die 50 jetzt noch zu bekommen. So, und wir müssen jetzt... Wie war das jetzt? Wir müssen jetzt ein Siegel finden, ne? Oder irgendwie so ein Ding, was wir reinstellen irgendwo. Wie war das nochmal? Ich glaube, ein Siegel, ne? Dieses Siegel hier. Oder ist das ein Portal? Ich weiß es nicht mehr. Puh. Dschungel hat die Mondsteine. Okay. Die müssen wir vorher finden, ne? Hat das denn keine Mondsteine? Woher sieht man das? Ach so, vergraben. Ah, die ist vergraben. Okay. Okay, verstehe. Gut. Also, ich finde die Vergrabenen einfacher, weil ich glaube, den Mondstein bekommt man nur in einem Schrein. Und das heißt, man muss, bevor man die Pyramide erwischt, muss man den Schrein plündern, was eine sehr heikle Situation ist. Scratchy schreibt es gerade. Insofern müssten wir hier verzichten auf unseren 50er Bonus, dass wir ein neues Gebiet haben und müssten in die Wüste gehen. Aber vielleicht können wir ja beim nächsten Mal in den Dschungel gehen. Ich muss jetzt auch auf Mumien gehen. Die geben viel Ruhm. Okay. Nee. Arktis habe ich keinen Bock. Irgendwie Arktis finde ich irgendwie doof. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Gehen wir nochmal... Gehen wir nochmal in die Wüste. So. Hornflöten werden wir überreichen. Plus 25. Ach so, wir können ihm noch eine geben. Ja, alles klar. Sehr schön. 130 haben wir. Eine Frau trat mit einer Bitte an mich heran. Sie erzählte mir von ihrem vermissten Ehemann. Wie realistisch ist das, dass wir das schaffen? Mit dem Ehemann? Wie seht ihr das? Mit dem muss man irgendwie kämpfen, kann ich mich erinnern. Weil der irgendwie nicht nach Hause will zu sein, der Frau. Das ist irgendwie so eine komische Geschichte. Kannibalen-Gefahr. Kann der denn... Kommt der sozusagen kostenfrei mit uns mit? Oder müssen wir da jemanden... Nee, da müssen wir nicht... Auf keinen Fall annehmen. Machbar. Kämpfen muss ich mit dem Deserteur. Okay. Der ist ein Kannibale. Wann braucht Platz für den? Was bringt der? Bringt der Geld oder bringt der Ruhm? Der bringt Geld vermutlich, ne? Also wenn er Geld bringt, ehrlich gesagt, würde ich es nicht machen. Weil... Weiß ich auch nicht. Okay, mit dem grünen Pilz kann man das heilen. Stimmt. Ach, Scheiße, Leute. Ich nehm's an. So. Jetzt haben wir einen Soldaten und einen Künstler. Okay. Jetzt ist das Thema Soldat. Was hat der? Der ist... Kampfwille. Geistige Erholung durch Kampf. Angst vor engen Räumen. Tja, unser Händler. Stufe 3. Hat uns schon im Handel ein bisschen was geholfen. Der Soldat hat die gleiche Tragekraft. Hat die gleiche Würfel im Moment. Hat nur diesen klaustrophobischen Kram. Stimmt, wir können ihn ja heilen. Stimmt. Okay. Die eine Hälfte sagt, der Händler ist besser. Wir brauchen auch Verteidigung. Ja gut. Verteidigung. Also sind beide rot, ne? Die unterscheiden sich jetzt nicht. Naja, warte mal. Der Händler... Also, der levelt ja noch auf. Das heißt, ich glaube, der bekommt schneller einen Würfel. Der Händler ist Level 3 und hat noch keinen Würfel bekommen. Während zum Beispiel unser Tim-Tims, der level 3 ist, hat einen Würfel bekommen. Und unser Koch ist auch level 3 und hat einen Würfel bekommen. Aber der nicht. Ich glaube, der Soldat bekommt bei level 3 auch einen Würfel. Und was cool ist, mit Kampf kriegt man geistige Erholung. Das ist eine ziemlich gute Sache eigentlich. Und das verbessert sich auch noch. Ja, never touch a running system. Das ist ein sehr schlagendes Argument, Leute. Ihr seid gemein. Den Hund kann man nicht öpfern. Ja, das stimmt. Geistige Erholung bekomme ich durchs Lager. Das ist richtig. Nee. Nee, Leute. Ich bleibe dabei. Ich bleibe bei unserem treuen Händler. Ich habe entschieden. So, jetzt gucken wir kurz mal. Tieraufrüstung kostet 100. Schauen wir mal. Ausrüstung kaufen. So. Was brauchen wir? Wir haben das zum Handeln. Es gibt eine verzierte Schrotflinte, Leute. Ei, 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 die ist geil. Aber wir haben das Geld nicht, ne? Können wir irgendwas verkaufen hier eigentlich? Nee, es geht, glaube ich, nicht, ne? Okay. Fuck. Wir sind nicht im Dschungel, Opti. Wir sind in der Wüste. Uns fehlen echt 10 Gold jetzt für diese geile Waffe. Die Waffe ist echt, oh, das wäre es jetzt gewesen, Leute. Das wäre es jetzt fucking gewesen. Gut. Also, wir haben noch Dynamit. Wir haben alles noch. Wir haben alles noch. Wir haben Kletterausrüstung 3. Wir haben keine Fackeln. Das könnte auch ein Thema sein. Schokolade wäre auch ganz nett, aber es ist nicht unbedingt nötig. Ich tendiere dazu, nur Fackeln zu kaufen. Zwei Fackeln. Müssten reichen. Zwei Fackeln und zwei Schokolade, oder? Das wäre jetzt mein Vorschlag. Und dann einen weiteren Platz schaffen. Amulette verkaufen. Wir können hier nicht verkaufen. Und Amulette. Ja, Wasser. Leute, ganz ruhig. Wasser machen wir nachher, wenn wir ankommen beim Schiff. Das ist nicht die Finale. Wir sind in der vierten Mission. Ähm, nee. Ich will ja für 100, will ich das Tier aufrüsten. Das finde ich, das finde ich richtig gut. Ähm. Okay, ich denke, ich handel das. Ich handel das so. Und wir werden Tieraufrüstung machen. Um noch eine Kapazität mehr zu haben. Und dann setzen wir die Segelleute. Oh. Wäre das gedacht. Expedition 4. Platz ist echt wichtig. Platz ist eines meiner Lieblingssachen. Wir sind schon wieder total am Rand hier. Okay, jetzt müssen wir... Wartet mal. Wie viel Platz haben wir? Wir müssen erstmal wieder in den Lagerraum gehen. Also. Hatte ich das angenommen? Ich hatte es angenommen mit dem grünen Pilz. Insofern wäre es eine Überlegung, den einen Pilz mitzunehmen. Wir haben noch ein bisschen Wasser am Start. Tja, Leute. Reiten ist wohl diesmal nicht, oder was? Also wir brauchen dreimal Wasser. Das heißt, wir können nicht reiten. Was soll ich sortieren? Hier kann man nicht sortieren. Okay. Also für mich ist jetzt einfach nur die Frage, nehmen wir diesen blöden grünen Pilz mit, um diesen Kannibalen zu heilen, wenn wir den kriegen? Oder nicht? Ich meine, wir können ihn erstmal mitnehmen. Und dann füllen wir dreimal Wasser auf. Und gut ist. Ich denke so. Ja. Ne, Schoko kommt nicht weg. Ja, man könnte Schoko weggeben. Aber es ist mir irgendwie so eine Safe-Geschichte. Ja, okay. Ich gebe zu, man könnte Schoko weggeben. Ich gebe es zu. Du bist immer über 30 Punkte beim Rasten. Den Kannibalen zu heilen bringt nichts. Ja gut, also das ist die Sache mit dem Kannibalen. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung war. Also ich sage mal so. Wenn wir den heilen können mit dem grünen Pilz, dann kann er bleiben. Wenn nicht, dann würde ich ihn, glaube ich, sogar wegschicken. Auf Kosten, ich weiß nicht was, des Ruhms oder so. Okay, wir machen das so. Wir nehmen das so mit. Und mit Schokolade. Ja, Leute. Ich glaube, ihr habt mich überzeugt. Wir haben mit dem Zelt und den Konserven eine sehr gute Kombination. Wir brauchen keine Schokolade. Und wir können noch jagen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich denke, das ist gut so. So, insofern können wir aber trotzdem nicht reiten, wenn wir Wasser mitnehmen müssen. Ja. Gut, machen wir das so. Wasser auffüllen. Wasser auffüllen. Wasser auffüllen. Und nochmal, damit wir voll sind. Die 16 schmeißen wir dann weg. Können wir das eigentlich hier auch gleich machen? Ja. Okay. Dann beginnen wir die Expedition. Nee, den Whisky nehme ich nicht mit. Das ist mir mit einer Flasche. Das ist mir nix. Gut. Jetzt müssen wir also erst das Siegel finden. Na gut. Wie auch immer. Also, wir haben sechs Felder jetzt. Wir müssen in den Norden gehen. gut. Okay. 47. Wir können jetzt erst mal nicht. 42. Wir können jetzt erst mal nicht. Nicht reiten. Ah, diese Berge. Die sind so nervig. Tja, es ist tatsächlich effizienter, hier lang zu gehen. Oder hier unten erst mal gucken. Oder auf einen Berg steigen. Dann sieht man weiter. Nee. Ich gucke. Ich gehe da lang. Oh, was haben wir hier? Einen Schatz. Na, großartig. So, gut. Jetzt haben wir drei Ziele. Drei Ziele. Und wir müssen mal gucken. Ich würde so gehen, dass wir auf jeden Fall lagern können. 28 können wir gerade so hier machen. Das ist insofern gut schon mal. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das zuerst an. Was haben wir hier? Das ist ein altes Lager. Erkunden wir das erst mal. Juwelen. Zwei sogar. Sind gut. Erstes Problem. Wir sind überladen. Aber egal. Wir werden erst mal... Erst mal pennen. Nichts passiert großartig. Jetzt müssen wir bloß überlegen, was wir wegwerfen für die Juwelen. Das ist jetzt die entscheidende Sache. Wir übernachten nochmal. Aha. Er hat wieder einen Händler. Sehr gut. Ja, das hätten wir jetzt so auch rausbekommen. Ja, da ist ein Händler jetzt auch noch in der Nähe. Tja, Leute. Was machen wir jetzt? Wir könnten überladen dorthin gehen. Oder das Wasser wegtun. Ich glaube, ich tue das Wasser weg. Das könnte noch heikel werden mit dem Wasser. So, was haben wir hier? Tempel pendel, Schatz pendel. Teleskop. Teleskop ist ganz cool. Konserven könnten wir kaufen. Das Problem ist, wir haben natürlich jetzt keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Also die Konserven werden wir auf jeden Fall auffüllen, denke ich. Und da ist die Frage, ja, aber jetzt mal ehrlich, diese Schaufel zu kaufen, dann müssen wir wieder irgendwas wegschmeißen für die Schaufel. Dann müssen wir da unten hinlaufen. Dann haben wir, ich weiß nicht. Wer weiß, was das ist. Ich bin unsicher. Wollen wir... Ja, warte mal. Der hat ein... Die Juwelen haben hier einen Wert von plus 100%. Das ist natürlich auch ganz cool. Das Teleskop ist geil. Die Schaufel. Die Seile gegen die Schaufel. Zurück zum Schiff könnten wir auch noch. Das stimmt. Da könnten wir... Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Wir könnten zurück zum Schiff und uns einfach Wasser holen. Und die Diamanten dort auch reinlegen. Wir können das Wasser wegschmeißen. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Ja, das Teleskop finde ich aber irgendwie geil. Extra Kartenpunkte. Das heißt, wir finden schneller die Richtung. Das Teleskop finde ich super gut. Warte. Und einmal Konserven holen wir uns noch rein. Wir könnten vielleicht sogar, um richtig safe zu sein, noch mehr Konserven kaufen. Ja, vier. Perfekt. Okay. Dann machen wir das so. Handeln das jetzt. Wir sind zweimal überladen. Schmeißen das Wasser weg. Wo waren jetzt der Schatz? Der war hier oder da? Wisst ihr das noch? Ach nee, Quatsch. Da ist er ja, der Schatz. Ah, alles klar. Da ist das noch markiert. So, wir schmeißen jetzt zweimal das Wasser weg. Laufen dort zum Schatz. Und finden einen Metallwürfel. Der Metallwürfel ist gut. Mit der Metallwürfel kann man erstens länger in der anderen Welt verbringen und zweitens kann man den in einem Schrein ablegen, damit nichts passiert. Das kann uns nochmal helfen, ja. So. Ihr sagt, ich soll den Berg weg sprengen. Hm. Ich weiß nicht. Ja, könnte man machen. Hier würde es sich sogar lohnen, den Berg wegzusprengen. Natürlich ist das unsere wertvolle... Kann man eigentlich im Schiff rasten? Weiß das jemand? Kann man im Schiff rasten? Im Schiff kann man pennen. Und jetzt wieder die Frage. Gilt das als, ähm... Gilt das unter Tage jetzt? Äh, Quatsch. Gilt das hier an... Also gilt da die 30er-Regelung? Ansonsten müssten wir jetzt erstmal nochmal pennen. Ich glaube, ich pennen jetzt. Ist mir zu unsicher. Wir gehen dann zum Schiff. Wir werden erstmal schlafen. Schiff, Mission und Dorf sind nicht unter freiem Himmel. Alles klar. Okay, dann hätte ich es machen können. Dann... Ja, es... Dann können wir jetzt das Lager abbrechen. Dann schlafen wir im Schiff nochmal. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Zeit braucht. Egal. So, dann gehen wir da hin. Und laden den Krempel ab. So, und wir laden ab, das hier. Wir laden ab. Äh, ja, was eigentlich noch? Ha! Wir haben hier gar nicht so viel abzuladen. Na gut, immerhin. Wir haben uns ein bisschen Platz geschaffen. Aber der Rest ist unsere Basisausstattung. Den Metallwürfel nehmen wir jetzt mit. Wir brauchen dann noch einmal Wasser. Und sind jetzt nicht so doll... Also, ich weiß nicht, ob es sich jetzt so gelohnt hat, ehrlich gesagt, zurückzugehen. Äh, wo ich das jetzt gerade so sehe. Naja. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch Wasser mit. Zweimal. Wir sind ein bisschen knapp an Wasser, Leute. Die Sachen... Die nehmen natürlich auch ordentlich Platz weg, ne? Die Seile, meint ihr? Okay. Die Seile können wir rausnehmen. Ja, den Pilz, den brauchen wir. Das Teleskop weg? Ne, warte mal. Das Teleskop ist doch... Deswegen haben wir es doch gekauft, oder? Das gibt uns jetzt hier beim Gehen extra Kartenpunkte. Und die bringt uns das jetzt nicht... Ja, der Würfel. Der Würfel... Der Würfel. Ich... 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 Pack die Seile weg. Und... Den Würfel, da bin ich mir unsicher. Das Teleskop lasse ich hier. Ich nehme das alles mit. So, wir übernachten hier einmal. Ja, mit 87 kann man, glaube ich, weitergehen. Aber wir können noch mal Wasser richtig voll machen. Wir werden... Zurück zur Expedition gehen. Wir werden das 18er Wasser einmal wegtun. Und werden jetzt wieder weitergehen. Und zwar würde ich mal sagen, hier oben als nächstes hin. Ja. Was haben wir hier? Ein eingeborenes Dorf. Die sind bei minus 1. Na. Gut. Jetzt können wir gleich wieder zurücklaufen. Ne, das machen wir natürlich nicht. Wir handeln jetzt einfach mal so. Steckt irgendwas. Wir können das direkt essen. Kochen und essen. Wir könnten auch Coca-Blätter, aber die sind gefährlich. Voodoo-Puppe. Ja, ist schwierig. Wir nehmen zweimal Wasser noch mit. Ne, das reicht eigentlich nicht. Coca müssen wir nicht riskieren, glaube ich. Wir sind nicht in der Situation, dass wir das riskieren. Wir können jetzt nicht groß was mitnehmen. Ist Pech halt. Ja, die Edelsteine. Ein bis zwei Coca-Blätter tun nix. Na gut. Dann nehme ich sie. Auf eure Verantwortung. Handeln wir das so weg. Ah, toll. Wir werden verfolgt. So, dann essen wir das einmal. Kochen das einmal. Essen das nochmal. Und dann geht es hier hin. 37. Ja, 37 ist gut. Da können wir ein Lager aufschlagen. Wo wollen wir tendenziell hin? Vielleicht erstmal in die Richtung. Ah, ne, ich gehe hier hin. Pilze haben wir doch genug. Sechs Pilzen. Aha, das ist doch schon mal gut. Ein Portal. Portale sind schön. Und jetzt wird sich das mit dem Metallwürfel auszahlen, weil wir länger in der Portalwelt bleiben können. Aber vorher werde ich mein Camp hier nochmal benutzen. Ja. Okay, das ist erstmal eine schöne Sache. Lager betreten. Übernachten. So. Und nochmal übernachten. Tim Timster erzählte was. Okay, er ist immer noch begeistert. Ist an meiner Seite. Gut. So weit, so gut. Wir sind erstmal wieder bei 100. Alles erstmal in bester Ordnung. Okay, so dann Lager abbrechen. Weiter. Weiter. Und wir erkunden das Portal. Portal betreten. Gut. Ja, ja. Ein Pilz ist für einen Mitglied der Besatzung. Sechs Pilze sind nicht zu viel. Ja, bisher haben wir noch nicht einen einzigen gebraucht. Also, ich denke. So, warte mal. Was haben wir hier? Wir haben hier ein riesenhafter Vogel. Kommen wir mit dem klar mit dem riesenhaften Vogel? Was meint ihr? Wir müssen mit dem klar kommen, weil wir ansonsten nicht hier durchkommen. Wir haben natürlich jetzt hier nichts mit für den Wald. Der Vogel haut jetzt natürlich auch noch ab. Sehr großartig. Hier ist jetzt Zeit so ein bisschen kritisch. Die Vögel sind schon hart. Ja, sieht man, wie viele es sind. Vielleicht können wir uns auch durcharbeiten. Ist halt die Frage. Wir könnten auch einfach weitergehen. Was ist denn das hier? Ein Steinkreis ist ja schon nett. Ich gehe mal hier hin. Ei, 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 ei. Okay. Der ist aggro geworden. Ich würde mal sagen, wir greifen ihn an. Einer. Okay. Ah, unser Gewehr trifft nicht. Das ist ärgerlich. Defensives Manöver. Einmal, das sollten wir uns aufbewahren. Was bringt das? Flankieren ist gut. Ja, flankieren ist gut. Klauen ist auch okay. Ach, verdammt. Wir haben aber... Wir können natürlich jetzt nicht mehr das andere Gehirn kriegen. Das habe ich verkackt. Tja... Aber dann können wir immer noch einen guten Schuss machen. Insofern... Nehme ich lieber ein Schild mit. Ei, ei, ei. Den bewahre ich mir auf. Jawohl. Immerhin ein gezielter Schuss. Tja... Auf den Hund... Der hat aber nur acht Lebenspunkte. Eigentlich ist das doch bescheuert, oder? Ich weiß nicht. Naja, beide Augen sind wichtig. Ja. Muni. Ja. Jetzt Muni bringt das noch was. Wir können doch mit Muni maximal jetzt einfach nur ein, zwei Schaden mehr kriegen. Aber wir kriegen ihn noch nicht weg. Okay, ihr meint auf den Hund. Na gut. Dann machen wir das. Muni brauchen wir, glaube ich, nicht. Das bringt uns nix. Können wir nochmal rollen. Bringt uns auch nix. Dann beenden wir die Runde. Na okay. Uns hat es einmal erwischt. Aber jetzt müssten wir ihn eigentlich kriegen. So, jetzt aber. Ah. Da hätten wir beinahe. Das reicht noch nicht. Die müssen wir uns aber aufbewahren. Schneiden dagegen. Schlag ist schon mal gut. Das reicht noch nicht, aber das kriegen wir. Treten. Na gut, dann haben wir es auch so. Okay. Ich weiß nicht. Ist jemand, blutet jemand oder so? So, Vogelfeder und frohes Fleisch. Gut. Jetzt kochen wir es mal. Essen das Fleisch. Machen wir uns voll. Die Vogelfedern haben. Die Vogelfedern haben, tja. Wie sieht es aus, Leute? Wir könnten einmal Wasser wieder wegwerfen. Das wäre es vielleicht, ne? Hier brauchen wir eh kein Wasser. So, und jetzt ist die Frage. Heilen eigentlich. Ah, der blutet. Wartet mal. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Ich gebe mal ihm erstmal den Pilz. Verletzung ist weg. Bluten wir auch? Ach, wir bluten auch, ja. Okay, dann brauchen wir das natürlich auch. Gut. Wir sind geheilt. Okay. So. Tja. Zwei von den Dingern. Muni weg? Nee. Ja, Leute. Muni. Also, wir können Fackeln weg. Oder Muni weg. Ich weiß nicht. Oder Dynamit weg. Nee, Dynamit könnte uns auch noch helfen. Wasser oder nicht Wasser. Ich tendiere tatsächlich zu den Fackeln. Ja, ich weiß. Wir haben sie extra gekauft. Aber, ja, stimmt. Erstmal den Steinkreis ansehen. Das ist auch noch ein Argument. Wer weiß, was da noch passiert. Steinkreis betreten. Ruinen oder Dörfer enthüllen. Ja, wir machen mal Dörfer. Und dann packe ich jetzt die Fackeln weg. Und wir gehen... Ah, das ist alles halt durch den Wald. Weil wir natürlich nicht auf Wald vorbereitet sind. Ist das natürlich alles Hardcore. Wir gehen hier. Und da haben wir ein Schrein. Ah, ich weiß nicht. Das ist doof jetzt, ne? Ein Schrein ist doof. Weil wir hier auch so lahm Arsch... Weil wir hier... Ah, nee. Und wir müssen da bei den Gorillas vorbei. Ich bereue es jetzt fast schon hierher zu gegangen sein. Weil irgendwie bringt uns das gar nicht weiter. Habe ich das Gefühl. Normalerweise sind hier coole Sachen dabei. Aber... Im Moment verlieren wir eher Ressourcen, als dass wir was gewinnen. Ah, Level Up. Okay. Das ist nochmal gut. Dann kommt unser... Bekommt unser Koch erstmal. Das nächste. Ich könnte rasten, bis es zu Ende ist. Ja, das ist ein guter Hinweis. Der Händler müsste einen Würfel bekommen. Was heißt das? Ja, man könnte rasten, bis es zu Ende ist. Das stimmt. Oder wir könnten in den... Aber wie können wir abhauen? Wir können hier ja weggehen, ne? Das Problem ist, dass wir... Wenn wir in den Schrein gehen, natürlich... Wir haben keinen Platz, Leute. Wir haben keinen Platz. Das ist... Verkackt. Ach so. Der Händler müsste jetzt einen Würfel bekommen. Ah, ja. Okay. Das war der Hinweis. Pass aber... Oh, ja. Stimmt. Mit dem Portal und das Zelt. Wir dürfen nicht lagern. Verdammt. Okay, das ist doof. Wir dürfen nicht lagern. Ey, das Ganze haut uns hier so richtig rein. Das ist alles Mist. Ich könnte folgendes machen. Ich könnte den Schrein erkunden. Dann schmeißen wir die Vogelfedern weg. Weil was im Schrein ist, ist wahrscheinlich wertvoller. Und dann hauen wir ab. Dann gehen wir einfach zurück zum Portal. Und um da hinzukommen, essen wir Konserven. Das wäre mein Plan. Hitze. Hitze heißt Feuer, ne? Ein Mondstein. Oh nein. Auch das noch. Wollen wir den mitnehmen? Brauchen wir den Mondstein? Oder wollen wir den Metallwürfel hinlegen? Den Würfel nutzen, meint ihr? Okay, ich kann auch warten. Okay, Alter. Also Leute, wir nutzen den Würfel. Wir nehmen den Kram weg. Und den Mondstein? Brauchen wir den Mondstein? Ich weiß es nicht. Wozu brauchen wir den Mondstein noch? Den brauchen wir doch nur, wenn wir diese anderen Pyramiden haben, oder? Ist doch Unsinn. Wozu brauchen wir den Mondstein noch? Der. Ja, aber ich muss ihn halt mitnehmen. Also aufheben. Na gut. Gut. Wir könnten warten. Wie wartet man? Hier einfach, ne? Warte ohne etwas zu tun. Kosten, geistige Gesundheit 15. Wir sind jetzt erstmal überladen. Also, wir tun die Federn weg. Und ich glaube, ich tue das Dynamit weg. Ich, das mit dem Wasser ist schwierig. Wir sind am Anfang der Wüste. Das ist doof, das Wasser wegzulegen. Nochmal zurück zum Schiff laufen? Ich weiß nicht. Ja, an sich. Andererseits, wir haben drei Sachen, die man da schön hinbringen kann. Ich will nicht zum Dorf gehen. Da muss ich kämpfen. Das ist alles Ressourcen aufwendig. Ich gehe da nicht zum Dorf runter. Das mache ich nicht. Okay, Leute. Ich lege das Dynamit weg. Ich entscheide mich für das Dynamit. Und ihr meint, warten wäre eine Möglichkeit. Warte ohne etwas zu tun. Kostet mich 15. Bis wir zurück teleportieren. Ah, nee. Ist schwierig, ne? Ist halt die Frage, was effektiver ist. Zurücklaufen oder jetzt weiter warten? Ich muss eh essen. Hier kommen wir aber nicht weit. Ich warte nochmal. Oh, können wir mal endlich zurückkehren? Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt. Jetzt ist es soweit. Okay. Gut. Naja. Das war jetzt nicht so dolle, ehrlich gesagt. Das war nicht so dolle. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten jetzt rasten, zurücklaufen, das Zeug einlegen und wieder hinlaufen. Wahrscheinlich ist das das Beste. Wir essen nochmal eine Konserve. Sind wir auf 25. Essen wir nochmal eine Konserve. Übernachten. Laufen zum Schiff zurück, legen das ganze Zeug weg und marschieren weiter. Man muss so vorgehen, meines Erachtens, um das hier zu gewinnen. Okay. Übernachten. Zack. Weiter. Rasten, rasten, rasten. Ach, das lila Augensymbol sagt uns das. Alles klar. Übernachten. Ein persönlicher Moment wieder zwischen den beiden. Hervorragend. Und bitte Zelt abbrechen. Okay, weiter. So, wie kommen wir da unten hin? 52. Ist doch in Ordnung. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. So, jetzt lassen wir das hier, das hier, das da. Und dann füllen wir Wasser wieder auf. Der Rest wird mitgenommen. Wasser auffüllen. Wasser auffüllen. Wasser auffüllen. Boah, jetzt haben wir aber viel Wasser. Egal. Übernachten. Na, Bukusemi war schon wieder da. Achso, man hätte das Lager stehen lassen können. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Ähm. Hätte man auch machen können. Das stimmt. Dann hätte man an der gleichen Stelle weiterlagern. Dann, dann, ja, das ist ein kluger Schachzug gewesen. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Aber Zeit ist jetzt eh kein Kriterium. Insofern, was ist das eigentlich für eine Wüste mit Wald und so? Ist ja auch komisch, ne? Ich gehe jetzt hier hin. Wobei, wenn ich das richtig sehe, wir haben jetzt so viel Platz, dass wir im Zweifel sogar reiten können. Wenn wir einmal Wasser wegwerfen, wäre auch eine Möglichkeit. So, das ist der Magnetberg. Wir könnten gegen Hyänen kämpfen, wäre eine Möglichkeit. Könnten wir Fleisch bekommen. Aber warte mal. Hier ist, glaube ich, ha, wisst ihr was? Hier ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Hier ist das Ding, um die Pyramide rauszuholen. Bin ich der Meinung. Leute, der Hund ist um Süß. Der Hund kostet keinen Personenplatz. Ja. Wir werden auf jeden Fall jetzt reiten. Wir nehmen einmal Wasser weg. Setzen uns auf den Büffel. So. Die Frage ist jetzt, was meint ihr? Straight hier hin oder wollen wir jetzt noch Kojotenjagd machen? Wie sieht der Chat das? Ansonsten würde ich nämlich jetzt lagern. Mein Ruf ist mir total Pille. Straight da hin, sagt ihr. Ja gut, dann würde ich allerdings jetzt erstmal wieder das Lager aufbauen. Ach so, die Charakteristika der Portale gibt es erst ab 5. Okay, alles klar. So, wer macht denn? What? Okay. Wir können handeln. Stoßzahn. Geldwert 60. Oh, der ist viel wert, Leute. Der ist viel wert. Den könnten wir einfach so kaufen. Und die Beeren... Ich glaube, wir nehmen einfach nur den Stoßzahn mit. Das reicht. Okay, die Geist der verstorbene Uhr haben wir erschienen aus dem Nichts. Sie trauerten ihren Tod. Unnatürlicher Monster. Aha. Jetzt kommt die Höhle. Das heißt, das ist das Ding mit der Mumie, Leute. Ich würde sagen, jetzt müssen wir den Mumie im Kampf machen, um an den Ruhm zu kommen, oder? Ich nehme das mal an. Okay. Okay. What? Das ist so keine Höhle. Hä? 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 Warte mal. Das... Hä? Das Gebiet können wir doch gar nicht betreten. Was ist denn das für ein Quatsch? Hä? Wie ist das denn bitte gemeint? Wie soll man da denn hinkommen? Verstehe ich nicht. Hä? Das ist doch außerhalb unseres Gebietes. Okay. Gut. Alles klar. So. Ich habe keine Fackeln. Habt ihr zu Recht festgestellt? Alles klar? Das braucht man dafür. Naja. So. Wir legen noch einmal Wasser raus. Wir haben dreimal Wasser. Das reicht. Wir reiten weiter. Hier muss aber irgendwas sein. Die Frage was? Ich gehe mal noch nicht in die Wüste. Ich gehe erstmal hier hin, sodass wir Wasser sparen. Aha. Doch, Leute. Das ist das, was wir suchen. Das ist das. Das Blöde ist, wir kommen im Moment nicht hin. Aber wir können erstmal hier hingehen. Ah. Jetzt geht es weg. Ich gehe trotzdem weiter. Was haben wir hier? Eine Gruft. Gut. Wir müssen aber hier hin. Wir müssen hier hin. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Weil jetzt hätten wir Schokolade gebraucht. Jetzt müsste ich nämlich was haben, um da hinzukommen. Weil da kann ich jetzt nicht rasten, weil dann das wieder weg geht. Das ist erstmal wichtiger, glaube ich. Oder wollen wir die Gruft? Kann man in die Gruft ohne Fackel? Kann man. Okay, dann gehen wir in die Gruft. Sarkophag öffnen. Ey, geil. Mumie. Ja. Mumie, Mondstein, Juwelen. Kein Kampf. So, jetzt müssen wir vermutlich absteigen. Sonst geht das nicht mehr. Wir sind immer noch einmal überladen. Leute. Es macht mich fertig. Wir kommen, also wir finden wahnsinnig viel, aber wir kommen nicht voran mit unserem eigentlichen Ziel. Naja, doch. Wir müssen hier hin. So, was machen wir jetzt? Ah, ja. Wir könnten, warte mal, wir könnten das Lager aufbauen. Dann könnten wir rasten, dann könnten wir da hingehen und dann können wir wieder zurückgehen. Und dann konnten wir uns überlegen, was wir wegschweißen. Noch ein Wasser weg, meint ihr. Risky. Wieder zurück zum Schiff. Da haben wir ja gar keinen Platz mehr. Da ist nicht mehr viel Platz, oder? Hatten wir da Juwelen hingesteckt? Die könnten wir stacken. Naja, das Blöde ist, wir können jetzt nicht die geistige Gesundheit gewinnen, um dorthin zu kommen. Das heißt, wir müssen rasten. Das heißt, wir bauen das Camp auf. Wir werden einmal übernachten. Wie? In dieser Nacht eigentlich ist ja ein Vorfall ohne sprachlichen Schreckens. Mit einem lauten Stöhnen und dem Geräusch von bärstendem Holz befreite sich die Mumie aus der Kiste, in der wir sie transportiert hatten. Sie zuckte und wankte unheilvoll auf uns zu. Nein! Verdammt! Scheiße! Yo! Oh yeah! So, was kann die? Ah, die hat nicht so gute Würfel. Aber 20 Lebenskraft. Okay. Okay, wir brauchen... Ah, wir haben das Auge nicht. Wir brauchen das Auge. Also, das müssen wir aufbewahren. So, dann gucken wir mal, was wir sonst noch so zusammenkriegen. Verteidigung. Äh, das ist irgendwie doof. Gibt es da noch was Besseres? Vierer. Das ist gut. Machen wir das erst mal. So, dann... Ja, gehen wir jetzt defensiv. Sieben Schild ist schon mal nicht schlecht, würde ich mal sagen. Den brauchen wir, den müssen wir bewahren. Ich weiß nicht, ob wir mit der einen noch was Besseres machen können. Also, wir bewahren das mal auf. Das auch. Können wir das auch noch aufbewahren? Ne, das können wir... Ah, das riskiere ich mal. Das würfel ich weg. Halt, ne, Quatsch. Einen müssen wir würfeln. Was? Das mache ich für einen Quatsch. Nein! Ah, wir haben hier ein Auge. Ja, wie geil. Gut. Was bringt uns das? Nochmal ein Schild. Jetzt haben wir 10. Das müsste eigentlich ganz gut kommen, oder? Ja, das lief gut. Das lief gut. So. Meister auf der Schuss. Strike. Okay. Glück gehabt. So. Ich glaube, wir werden jetzt das Lager hier stehen lassen und schnell hier rüber gehen. Nein! 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 Fuck! Naja, es war nicht so viel. Es war nur ein roter Pilz. Und ein bisschen Wasser. Und das Schatzpendel. Das ist auch egal gewesen. Naja. Okay. Wir lagern einfach ein bisschen weiter. Ja, ist die Frage, ob das die Oase ist oder das Ding, was wir suchen für die Pyramide. Ich weiß es nicht. Ich muss es ja wissen. Also, es kann es ja auch sein. So, wir lassen das wieder stehen. Gehen jetzt, glaube ich, mal erstmal da gucken. Solange wir da nicht hinkommen. Ja, jetzt geht es natürlich. Hier ist die Oase. Die Oase. Aber wir müssen jetzt verdammt nochmal hier hinkommen. 54. Bitte, bitte, lass uns jetzt da vernünftig hinkommen. Ja. Ja, 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 ja. Das ist genau das, was wir haben wollten. Hervorragend. Und jetzt wissen wir auch, wo die Pyramide ist. Ach du Scheiße. Die ist ganz oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Jo. So, wir essen mal einmal Konserve. Ja, und jetzt haben wir das Problem, dass wir da nicht sauber rauskommen. Warte mal, kommen wir ins Lager? 20% Risiko. Wir dürfen nichts riskieren. Hier. Ich gehe hier hin. 32. Ich hoffe nicht, dass uns das Wasser wieder überrascht. Ich könnte natürlich auch nochmal sicher gehen, hier lang gehen, aber dann verbrauche ich noch mehr. Ich weiß nicht. Jetzt muss ein bisschen was riskiert werden. Oh. Ja gut. Es wäre auch, es war beim ersten, es war beim ersten Ding. Shit. Die Mumie ist weg, Leute. Ich hasse es. Ich hasse es. So, wir müssen zum Lager. Die Oase gilt aber trotzdem noch als... Was nutzt uns die Oase? Kann das mal einer sagen? Ist die Oase einfach nur eine Raststätte? Dann ist das Lager natürlich gleichwertig. Dann brauchen wir da gar nicht hin. Ah, Wasser auffüllen. Stimmt. Wasser auffüllen. Das ist eine gute Sache. Okay. Wir müssen aber natürlich sowieso ins Lager, weil wir das Zelt abbauen müssen. So, jetzt gehe ich aber nicht nochmal. Wer weiß. Ich gehe jetzt. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier, auch wenn es sauteuer ist, ich gehe jetzt hier weg. Ja. Oh mein Gott. Das war weise. Ich habe gelernt, Leute. Ich habe gelernt. Und wir bereuen bald, dass wir keine Schokolade mithaben, sage ich euch. Wir müssen jetzt die 20% riskieren. Oder wir müssen hier nochmal... Oh, das ist so doof jetzt. Das ist jetzt echt doof. Halt, nee. Wir können reiten. Wir können reiten, Leute. Wir können wieder reiten. Dann schaffen wir es dorthin. Ja. Übrigens sehe ich gerade, dass der Restream-Chat sich aufgehängt hat. Das heißt, ich sehe im Moment nicht die Twitch-Leute. Das tut mir schrecklich leid. Kann ich jetzt auch leider nicht verändern. Beziehungsweise ich könnte nochmal das Programm starten. Aber es ist irgendwie so dramatisch. Das hält es da. Wir müssen aber über 30 kommen. Die Frage ist, ist das jetzt noch so wichtig? Ja, wir müssen jagen, Leute. Wir betreten das Lager. Übernachten. Wollen wir ihm was geben? Ach komm, wir sind nett. Okay, es hat nur Ruf gebracht. Das war jetzt sinnlos. Nur noch zwei Pilze da. Nettigkeit wird wahrscheinlich bestraft. Gut, nochmal übernachten. Ausruhen. Die Frage ist, ob wir jetzt wirklich in die Oase gehen. Weil das kostet natürlich wieder. Wir müssen dann wieder anhalten. Und so ein Kram. So könnten wir jetzt ein bisschen Strecke machen. Wir müssen hier irgendwie hin. Ah, das ist eine unschöne Situation. Wir sind jetzt überladen. Schon wieder. Kann man das irgendwie zusammenfügen? Ja, kann man glaube ich. Genau. Genau. So, wir haben 40 Wasser. Wie viel verbrauchen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt hier hingehen? Das ist nicht so viel. Ich glaube, ich schmeiße das eine Wasser weg. Und gehe an der Oase vorbei. Hier kommen wir nicht anders hin. Wir müssen hier hingehen. Es könnte natürlich auch hier ein Weg sein. Das wissen wir nicht. Also gehen wir erstmal hier hin. Okay. Da ist ein Steinkreis. Ich denke, den nehmen wir mal mit. Und wahrscheinlich rasten wir dann einfach dort. So, was interessiert uns jetzt? Höhlen. Wir haben keine Fackeln. Dörfer interessieren uns. Weiß ich nicht. Wir haben immer noch einen guten Ruf. Man könnte noch in Dörfern handeln. Dörfer sind vielleicht doch noch hilfreich. Da kann man Wasser handeln und so weiter. Und Nahrung. Ich glaube, wir enthüllen mal Dörfer. Das ist ganz gut. Okay. Da oben haben wir ein Dorf. Das ist schon mal ein schönes Ziel. Auf dem Weg zur Pyramide. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir dort hin. Wir müssten Konserve nehmen. Das will ich nicht. Deswegen werde ich jetzt tatsächlich nochmal rasten. Zeit ist jetzt egal. Ja, sehr schön. Okay, 84 denke ich. Na gut. Na, nee. Das denke ich. Können wir losgehen. Dann gehen wir nochmal hier hin. Gucken. Oder straight in die Richtung. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Wollen wir jetzt noch die Chancen wahrnehmen, die es geht? Na, kommt. Wir gehen hier hin. Wir haben ja eigentlich Zeit. Im Moment ist die Sache ganz im grünen Bereich. Die nächste. Ja, und da ist ein blöder Skorpion. So. Nochmal die Gruft. Hat uns nicht. Hat uns nicht Glück gebracht. Gehen wir nochmal in die Gruft rein. Ich meine, wir können da nicht mehr reiten. Was vielleicht nicht so dramatisch ist eigentlich. Okay, wir gehen rein in die Gruft. Wir öffnen den Sarkophag. Und wir finden wieder Zeug. So, wahrscheinlich wird die Mumie wieder auferstehen. Wir werden absteigen. Hier werden wir jetzt befördern und kriegen einen neuen Würfel. Das ist schon mal gut. So. Jetzt ist die Frage. Wir haben nur zweimal Wasser. Ja, 37. Da müssten wir eine Konserve essen. Aber wir kämen hier hin. Wir wissen nicht, was da ist. Gut. Ach, das Dorf ist eine Mission. Oh, das ist geil. Da können wir Sachen loswerden. Oh, das ist gut. Das ist hervorragend. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, da erstmal hin. Und haben dort was? Das ist ein altes Lager. Das ist schon mal nett. Ah, da haben wir den Typen. Okay. Da ist er ja. So, und jetzt versuchen wir die Aktion. Scheiße, wir haben den Pilz verloren. Nein. Wir haben den Pilz im Wasser verloren. Oh nein, der große Plan. Ach, du Mist. Ach, du Kacke. Können wir das Risiko eingehen? Ich weiß es nicht. Der ist Kannibale, Leute. Der ist Kannibale. Und es kann sein... Ja, jetzt ist genau, jetzt ist die Frage, passiert das wieder, passiert das mit dem Kannibalen nur unter 30? Ich glaube nicht, dass man den bei der Mission abgeben kann. Äh... Nee, 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 also... Nee. Also vielleicht haben wir ja irgendwie ein super Glück, dass bei der Mission so ein scheiß Pilz ist. Aber ansonsten... Nee. Ich nehme den nicht mit. Das Schlimmste, was kann passieren, ist, wir verlieren Ruhm, okay. Aber wir sind hier noch so lange unterwegs und wir müssen noch mehrfach rasten. Und wenn das passiert, dann ist alles im Eimer, dann sind wir tot, dann können wir uns einpacken. Ja, auf dem Rückweg abholen. Ich kann ihn jetzt nicht mehr... Wenn ich ihn entlasse, ist er weg, ne? Gut, Leute. Das geht nämlich jetzt schon los, ehrlich gesagt. Wir müssen nämlich jetzt... Wir müssen jetzt rasten. Wir müssen jetzt wieder unser Zelt aufschlagen. Hilft nichts. Äh... Man kann auch in der Mission rasten, ne? Man kann auch in der Mission rasten. Das kostet aber was. Äh... Na gut, wir haben unseren Händler. Was meint ihr? Wollen wir in der Mission rasten? Und dann, wenn da kein Pilz ist, dann schicken wir ihn weg. Äh... Verdammt, Leute. Ist das bitter. 34. Wir kommen direkt in die... In die Mission rein. Na, komm. Wir versuchen da mal zu rasten. So, der Vogel geht weg. Wir betreten mal die Mission. Gucken mal, was hier zu handeln ist. Und was hat er? Er hat... Äh... Kann das jetzt auch in der Mission passieren? Kann auch. Ne, Leute. Ich schicke den weg. Also, ich greife erstmal kurz aufs... Ich mache das mit dem Lagerraum. Leider können wir ihn dort nicht hinschicken. Aber... Die Mumie können wir loswerden. Das ist geil, weil dann kann sie uns nicht mehr angreifen. Das können wir weggeben. Und wir können eigentlich die Mondsteine, glaube ich, am besten weggeben, oder? Vielleicht müssen wir die Juwelen nochmal im Notfall nutzen. Achso, wir haben ja auch noch die Stoßzahne und so. Ah, machen wir es mal lieber so. Mehr können wir hier nicht reinpacken. So, dann verlassen wir den Ort. Dann schicken wir den Typen weg. Ich schicke ihn weg, Leute. Ja, das ist blöd. Jetzt sind die anderen illoyal. Wenn wir das machen. Warte mal. Kannibalismus passiert bei unter 30 und an bestimmten Orten. Okay. Okay. Also 30 ist das Kriterium. Ja, ja. Erstmal ist Quatsch. Also, wenn es passiert, ist es die Katastrophe. Das heißt, aber wenn es... Ich meine, wir können das ja mit dem 30-Management hinkriegen. Okay. Dann bleibt er hier. Dann betreten wir die Mission. Wollen dort übernachten. Können das hier handeln. Und geben ihm noch ein... Ah, das will er nicht so gerne. Ah, minus 50% bei ihm. Mag er irgendein... Ah, schaut mal. Die Konserven mag er gerne. Geben wir ihm eine Konserve fürs Übernachten. So, und jetzt hoffe ich, dass die Mission ein... Ein beschützter Ort ist. Ihr habt es mir gesagt. Die Mission, das Dorf und das Schiff sind ein beschützter Ort. Kann dort jetzt Kannibalismus geschehen? Ja, Fleisch besorgen. Ähm... Ach, kommt. Wir versuchen es einmal. Ihr habt gesagt, es ist ein beschützter Ort. Unter 30 kann da nichts passieren. Wir glauben an Gott. Ach, wir müssen... Wir kriegen nur 30. Das ist ja nicht so dolle. Na gut, dann müssen wir draußen nochmal ein Zelt aufschlagen. Aber immerhin, wir sind über die 30 gekommen. Oder? Können wir jetzt nochmal übernachten? Ne, wir müssen echt jedes Mal handeln. Ne, das machen wir natürlich nicht. Äh... Abbrechen. Verlassen. Weiter. Wir müssen jetzt erst einmal das Lager aufschlagen vor der Mission. Lager betreten. Übernachten. Ausruhen. Gut. So. Nochmal übernachten. Dann... Kein Kannibalismus. Und dann... Müssen wir wohl mit dem Vogel kämpfen, oder was? So, wir sind... Ah! Verdammt! Es sind gleich zwei in unserer Nähe. Gut. Dann würde ich sagen, kämpfen wir gegen den... Welcher ist einfacher? Der Vogel oder der Skorpion? Aufsatteln. Ja, guter Hinweis. Ich glaube, der Vogel ist einfacher, ne? Schaut euch das mal an, wie wir ausgestattet sind. Oh geil, wir haben das hier. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Schuss. Das ist... Das ist super. Äh... Hufe. Machen wir erst mal zwei Schaden. Ja, nee. Wir brauchen das Auge. Wir brauchen das Auge. Können wir hier noch irgendwas Schönes machen? Treten. Treten ist auch gut. Ich glaube, das reicht schon. Wenn wir das jetzt sichern... Ach, nee. Wir brauchen zwei Augen, ne? Wartet mal kurz. Eins so, eins so bringt acht Schaden. Wie viel hat er noch? Er hat noch zehn. Zwei Augen sind zwölf Schaden. Das ist riskant jetzt. Kein. Okay, wir haben zwei Augen. Das geht schon. Klauen noch mal. Das bringt nichts. Gut, wenn wir jetzt die zwei Augen... Wenn wir jetzt mal endlich mit unserem Ding treffen, dann haben wir ihn. Nein! Kann doch nicht wahr sein. Vier Schaden. Das ist ja beschissen. Das ist ja beschissen. 50-50 Chance. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist so bekackt. Das ist so bekackt, ey. Jetzt haben wir noch nicht mal... Oh, nee, ne? Die Munition bringt jetzt nicht mehr viel. Oder? Schwerter und Augen, bringt das noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Schwert und Auge, aber das bringt vermutlich keine sieben Punkte. Kann nicht sein. Dann werden wir keine Muni einsetzen. Nee, die Muni bringt nichts. Das bringt nur einen Schaden. Ich muss mal kurz gucken. Schwert. Ich finde das gar nicht. Schwert und Auge bringt vier. Ja, aber dadurch kriegen wir ihn nicht. Also Schwert und zwei Augen bringt Blutung. Was heißt Blutung? Starke Blutung. Vielleicht hilft das ja doch noch was. Kommt, wir versuchen es. Vielleicht stirbt er durch Blutung. Keine Ahnung. Drei. Oh ja, drei Schaden. Er müsste jetzt tot sein, oder? Jawohl. Uh, alles klar. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles klar. So, den Skorpion, den lassen wir jetzt mal lieber. Jetzt ist die Frage, wohin? Kommen wir hier weiter? Das ist die große Frage. Kommen wir hier durch? Ich denke, ja. Ich bin optimistisch. Wir reisen hier. Wir hauen jetzt hier einfach ab. Wir reiten. Die blöde Krabbe. Nein, wir kommen dort nicht weiter. Nein, 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 nein. Was ist denn das für eine Scheiße, Leute? Wie kommen wir denn da bitte jetzt zu... Wir müssen da hin, oder? Oh nein. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ich habe zu spät gedrückt, ich habe zu spät gedrückt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ende naht. Das sind zwei. Ich hatte noch gedrückt. Ich hatte noch den Abbruch gedrückt. Was passiert beim Fliehen? Beim Fliehen kann man Zeug verlieren, oder? Wie läuft das nochmal? Ja, das ist jetzt eine Scheißabwägung. Also okay, wir verlieren Gegenstände und Personen. Können wir verlieren. Also, ich sage mal, wenn wir einen Teammitglied verlieren, ist die Sache, glaube ich, durch. Wenn wir das Zelt verlieren, ist die Sache auch durch. Ist es realistisch? Können wir das schaffen? Wir machen maximal, wenn wir richtiges Glück haben, und damit sollte man ja eigentlich nicht kalkulieren, machen wir zwölf Schaden mit unserem Master Shoot. Das wäre tatsächlich ein Skorpion. Mit zwei Augen und einem Treffer. Wir haben ja jetzt gesehen, wie man auch nicht treffen kann. Und dann ist die Frage. Er ist aus dem Spiel. Das heißt, wir haben auch wirklich nur diese Chance, die zwei Augen zu bekommen. Ein anderer hat keine Augen. Tja, Leute. Wie realistisch ist das? Tja, fliehen oder kämpfen? Das ist hier die große Frage. Die verfolgen uns auf Dauer sowieso. Das ist ein Argument. Kämpfen. Nee, Würfel ist doof in so einer Situation. Okay, Leute. Ich bin für Kämpfen. Wir haben nichts mehr einzusetzen, keine Munition. Es geht jetzt einfach nur um die Würfel. So, haben wir jetzt schon mal nicht das, aber wir haben immerhin einen davon. Okay, wir gucken mal. Den kann man, glaube ich, sowieso... Das ist schon mal drei Schaden. An einem. So, den müssen wir aufbewahren. Den dürfen wir nicht nehmen. Das heißt, das bringt uns nichts. Was bringt das noch? Treten ist auch nicht schlecht. Drei Schaden. Und kann man hier noch irgendwie was kombinieren? Den dürfen wir nicht weggeben. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal die drei Schaden noch mit. Okay. Den müssen wir aufbewahren. Den müssen wir neu würfeln. Der hilft uns nichts. Die Frage ist, können wir mit dem noch irgendwas Besseres später machen? Oder sollen wir den auch aufbewahren? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das Laufen könnte noch was Besseres bringen. Also wir müssen auf jeden Fall das aufbewahren. Dann würfeln wir nochmal ein. Schwert aufheben, sagt 79 Voller. Na gut, dann hebe ich es auf. Das ist ein präziser Angriff. Können wir aber nicht nutzen, weil wir das andere brauchen. Zwei Auge und Schwert reicht auch schon. Ne, wir wollen ja den anderen komplett mit einem Schuss töten. Also im Notfall reicht das für den, ja. Ja, wir haben immerhin jetzt erstmal eine Waffe. Das ist gut. Aber wir brauchen noch ein Auge, um den Meisterschuss zu setzen. Dann gucken wir mal, was wir hier mit den Schwertern machen können. Normaler Doppelangriff ist langweilig. Das Auge müssen wir aufbewahren. Diese Hände nützen uns nichts. Den können wir nicht nutzen. Das ist so beschissen. Das ist nochmal gut. Okay. So. Wartet mal. Wir könnten jetzt zwei Schaden machen. Aber der hat ja immer noch einen. Dieses Treten ist geil. Ich glaube, ich bewahre das auf, das auf und das auf. Und würfle jetzt nochmal. Ja. Okay. Okay. Also Leute, wir haben zwei Würfe. Und in zwei Würfen müssen wir einmal hier ein Auge bringen. Das ist... Das ist dann... Haben wir einen kompletten Skorpion getötet. Und der Rest ergibt sich dann hoffentlich. Hand rein? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Immerhin haben wir hier was Interessantes. Schild 3. Aber Leute. Ja. Jetzt brauchen wir hier ein Auge. Und da brauchen wir ein Schwert. Auge und Schwert. Und dann sind alle Probleme gelöst. Dann sind alle beide tot. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, oder? Na, mal sehen. Auge und Schwert, Leute. Ja, immerhin Auge. Immerhin Auge. Bitte wechseln. Hallo, ich will auf den anderen wechseln. Geh mal weg da. Jetzt. Das ist so scheiße, Leute. Ein fuckiger Hitpoint. Ich hasse es. Der kann jetzt nochmal voll durchziehen. Okay, ich glaube, wir sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, oder? Habe ich zumindest das Gefühl. Zehn Fleisch, zweimal Skorpion, Staffel. So, wir haben, also, wir haben eins, zwei, drei, vier Verletzte. Der ist uns egal. Wir haben zwei Pilze. Gut, auf jeden Fall muss der Koch geheilt werden. Und dann entweder Tim oder der Händler. Tim ist meines Erachtens, achso, wir haben ja noch den Hund. Der Hund ist auch verletzt. Gut, wir können nicht alle heilen. An der Mission allerdings gab es Heilung. In der Mission gab es Heilung. Okay, ihr meintet erst, wenn Entzündung. Okay. Gut. Ja. Dann müssen wir absteigen, würde ich sagen. Und zur Mission gehen. 25 kostet uns das. Boah. Ja klar, wegen des kurzen Weges. Und das dann einkaufen. Ich meine, wir können hier auch schon mal kochen. Obwohl, vielleicht kriegt er noch ein Level ab demnächst. Weiß ich nicht so richtig. Achso, wir haben jetzt 10. Ja, das sollten wir uns aufbewahren. Ja, gehen wir erst mal zur Mission. Wir wissen... Was hast du denn jetzt? Ja, wir haben die erste Entzündung, glaube ich. Lawrence. Ja, okay. Jetzt ist die Frage. Na gut, wenn wir hier kaufen können, ist das, glaube ich, okay. Handeln. Das brauchen wir. Und wir geben dir dafür, was du sehr magst. Ja, was machst du denn? Konservenmarker. 100 Prozent. Bonus. Minus 50 Prozent. Das ist doof. Das ist doof. Dann ist tatsächlich... Konserven ist jetzt die Währung hier. Die wir raushauen müssen. Ja, das, glaube ich, funktioniert nicht. Wir nehmen alles mit. Okay, bei 30 kann er auch beim Laufen zuschlagen. Die Zähne sind unwichtiger als Konserven. Ja, gut, das ist ein Argument. Aber das Problem ist, von denen müssen wir halt sehr, sehr viel weggeben, um das zu machen. Wir müssen acht Zähne weggeben. Tja, aber Konserven, na klar. Das könnte... Aber wir haben jetzt 15 Fleisch. Das müsste eigentlich... Mohnsteine soll ich zahlen? Das bringt... Das bringt... Ah, nee. Tja, ob wir das verarbeitete Fleisch teurer verkaufen können, ist eine gute Frage. Könnte man nochmal probieren. Jetzt müssen wir alles probieren. Kochen wir erst mal. Wert 5. Na, vielleicht gut. Vielleicht hat es für ihn einen größeren Wert, ne? Auf jeden Fall stackt das gut. Wir können jetzt auf jeden Fall wieder reiten. Handeln. Handeln. So, wie ist das? Das hat... Nee, hat keinen zusätzlichen Wert. Ich tendiere dazu, die Konserven zu geben, weil... Die werden dann irgendwann... Da wird der Stack noch frei. Ich glaube, wir machen das so. Handeln wir das so aus. Okay. Jetzt ist die Frage, heilen wir den Kannibalen? Heilen wir den Kannibalen? Ich denke, ja, ne? Nehmen wir, glaube ich, erst mal die Pilze. So, wie heißt der? Der heißt... Also, wenn wir ihn jetzt schon mitschleppen, dann soll er auch noch geheilt werden. Von mir aus. So, die Wunde ist weg. Verlassen. Okay. Jetzt ruhig bleiben. Und jetzt erst mal was essen. Ach, wisst ihr was? Jetzt hauen wir die letzten Konserven auch noch weg. Wir sind aber unter 30. Das ist schlecht. Also müssen wir noch einmal Fleisch essen. Wir sind über 43. Und jetzt werden wir erst mal wieder unser Lager aufschlagen. So. Jetzt ist die Frage, mal gucken, ob sich noch weitere Wunden entzünden. Übernachten wir. Tja, bei 83 übernachten wir nochmal. Vielleicht kommt mal was Positives. Ja, es bringt vielleicht auch Relegation oder sowas. Wir übernachten nochmal. Mal. Okay. Wir sind wieder voll und wir sind wieder im Spiel, Leute. Wir sind wieder da. Gut, es gibt auch noch eins, zwei. Okay, alles klar. Jo, aufsatteln. Absolut. Reiten. Und jetzt ist das Problem, dass wir hier vermutlich hin müssen. Und wenn wir dort sind, können wir eigentlich auch hier mal halten und gucken, was hier los ist. Jetzt müssen wir nicht nervös werden. Das ist eine Höhle. Und die nächste Infektion ist da. Höhle geht nicht, weil wir keine Fackeln haben. Entzündete Wunde. Okay. Dann werden wir den nächsten Pilz nehmen. Für ihn. Ach, verdammt. Er ist paranoid geworden. Aber gut, wir haben ja noch einen Pilz, einen anderen Pilz im Schiff. Okay. Jetzt beginnen die Probleme. Also, paranoid heißt, leidet unter genereller Misstrauigkeit gegenüber anderen. 66. Da ist jetzt das nächste Viech. 27 ist eigentlich ein guter Punkt. Könnten aber auch direkt hier hingehen. Müssen jetzt bloß aufpassen. Okay. Das ist ein verdammter Tiger. Jetzt haben wir die nächste Wunde. Louis. Ja. Ich würde sagen, der nächste Kampf steht bevor, oder? Spricht irgendwas dafür, Louis erstmal zu heilen? Oder kämpft er dann sonst nicht mit? Oder wie ist das? Oh, unsere Lebenspunkte. Was meint sie? Sollten wir Louis vorher heilen? Hat das irgendwie Vor- oder Nachteile? Na, ich bin ja nicht reing... Ja. Ich... Ja. Wir haben ja alle... Wir haben die Kontrolle doch jetzt hier. Ist doch alles gut. Okay, dann kann er kämpfen, sagt ihr. Heilen. Gut, dann heilen wir Louis vorher. Und jetzt ist die Frage, sollte man Fräulein Hosking auch heilen? Die hat jetzt 8 von 10. Aber die kämpft doch auch mit, oder? Ja. Ich weiß nicht. Kämpft die mit, wenn sie Blutung hat? Ja, ne? Müsste eigentlich mitkämpfen. So, wir greifen den Tiger an. Ein Tiger ist so ein Witz. So ein popliger Tiger. Den kriegen wir doch locker. Den kriegen wir doch locker. Ja, und hier wird auch mitgekämpft. Und wir haben hier auch schon einen schönen, gezielten Schuss. Wir haben hier schon einen schönen, meisterhaften Schuss. Perfekto. Und dann treten wir noch einmal nach. Und alles ist gegessen. Wahnsinn. So. Dann werden wir jetzt nochmal schön kochen. Sind wir auch nicht mehr überladen. Und es geht weiter. Und da kommt dieser blöde Elefant noch. Aber wir stehen jetzt so gut, dass wir an dieser Stelle hier direkt nochmal das Camp aufschlagen. Schön nachgetreten. Ja, genau. So, Leute. Lager betreten. Übernachten. Ah, hier ist schon wieder so ein verdammter Streit. Aber das werden wir wohl schaffen. Ja. Wie viele Würfel wir jetzt haben. Loyalität verbessert. Sehr gut. Jetzt kommt... Was kommt jetzt? Nee. Dann nochmal übernachten. So. Okay. Okay, okay, okay. Dann Lager abbrechen. Weiter. So, jetzt ist die Frage der Elefant. Der hat eine Aggro-Chance von 0%. Das ist doch schon mal gut. Ich tendiere... Jetzt ist die Frage, halten wir dort an? Nee, ich glaube, alles, was jetzt kommt, würden wir eh auf dem Rückweg machen. Und insofern laufe ich jetzt erstmal zur Pyramide durch. Was wir haben, das haben wir. Wir sehen ja gleich, was das ist. Okay, das ist doch gut. Können wir auf dem Rückweg noch ein bisschen kleine Plünderung machen. Erkunden wir erstmal die Pyramide. So, hervorragend. 30 Geistige Gesundheit. So. Jetzt haben wir das geschafft, Leute. Okay. Jetzt... ...müssen wir überlegen. Was... Also, was wollen wir hier noch alles erreichen? Das Problem ist, wenn wir jetzt noch eine Plünderung machen. Also, ich glaube, wir machen nicht mehr als eine Plünderung, würde ich sagen. Oder? Also, der Heimweg ist safe. Der Heimweg ist safe. Da kommen wir, glaube ich, hin. Na gut, hier ist noch so ein blöder Vogel. Aber da können wir rumlaufen. Die Frage ist, ob wir jetzt hier noch, wie die Blöden, den Rest hier noch erkunden. Oder ob wir jetzt auf Nummer sicher gehen. Hm. Hier könnten wir noch hinlaufen. Wir könnten jetzt noch die Umgebung erkunden. Ach, Leute. Ach, ich... Jetzt haben wir so einen Spaß daran. Jetzt bleiben wir hier noch ein bisschen. Okay, das ist eine blöde Höhle. Die nützt uns nichts. Wir müssen jetzt gucken. Im Zweifel, wir müssen wieder rasten. Zeit ist jetzt eh egal. Obwohl, wir haben... Dieses Fleisch wird... Das ist vergammelt, ne? Dann können wir das auch essen. Dann gehen wir jetzt so da hin. Das ist jetzt egal. Nehmen wir jetzt das Fleisch. Ach, da kommt noch ein Hunter. Das ist ein Wasserfall. Das ist schön. Da können wir noch mal Wasser tanken. Werden wir aber noch einmal Fleisch essen und dann erkunden. So. Wir werden Wasser auffüllen. Einmal reicht aber. Und wir werden übernachten. Kann, glaube ich, nichts passieren. Was ist hier los? Okay. Ach, da sind... Welche haben gebadet. So, warum bin ich hier so rausgezoomt? Gut. Gut. Dann verlassen wir den Ort. Schmeißen die zwei Wasser weg. Und gehen jetzt südlich. Ne, ne. Ich komme nicht unter 30. Die Frage ist, wollen wir das da auch noch erkunden? Kostet uns eine Klettersache? Ne, mache ich nicht. Wir plündern jetzt den Tempel. Wir gehen hier hin und plündern den Tempel. Der Elefant macht nichts. Okay. Okay. Ja. Dämpfe. Da kommen wir aber, glaube ich, rechtzeitig weg. Altar untersuchen. Drei Sachen. Da haben wir jetzt drei der Mondsteine. Wir nehmen alles mit. Zack. Und hauen ab. Ah. Verdammt. Das ist in unserer Richtung. Ach, du Scheiße. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir schmeißen den Pelz des Tigers weg. Oder? Ja. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal hier essen. Also wir müssen reiten. Wir müssen was wegschmeißen. Dann würde ich sagen, warte mal, 20, 40. Ja, der Pelz des Tigers, der ist nicht so dolle. Wieso absteigen? Ne, wir müssen doch schnell hier durch. Absteigen ist doch doof. Das Fleisch kann nicht weg. Das Fleisch. Im Moment. Naja, weiß ich nicht. Theoretisch kann es weg. Ja, klar. Weil wir rasten können. Okay, jetzt nochmal zu den Dämpfen. Verdammt. Es sah so gut aus, Leute. Aber jetzt haben wir es überzogen. Was machen wir jetzt mit den Dämpfen? Also die Dämpfe können was machen? Wir kommen, das Problem ist, wir kommen hier nicht anders weg. Wir müssen, wir müssen da durch. Hier ist alles, es geht nicht. Es gibt, das ist der einzige Weg. Also selbst hier ist es versperrt. Wir müssen mitten durch die Dämpfe durch. Die haben Rhythmus wie Wasser. Okay, alles klar. Die Frage, wann es losgeht, ne? Ja, klar. Wir müssen uns hoch essen. Wir machen Schaden. Wir müssen was rausschmeißen. Die Vogelfedern, die sind auch nicht viel wert. 40 würden wir dafür bekommen. Hier würden wir auch 40 für bekommen. Hier würden wir 20 für bekommen. Die schmeiße ich weg. Wir müssen reiten. Abwarten, bis sie sich verziehen. Ja, wir nehmen einmal Wasser weg. Naja, was heißt verziehen? Die gehen ja nicht weg. Und im Moment sind die Dämpfe ja nicht da. Also jetzt ist eigentlich der Moment, da durchzugehen, oder? Ich weiß nicht. Hm, erscheint mir zumindest so. Ich weiß es auch nicht, Leute. Wie abwarten? Also ich verstehe das Abwarten jetzt nicht. Also ich kann ja mal warten. Also mal gucken, was passiert. Aber wir stehen doch möglicherweise in den Dämpfen mit drin. Was in der Mission eingelagert ist, wird nach Hause geschickt. Das brauchen wir nicht abholen. Gut, wir müssen den Rhythmus beobachten. Alles klar. Die Frage ist, dann sollten wir vielleicht weggehen, oder? Nicht, dass wir noch in deren Einzugsbereich mitstehen. Wohin gehen wir? Aber da würden wir nach unten gehen. Wir können doch hier einen Schritt nach oben gehen. Ne, ich komme hier nicht durch. Hier kommt man nicht durch. Ich gehe jetzt ein nach oben. Das ist ja so wie abwarten. Okay. So, jetzt... Wir wären wahrscheinlich schon durch gewesen, Leute. Ah! Na, na, na. So, wir warten jetzt. Ein Tag, zwei Tage. Oh nein, wir stehen da mittendrin, oder? Stehen wir in der Gosswolke? Toll. Tolle Wurst. Verdammt, 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 verdammt. Wie sollen wir denn jetzt weggehen, Leute? Wir können hier nicht weggehen. Also, weiß ich nicht. Hier ist keine Gaswolke. Hier ist nur die Herde. Reisetage drei. Okay, wir müssen weg. Hier ist eine Gaswolke. Hier sind wir sicher. Ja, das heißt, ich reise hier hin und dann hier. Okay. Hat geklappt. Puh. Der eine strömt jetzt hier kein Gas mehr aus. Aber hier unten ist noch Gas. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das entwickelt. So. Jetzt ist die Frage. Geht das irgendwie weg? Soll ich nochmal warten? Ich warte nochmal. Sieben, sechs Tage. Oh, stehen wir immer noch... Ah, wir stehen auch hier in der Wolke. Okay, vier Gasttage sind noch. Ein Gasttag. Dann... Theoretisch könnte wir jetzt eigentlich losgehen, ne? Weil wenn die Info stimmt, dann ist das Gas weg. Wenn wir da sind. Wir müssen mal aufpassen. Wir dürfen nicht unter 30 kommen. Wegen des Kannibalen. Deswegen fresse ich mich jetzt hoch. und gehe hier... Ja. Gehe... Na, zur Mission brauchen wir eigentlich nicht. Gehe hier hin. Jo. Okay. Puh. Ah, verdammt. Wir bluten alle. Hä? Was ist denn hier los? Haben wir das durch das Gas jetzt doch noch bekommen? Oh nein, Leute. Wir haben noch zweimal. Äh, wir müssen jetzt erst unseren Koch heilen. Okay. Das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt wenig Zeit haben. Äh, Stichwort übernachten. Wegen... Wir können vielleicht in der Oase nochmal übernachten. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Das kostet nicht so viel Zeit. Ich esse mal komplett. 83. Kommen wir natürlich nicht hin. Wir müssen einen Zwischenstopp machen. 62. 68. Äh, wir dürfen nicht... Ah, das ist... Verdammt. Wir fallen unter 30. Wir fallen unter 30. Solange ich im Zelt übernachte, kann ich regenerieren, ohne Infektion zu bekommen. Ja, okay. Wenn das so ist, dann brauche ich ja nichts riskieren. Dann gehe ich jetzt nur hier lang. Wo ist die beste Schrecke? Hier, warte mal. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und übernachten dann im Zelt. Ja, jetzt haben wir leider wieder eine Infektion. Ei, 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 ei. Fräulein Hosking. Das war unsere letzte Medizin. Okay. Mann, 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 Mann. So, jetzt hoffe ich, kommen wir durch. Ah, ja. Wir kommen hin. Sehr schön. Sehr schön. Ach so, aber verdammt. Kannibale. Das gibt jetzt noch die Kannibalenchance. Äh, warte mal. Dann riskieren... Wir riskieren jetzt nichts. Wir wollen das nicht verlieren. Dann müssen wir noch einmal hier anhalten. Okay, also diese Info bezüglich des Kannibalen, das war echt wichtig hier mit dem unter 30. Das hätte sonst schon übel enden können. Okay, noch ein letztes Mal das Zelt aufschlagen. Wir haben, glaube ich, auch keine Wunden mehr. Okay. Ich gehe jetzt auch auf Nummer sicher und übernachte noch mal. Oh Mann, Leute. Mann, 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 Mann. Wir waren schon kurz vor dem Aus. Oh Mann, 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 Mann. So, Lager abbrechen und nach Hause. Was für ein Drama, Leute. Was für ein Drama. Wir haben alles mit. Und wir bringen sogar den Kannibalen nach Hause. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Siegreich heimsegeln. Eine lebende Legende. Das kann man nur so sagen. Oh mein Gott, Leute. Kein Geschwindigkeitsbonus, aber immerhin noch ein Reporterbonus. Kann man im Schwierer an Altersschwäche sterben? Ja, vielleicht. Aber das, naja, ich sage jetzt nichts. Natürlich, wir ziehen hier durch. Ich mache jetzt nicht Schluss. Heute ist mir das scheißegal. So, Dschungelentdecker. Sprengstoffexperte. Erhöht der Sprengradius. Starker Träger. Oh, geil. Starker Träger. So, wir werden jetzt wahrscheinlich, na, mal gucken, was, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt alles heimbringen. So, das verschenken wir natürlich. So, das verkaufen wir. Das bringt unser Geld. Jetzt müssen wir gucken. Den Kram, den geben wir alles ab. Das werde ich verkaufen. Tja, bei dem weiß ich jetzt nicht. 2020. Wir haben 160. Wir kriegen vielleicht noch was. Tja, also, hier, das, das gebe ich alles ab. Nee. Den Stoßhahn, den verkaufe ich. Das heißt, das können wir verschenken. Dann haben wir genug. Das verschenken wir. Das verschenken wir. Das verschenken wir. Das verschenken wir. Das verkaufe ich. Und das verschenken wir. So, Leute. Wir liegen vorne. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, Tier-Upgrade brauchen wir in der Tat nicht mehr. Oh, Leute. So. Fünfte Expedition. Wir können in den Dschungel. Waren wir bisher noch nicht. Ach, warte mal. Dschungel. Da haben wir jetzt doch ach, vergraben. Da brauchen wir, mh. Jetzt haben wir doch die Mondsteine, ne? Trockenländer und nochmal Nordpol. Wir haben doch, Leute, hatten wir nicht, hatten wir nicht drei Mondsteine jetzt? Mir war so, mir war so, als hätten wir drei Mondsteine. Kann das sein? Wir haben einen irgendwie gelagert und zwei hatten wir noch dabei. Ja, wir hatten zwei dabei, aber hatten wir nicht eine irgendwo eingelagert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tempel in den Trockenländern. Ah, sehr schön, ja. Gut. Puh. Ja, super. Das heißt, wir brauchen, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir theoretisch nur zur Pyramide laufen. Und das ist tatsächlich sogar jetzt mal eine interessante Option, weil wir vorne liegen. Wir brauchen jetzt eigentlich nichts großartig riskieren. Also zur Pyramide laufen und vielleicht noch hier und da eine gute Jagd machen, würde ich sagen. Okay, alles klar. Wir nehmen die Trockenländer. So, sehr schön. Was kriegen wir dafür? Belohnung erhalten. 80. Ist ja wunderbar. Haben wir 300. Ist doch sehr schön. Ein Sammler grüßte mich und stellte sich vorher Trug uns auf, einen seltenen Steingötzen ausfindig zu machen in einer Siedlung. Den muss man irgendwie klauen oder so und dann kämpfen. Aber kämpfen können wir ja. Wollen wir das nehmen? Alpharius, wir werden... Achso, Erster mit der Pyramide. Ja, könnte sein, dass wir Erster werden. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Möglichkeit, Erster zu werden. Was meint ihr? Steingötze? Ist das realistisch? Ich meinte, Siedlung zu finden ist nicht ganz unrealistisch. Ähm... Okay. Klauen, Füße würfeln. Ja, okay, nehmen wir an. Gut. Jetzt haben wir neue Leute, aber jetzt nehmen wir natürlich keine neuen Leute. Jetzt sind wir ein so geiles Team. Nein, danke. Ich gucke mal kurz, was gibt es noch an Tür auf Rüstung? Aha, 150. Ausrüstung kaufen. So, jetzt brauchen wir aber einiges. Ey, wir haben sogar vier... Wir haben vier Mondsteine, Leute. Ja, ist ja geil. So. Hey, es gibt das verzierte Jagdgewehr. Geil. Wird gekauft. So. dann, denke ich, nehme ich noch mal eins, zwei davon mit. Dynamit ist auch immer eine nette Sache. Und wir haben jetzt keinen... Wir haben jetzt kein... Wir brauchen Verbandskästen jetzt irgendwie. So. Dynamit nehmen wir mit. Zweimal, oder? Muni wäre vielleicht auch ganz gut. Schokolade, zehn. Müsste reichen, wenn wir jagen, ne? Die Frage, wollen wir diesmal Fackeln mitnehmen? Ja. Okay. Drei Fackeln. Stacken die Schokoladen auf zehn? Nee, auf zwanzig. Dann können wir jetzt noch Schokoladen mitnehmen. Ja, ich glaube, zwei Fackeln reichen. Nehmen wir noch eine Schokolade mit. Joa. Und um das Geld komplett auszugeben, nehmen wir noch zwei Seile. Okay. Wie seht ihr das? Ist das ein solider Start für uns? Wir können hier nicht verkaufen. Nicht das Gewehr. Ich habe nicht genug blaue Dinger. Wartet mal. Das... Ja, wir haben doch schon das Jagdgewehr. Ein Gewehr mehr haben ist doch besser als kein Gewehr mehr haben, oder? Also ich finde, das Gewehr ist super gut, weil wir auf jeden Fall sicher treffen. Die Munition sagt ihr ist sinnlos. Ja. Ich meinte, ja. Stimmt. Man könnte sagen, weil wir jetzt das zweite Gewehr haben, ist das nicht nötig. die Pistole hat Kombos mit Grün. Hm. Ist das so? Dann könnte man sagen, man kauft anstelle des Dings die Pistole. Das wäre natürlich ein... Das ist ein Argument, ne? Ist das so? Ich habe... In meinem Ausdruck sind natürlich keine... Stimmt, die hat Kombos mit Grün, aber die ist natürlich... Die macht natürlich auch nicht so viel Schaden. Aber ich finde das Argument ganz gut. Ich glaube, wir nehmen die Pistole. Ach so, wir haben ja noch Augen von Struppi. Stimmt. Struppi hat auch... Warte mal. Struppi hat auch zwei Augen. Ah, das ist eine schwere Entscheidung. Kopfschuss bringt sechs Schaden mit zwei Händen, ja. Was haben die nochmal? Die haben... Tim hat ein Auge... Der hat auch... Tim hat auch noch Augen. Stimmt. Ne, Leute. Ich nehme doch das Gewehr. Ich habe mich fürs Gewehr entschieden. Ja. Okay. Gut. Der Handel steht. So gehen wir los. Muni ist das Einzige, wo man sagen könnte, das ist vielleicht unnötig, aber das kostet auch nicht so viel. Ist egal. Nehmen wir jetzt. Dann setzen wir die Segel. Auf geht's, Leute. So. Wir brauchen... Trockenländer heißt aber, wir brauchen auch Wasser, ne? Na, wir gehen erstmal zum Lagerraum. Wir werden mal wieder den Whisky hier lassen. Das werden wir hier lassen. Das Wasser, das müssen wir sowieso nochmal machen. Einen Mondstein, glaube ich, den lassen wir hier. Dann haben wir... Ach so. Wir müssen den grünen Pilz, den müssen wir jetzt verwenden. Dann ist der auch weg. Dann haben wir sogar zwei frei zum Reiten am Anfang. Ja. Das sieht ganz solide aus, würde ich sagen. Ach so, aber wir brauchen hier Wasser, ne? Hm. Stein weg oder verkaufen? Naja, den Stein habe ich ja schon weg. Die drei müssen wir mitnehmen. So. Okay. Ich würde sagen, das ist in Ordnung so, oder? Wir sind noch beritten. Das Wasser kann weg. Ich glaube, mehr als zweimal Wasser können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Aber ich... Ich nehme mal. Wir steigen ab. Also hier brauchen wir kein Wasser. Vielleicht ist zwei Wasser auch zu viel. Halt, warte mal. Wir... Wir wollten jetzt... ...den Paranoiden heilen, ne? Ja, hervorragend. Okay. Damit haben wir sogar noch... Ach ne, wir haben sogar drei Wasser, Leute. Ne, das ist zu viel. Das habe ich jetzt erst gesehen. Dann können wir ja doch reiten. Oh, ist ja wunderbar. Wunderbar, Leute. Perfekto. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt hier sechs Felder. Ne, sechs Felder nach unten. Komplett nach Süden müssen wir gehen. Ja. Dann geht's los, oder? Und wir brauchen eine Steingürze. Der Unterschied ist ziemlich groß, wenn ich reite. Heute wird's übrigens, äh... ...eher wenig Off-Topic gehen. Angesichts der Zeit. Wir wollen das ja hier möglichst gut durchziehen. So. Ich... ...geh mal hier runter. Ah, verdammt. Anhalten. Irgendwie mit der Leertaste klappt das nicht so gut. Was ist das denn da? Ein Steinkreis. Ein Steinkreis ist, glaube ich, gut. Sieht alles erstmal ganz gemütlich aus. Sollten wir uns angucken. Wir brauchen hier ein Dorf, ne? Genau. Wir brauchen für den... Oh ja. Wir brauchen für den Götzendörfer. Diese Steingötzen-Aktion. Wir können hier upgraden. Mache ich auch. Sehr schön. Gut, dann... Oh, wir haben hier eine Mission. Das ist gut. Dann würde ich sagen, ist das hier unser erstes Ziel. Und hier unten ist noch ein Dorf. Na, hoffe mal, dass der Steingötze nicht da unten ist. So, wir sind bei 64. 24, 21. Dann denke ich mal, gehen wir... ...erst mal hier hin. Das ist, glaube ich, effektiv, wenn wir hier hingehen. Gucken, was hier los ist. Das ist ein altes Lager. Das ist gut. Ah, Tierspuren. Aber da können wir kämpfen. Da können wir gleich irgendwie einen Kampf machen. Dosen und... Ah, Dosen und Whisky, Leute. Oh, nee. Was machen wir denn damit jetzt? Tja, absteigen. So, jetzt haben wir einen Tiger. Da kriegen wir dann auch noch was. Gleich essen. Könnte man auch machen. Geht aber bei den Dosen nicht. Geht nur beim Whisky. Gewehr weg. Hä? Das geht gar nicht. Munition weg. Das wäre was. Wir verknallen jetzt die Munition gegen... Oh, das sind zwei. Ja, mal gucken. Mal gucken. So. Ja, das ist doch schon mal gut. Haben wir schon einen wunderbaren, meisterhaften Schuss. Da hat sich das schon mal ausgezahlt. Und einen zweiten haben wir demnächst auch. Das heißt, wir können hier schon mal... ...einen Gegenschlag machen. Sehr gut. Dann machen wir hier auch einen Gegenschlag. Nee, wir machen hier... ...einen schneidenden Gegenschlag. Ach nee, wir kriegen keinen zweiten, weil wir keinen blauen mehr haben. Äh, ja. Okay, wartet mal. Dann tue ich das nochmal weg. Können wir hier noch was Besseres machen? Gezielter Schuss. Gibt es hier noch was, was uns da hilft? Nee, gibt es uns nicht. Hm. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Munition hilft uns da jetzt, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, was Besseres als den gezielten Schuss kriegen wir jetzt nicht mehr. Oder? Dann setze ich ihn, glaube ich, direkt mal um. Und hier muss ich mal gucken. Stabile Position. Am besten ist ja... ...wenn wir das noch mit dieser... ...Hand kriegen. Was war das? Hand und... ...Hand und Sch... Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Dann machen wir das. Schild ist hier, glaube ich, besser. Ja, ist nicht durchgekommen. Perfekto. Hervorragend. Der hat noch fünf. Okay. Gut. Jetzt haben wir zu viel Zeug. Ähm, ja. Was machen wir jetzt? Wir... Ich glaube, auf jeden Fall können wir einmal... ...einmal Wasser wieder abgeben. Hier ist irgendwie wenig Wüste. Das ist kein Problem. Wir könnten absteigen und wir könnten das Fleisch essen. Ach nee. Na doch. Wir essen das Fleisch auf und steigen ab. So. Und dann könnten wir schon in die Mission und mal gucken, was da los ist. Ansonsten den Pelz. Ja. Okay. 21, 24. Gehen wir jetzt mal da. Whisky kann man sehr gut in der Mission handeln. Insofern ist das eine feine Sache. Schauen wir mal, was er hier zu bieten hat. Äh. Murmeln und Verbandskasten. Verbandskasten, glaube ich, sollten wir auf jeden Fall nehmen. Und da tauschen wir mal... Ja, geil. Den Whisky ein. So. Und jetzt ist natürlich noch... Jetzt können wir noch die Murmel mitnehmen. Weil wir werden sowieso ins Dorf gehen. Das passt. Und den Whisky werden wir jetzt los. Und dann nehmen wir noch Seile mit. So viel es geht. Und die blöden Dinger... Warte mal, wir können das rausnehmen. Ach ne, bringt nichts. Wir können vielleicht später hier noch schlafen oder so. Könnte vielleicht nochmal relevant sein, dass wir nicht das Falsche nutzen. Und das so machen. Ja. Okay, das handeln wir jetzt so. Sehr schön. Dann Lagerraum. Ansehen. Dann werden wir hier... Pelz abgeben, würde ich sagen. Und den Resten nicht. Den brauchen wir. Verlassen wir. Den Ort. So, jetzt auf zum Dorf. Dort drüben erst mal. Soweit es geht. Das heißt, hier mit 31 ist das, glaube ich, sehr in Ordnung. Das ist schlecht. Wir kommen so nicht dorthin. Die Frage ist, ob es hier einen Zugang gibt. Wir können uns durchsprengen. Wir könnten uns durchsprengen. Also, ich tendiere jetzt sogar mal nicht, das Zelt so ausgiebig zu verwenden, weil es jetzt ein bisschen um Tempo geht. Durchsprengen reduziert unseren Ruf. Was meint ihr? Sollten wir hier lieber oben hingehen oder sollten wir sprengen? Sprengen kostet, glaube ich, minus zwei Ruf oder minus eins Ruf. Aber ich glaube, wir müssen die Steingötze sowieso klauen. Dynamit werde ich brauchen. Ja, das stimmt. Ist die Frage, ob es da ist, ne? Gehen wir mal hoch. Ja, wir kommen da durch. Okay. So. Was kommt jetzt? Ein negatives Ereignis? Hallo? Hä? Der hat, ach, der hat eine Entzündung gekriegt. Okay. Na Gott. Gott sei Dank haben wir hier genug dabei. Kann ich mitbekommen. Ist ja ein Ding. So. Jetzt essen wir erstmal. Was ist denn da für ein Viech? Ein Panther. Panther sind kein Problem. Das Dorf ist dort. Wir laufen dort erstmal hin. Wir müssen aber natürlich checken. Auch die Umgebung checken, ne? Wegen der Pyramide. Wir müssen sie auch noch finden. Okay. Den Panther-Kampf müssen wir, glaube ich, auch machen. Ich glaube, wir kämpfen sogar zuerst mit dem Panther. Da haben wir noch was fürs Dorf vielleicht. Zwei Panther. Das sollte machbar sein für uns. Wie viel haben die? Die haben 10. Halt, nein. Ein Panther erledigt. Das bringt uns im Moment nichts. Geht das noch besser? Ja, treten ist gut. Treten ist gut. Das heben wir uns auf. Hier brauchen wir noch was. Das ist doof. Den wollen wir uns aufbewahren. Das heißt, das hilft nicht. Das ist nur ein billiger Angriff. Dann bewahren wir uns die beiden auf. rollen noch mal. Ja. Sehr gut. Verdammt. Okay. Sehr gut. So. Alles nehmen. Panther-Pelz. Es gibt auch noch mal Rufverlust. Egal. So. Steingürze. Jawohl. Hervorragend. Äh. Wir handeln erst mal. So. Was nehmen wir hier? Wir können jetzt hier die schönen bunten Murmeln eintauschen. gegen. Juwelen. Die nehmen Platz weg. Ach, Leute. Wir brauchen gar nichts. Wir brauchen gar nichts. Gute Nacht, Susanna. Äh. Was machen wir, Leute? Was brauchen wir? Ich meinte, wir können uns hier noch die Tierzähne genehmigen. Die kann man gut stacken. Können wir später noch gebrauchen. Wiegen nichts. Ja. Die Flöten. Ach, brauchen wir die Flöten? Nahrung. Naja, wir könnten die natürlich kaufen und gleich essen. Das wäre ganz gut. Das würde gehen. Das könnte man machen. Die ist ja auch unkritisch. Die Mangos. Und dann nehmen wir mal wieder ein paar von denen. Okay. Ich. Äh. Mal gucken, ey. Wir haben so viele verdammte Tierzähne. Ich habe auch noch Fleisch. Ich weiß, ja. Ich habe noch alles Mögliche. Gut. Platz für den Götzen. Ja, ich esse erst mal ganz viel. Naja. Wir handeln das mal. Wie ist das mit dem Götzen? Da muss man übernachten, oder? Um den Götzen zu stehlen? Was? Die Seile stacken nicht mehr? Wie war das? Ich will jetzt nichts Falsches machen. Wir müssen, glaube ich, übernachten. Ruf, Ruf ist sowieso weg. Wenn wir die Göt... Wenn wir das... Äh? Ja, guten Nacht, Mr. Seraphim. Ähm... Wir essen das nicht. So, jetzt stehen wir den verdammten Steingötzen. Jawohl. Okay, wir haben ihn. Gut. Weg hier. Wir sind überladen. Jetzt essen wir erst mal die Mangos. Sind wir bei 62. Das werfen wir weg. Das war Quatsch. Jetzt haben wir noch zwei. Und wir reiten nicht. Hm. Dann... werde ich noch mal kochen. Das nützt uns jetzt auch nichts. Okay, wir sind... Wir haben zu viel. Wir essen... Wir müssen das Fleisch weghauen. Ein zu viel. Was hauen wir weg? Ich habe das Gefühl, wir sind mit unseren Waffen ziemlich gut dabei. Man könnte die Munition dann doch weghauen. Oder... Vielleicht war es doch Quatsch, hier die Tierzähne zu kaufen. Ach ne, die sind ja federleicht. Ne, alles klar. Muni weg. Ja, ich denke auch. Gut, jetzt ist aber die Frage, wo gehen wir weiter hin? Das ist jetzt eine entscheidende Frage. Wir dürfen natürlich jetzt nicht verpassen, wo diese... Pyramide ist. Vor allem... Also ich habe so ein bisschen Angst, dass sie dann da ist oder so, ne? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich gehe mal zur Sicherheit jetzt erstmal hier hin. Wobei, da wird nicht die Pyramide sein. Aber ich gehe da trotzdem hin. Was ist das? Ein Schrein. Den brauchen wir jetzt nicht. Ich denke, ich riskiere es mal, dass ich das da auslasse. Wir gehen... Wir gehen jetzt südlich. Und zwar... erst einmal hier hin. Okay. Hier haben wir einen Steinüberhang. Hier könnten wir auch rasten, ohne Zelt aufzubauen. Was ganz praktisch ist eigentlich. Hat aber auch irgendwelche Nachteile, oder? Diese Magnetberge... Wartet mal. Oh, verdammt. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Kompasswissen sagt uns, die Pyramide ist in diesem... Also gut, sie könnte auch hier unten sein, ne? Das heißt nichts. Wir müssen das konkretisieren mit dem Kompasswissen. Mission besuchen, sagt ihr. Und Platz schaffen. Ja, das ist natürlich ein Argument. Das ist ein Argument. Das hätte ich vermutlich vorher machen sollen. Obwohl, ne, das geht nicht. In der Mission hatten wir doch schon... Hatten wir nicht in der Mission schon drei Sachen eingelagert? Das ist voll, die Mission. Also, wenn ich richtig informiert bin, ist die Mission voll. Kann sich da jemand erinnern? Ich vernachte hier. Wir kaufen einmal den einheimischen Schmuck und nutzen ihn gleich. Okay. Ihr sagt, da war nur ein Fell. Ah, okay. Alles klar. Ja, dann ist es richtig. Dann sollten wir da hin. So, wir sind bei 75. Ich denke, das ist okay. Wir verlassen mal den Ort. Ah! Feuer! Im Süden. So, wir nehmen das mal. Um... So, wie sieht es aus? Ach, die haben alle volle Loyalität? Haha! Ach Gott. Die haben alle volle. Ich hätte gedacht... Na... Gut. Hat uns ja nichts gekostet. Ist egal. Wir müssen das loswerden. Geben wir ihm was. Er freut sich. Wir müssen vom Feuer weg und gehen erstmal wieder dorthin. Oder? Dorthin? Ne, so. Warum war das jetzt? 21? 26? 28? 28? 28? Das Feuer ist natürlich jetzt echt lästig. Okay. Guter Hinweis. Wir werden den Steingürzen dorthin bringen. Tja, entweder die Juwelen oder den Pantherpelz. Aber die Juwelen stacken vielleicht. Die behalten wir dann lieber. Okay. Dann verlassen wir. Mehr können wir hier nicht einlagern. So, jetzt müssen wir gucken, was machen wir mit dem Feuer. Ja, die Zeit. Das ist so ein bisschen jetzt das Problem. Wir können aber hier außen rum gehen und dann, wenn wir wollen, hier hingehen. Die Frage ist, wie weit das noch brennt. Ähm, und die Frage ist, na, wir nutzen jetzt, glaube ich, erstmal Konserven und so ein Zeug. Ah ja, ja, ja. Alles gut. Feuer klingt ab. Hervorragend. Dann essen wir jetzt mal zwei Konserven und gehen mal hier runter. Was haben wir hier? Eine Handelskarawane. Ja, klar. Ja, klar. So, was hat der Schönes? Einen Sextant. Ah, auch was Feines. Auch was Feines. Er nimmt uns natürlich wieder Platz weg. Aber Sextanten sind richtig gut. Können wir uns locker leisten. Ich würde sagen, wir kaufen auch wie, 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 wie stackt Medizin? Auf 20. Wir werden jetzt mal mega unsere, unsere ganzen Dinger hier ausgeben, um uns voll zu knallen mit Medizin. Das ist gut, glaube ich. Wir könnten, ne, Muni haben wir ja schon weggeschmissen. Dann lassen wir das so. Ich kann wieder reiten. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wenn ich das kaufe. Ich soll mich jetzt nicht mit PERMA-Gegenständen belasten. Macheten wäre auch eine Möglichkeit. Die Frage ist, wollen wir reiten oder wollen wir Macheten haben? Fackeln haben wir zwei. Das müsste eigentlich reichen. Aufdeckungsdistanz. Das kann richtig wertvoll sein. Also es kann richtig was bringen. Das Wasser brauchten wir bisher gar nicht. Das stimmt. Das kann vielleicht weg. Ich nehme das mit. Dann tun wir, ne, wir essen jetzt weiter. Konservendosen. Gehen noch einmal weiter. Ah, jetzt wäre so ein verdammter Magnetberg. Okay, hier kommen wir gar nicht durch. Das heißt, wir müssen irgendwie hier lang gehen. Verbrannte Erde. Ah, okay. Tja. Wir können keine Konserven mehr essen. Gehen wir darüber? Ne, wir müssen irgendwie neu aufdecken. Ich würde sagen, wir gehen so weit es geht. Essen die letzte Konserve. Essen was. Lagern was. So, was ist dieser blöde Magnetberg? Das ist doof, ne? So, zwölf. Ab jetzt können wir reiten. Aber ich tendiere dazu. Ja, ist halt die Frage. Wollen wir das Tempo? Wollen wir die Schokolade nehmen? Ich glaube. Ja. Lagern oder weiterziehen? Eieieiei. Was haben wir da? Ein altes Lager. Das ist auch immer schön. Gebiet durchsuchen. Ansehen. Zwei Whisky und zwei Feuerwerke. Da kann man ablenken. Nehmen wir erstmal. Das Feuerwerk brauchen wir aber nicht. Wir könnten lieber hier angreifen, würde ich sagen. Um uns wieder Fleisch zu besorgen. Deswegen trinke ich mal lieber einmal Whisky. Und trinke noch mal Whisky. Und dann gehen wir lieber in den Kampf, oder? Ich denke, wir gehen in den Kampf mit den Hyänen. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt am besten? Einen nach vorne gehen? Äh? Doch, ja. Wir können angreifen. Okay, machen wir. Oh. Äh. Okay. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Da brauchen wir kein Dynamit. Das bewahre ich mir nochmal auf. So, da haben wir nur ein von. Das ist ja doof. Einmal die Hörner. Einmal den Gegenschlag. Ne, provozieren wollen wir nicht. Hm, also wir brauchen schon mal ein Auge oder so. Das wäre ganz gut. Was können wir hier mitmachen? Damit können wir einmal ausweichen. Achso, Schilder ist, glaube ich, jetzt doof. Ich wäre lieber für was Aktives. Gegenschlag ist schon mal gut. Das bewahren wir uns auf. Kopfstoß. Wir können einbenommen machen. Das ist auch ganz gut. Aber dann kriegen wir... Wir können hier noch ein Auge bekommen. Wir machen das mal so. Wir machen einbenommen. Den brauchen wir in dieser Runde nicht töten. Das gibt uns ein bisschen Zeit. Und da wir mit dem eh nichts anderes machen können, provozieren wir. Und sichern uns hier das. Und würfeln nochmal. So, das ist doch schon mal gut. Ja, wir bräuchten eigentlich noch ein weiteres Auge. Das hilft uns nicht. Ach, verdammt. Wir haben nur ein Auge. So. Ich meinte, mit dem ein Auge können wir ja schon viel Schaden machen. Das ist doch okay. Dann ist der auch tot. Da haben wir ja erst mal noch den. Immerhin zwei Schaden. Und das ist nur noch ein Schaden. Tja, vielleicht hätte ich doch mal Dynamit nehmen sollen. Also der greift jetzt nur einmal an. Das kann nicht gefährlich werden. Alles klar. Oh, verdammt. Ich habe einmal aus Versehen, um es zu... Gut. Alles nehmen. Wir kochen. Und wir essen das Gekochte. Und sind dann bei 100 und müssen eine Sache ablegen. Und das ist jetzt die Frage. Was legen wir ab? Wir haben viermal Pelz von jenen. Die sind jetzt nicht so dolle. Was könnten wir noch ablegen? Tja. Tja, Leute. Oh. Wir wissen übrigens, jetzt Kompasswissen, 61 Prozent, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach hier vielleicht doch hin müssen zur Pyramide. Das wäre natürlich bitter. Also wir brauchen hier nicht weiter in den Süden gehen. Das ist natürlich krass. Okay, ich glaube, ich lege die Pelze ab. Ich will weiter beritten bleiben. Oder Wasser. Ach so, Wasser brauchen wir nicht. Das stimmt ja. Wir haben hier überhaupt noch kein Wasser gebraucht. Das ist richtig. So, Leute. Aber jetzt gibt es eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wir müssen gucken, wo wir jetzt die Pyramide suchen. Das ist das, was wir wollen, Leute. Kompasswissen ist klar. Also, das geht bis hier. Aber ich... Also, es kann natürlich im Schlimmsten sein. Es kann im Schlimmsten Falle irgendwie hier sein. Aber dann kommt man nur dorthin. Was machen wir jetzt? Stimmt, das Teleskop. Das könnte sein, da hast du recht. Das könnte sein, dass wir das nicht mehr benötigen. Obwohl, wir sind noch nicht alle auf Stufe 4. Tja, Leute. Was meint ihr? Müssen wir weiter im Süden erkunden? Raptor haben wir dort. Region aufdecken, ja. Aber wir kommen halt in eine Region nur rein über den Raptor. Ja, den Kampf will ich nicht unbedingt führen. Oder hier außen rum. Versuchen wir es mal. Ah, da geht natürlich der Raptor jetzt genau dort lang. Aber er geht wieder zurück. Okay. Region aufgedeckt. Tja, Leute. Jetzt ist natürlich... Der Kompass ist jetzt auf den Magnetberg. Hm. Also, jetzt ist... Jetzt ist so ein bisschen Zocken angesagt, ne? Also, entweder ist die hier, hier oder da. In jedem Fall müssen wir, glaube ich, versuchen, hier rumzukommen. Und der Raptor nervt. Was meint ihr? Müssen wir den Raptor angreifen? Das ist ein Portal. Aber ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock auf Portal. Raptor ausweichen, sagt ihr. Wir müssten dann tatsächlich ein bisschen essen. Das kostet sehr viel. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Er rudelt hier. Komm, wir essen was und weichen aus. Gehen hier. Gehen einmal hier lang und gucken. Aha. Da geht es zumindest weiter. Das kann das Ganze wieder überfluten. Und hier brauchen wir jetzt Wasser, Leute. Hier brauchen wir Wasser. Hier kommen wir so nicht weiter. Ich bin fast der Meinung, wir sollten vielleicht... Wir kommen... Wir kommen hier nicht durch. Wir kommen hier nicht durch. Und der Kompass zeigt uns jetzt den Weg. Und zeigt... Also, hier... Leute, wenn das die Pyramide ist, dann sind wir sowas am Arsch gewesen. Dann hätten wir das so schnell zumachen können, den Sack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja. Das ist jetzt eine doofe Situation. Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich... Ich weiß jetzt nicht... Wir haben jetzt kein Wasser dabei, was scheiße ist. Das heißt, wir haben hier Probleme. Das kann hier hochgehen. Dann wird das alles überschwemmen. Oder so. Obwohl, nee. Das wird dann nur den Bereich überschwemmen. Dann können wir wieder Gegenstände verlieren. Wir könnten auch einfach mal das Zelt aufschlagen. Noch einmal essen und uns erstmal hochheilen. Die Pyramide steht nie auf dem Berg. Na gut. Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Dass wir jetzt kein Wasser haben, ist echt nervig. Durch die Berge sprengen? Nee. Man kann nur mit einem Berg weg sprengen. Das ist zu mächtig. Ich werde mal einmal essen. Und ich werde seit langem mal wieder unser Zelt aufschlagen. Wird mal Zeit. Wir müssen dann irgendwie links durch. Hilft nichts. Wir müssen uns erstmal hier hochheilen. Ja. Streit ist jetzt alles kein Problem. Ausruhen. Wir müssen dann einfach mal hier gucken. Also. Was da ist. So. Wir übernachten nochmal. Nee. Das lehnen wir jetzt ab. Und dann gehen wir einmal durch die Wüste dorthin. Das geht mit 27. Ist das nicht so dramatisch. Hauptsache. Da kommt jetzt nicht. Diese verdammte Fontäne da. Die kann uns jetzt nochmal alles kaputt machen. Okay. Gut Leute. Jetzt mal ehrlich. Der Kompass zeigt 71% an. Theoretisch kann die immer noch hier sein. Theoretisch kann sie immer noch da sein. Ich würde sagen. Wir gehen nochmal weiter. Okay. Hä? Jetzt zeigt er im Süden an? Das wundert mich. Normalerweise verändert er doch nicht seine Richtung. Und hier ist doch kein Magnetberg oder so. Okay. Wir müssen runter. Hm. Im Wald meint ihr. Dass wir auch keine Macheten haben und sowas alles. Tja. Ich glaube mit dem Tempo können wir das jetzt ein bisschen abhaken. Das schaffen wir nicht mehr. Habe ich ehrlich gesagt das Gefühl. Ich würde jetzt lieber nochmal safe spielen und nochmal das Camp nutzen. Ach da könnte sie sein. Da im Wald. Ja, 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 ja. Alles klar. Also das könnte sie sein. Oder. Wartet mal. Ja. Ist sie das? Was meint ihr? So, dann ist die Frage. Nehmen wir Schokolade. Um da hinzugehen. 55. Kommt. Wir gucken. Anderer Wald meint ihr. Ja. Ich geh mal hier hin. Ich riskiere es. Nein. 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 Es ist noch ein verdammter Schrein. So. Kompass sagt uns jetzt hier an. Okay, dann ist es der Wald. Dann haben wir jetzt. Wir müssen mal wieder jagen. Oder. Wir müssten. Ah, hier ist eine Mission. Oh. Sehr cool. Sehr cool. Da können wir übernachten. Da sollten wir hin irgendwie. Einfach nur. Hin. Da können wir auch vielleicht Wasser holen. Und Zeug abgeben und sowas alles. Mit 30. Na. Eigentlich wollen wir lieber. Ah, das ist. Lasst uns da Wasser holen. Sehr, sehr gut. Erstmal glaube ich. Nutzen wir mal den Lagerraum. Und geben. Die blöden Pelze ab. Ich glaube wir brauchen. Obwohl die können wir nochmal handeln. Müssen wir mal gucken. Mit ihm hier vielleicht auch. Das geben wir auch ab. Und. Ihr habt recht. Das Teleskop. Das benötigen wir glaube ich nicht mehr. Das können wir ja auch erstmal reinlegen. Mal gucken. Jetzt haben wir erstmal wieder schön Platz. Gucken wir mal was der zum Handeln hat. Ah. Macheten. Das ist gut. Dann können wir endlich mal durch diese Wälder hier noch kommen. Das ist sehr hilfreich. Und wir nehmen jetzt auch noch. Glaube ich das mit. Wir haben dann 20 Medizin. Das ist dann sehr sicher für uns. Ja. Dann werden wir diese blöden Tierzähne auch nochmal los. Einen haben wir dann zwar noch. Beziehungsweise. Vielleicht können wir das dann sogar noch komplett machen. Ja. Okay. Handeln wir. Dann würde ich sogar sagen. Übernachten wir hier. Indem wir ihm noch weitere Zähne geben. Prähistorische Tiere. Zeigt er uns. So verlassen wir diesen Ort. Jetzt sind wir auf 31. Ja. Eigentlich müssen wir. Eigentlich müssen wir. Nochmal. Das Camp aufschlagen. Bei 31 ist das glaube ich. Ein guter Moment. Das zu tun. Ohne Risiko. Dann haben wir die Macheten. Und gehen oben in den Wald. Hier ist allerdings auch noch ein Fragezeichen. Müssen wir mal gucken. So. Nochmal übernachten. Ausruhen. Gut. Dann sind wir wieder auf 100. Das ist schon mal beruhigend. Brechen wir das Lager ab. Und ziehen weiter. Okay. Also jetzt hier rein. Direkt rein. Nein. Ne. Mit den Leuchtraketen kann ich nicht Gebiete aufdecken. Ach so. Dort ja. Ja das stimmt. Das hätte ich. Aha. Ja ist doch wunderbar. Ihr hattet recht. Dieser Wald ist es. Sehr gut. Ja hervorragend. Zwei brauchen wir dafür nur. Ja ist ja sehr schön. Stimmt. Gut. Wir haben die Pyramide. Jetzt müssen wir das klug überlegen. Wie wir jetzt hier den Rückweg gestalten. Wir haben da einiges vor uns. Und das kriegen wir nicht mit der Schokolade hin. Wir werden also nicht Tempo machen können. Insofern ist die Frage, ob wir zumindest nochmal ein Schrein besuchen auf dem Rückweg. Ja. Vermutlich ist das klug. Welche Schreine hat Herr haben wir denn überhaupt? Ich glaube wir hatten ja genug eingelagert. Ich denke ein Schrein reicht oder? Das wäre jetzt der Plan. Wir arbeiten uns. Wir arbeiten und wir können natürlich noch eine Raptorenjagd machen. Aber ansonsten arbeiten wir uns mithilfe unseres Zeltes. Zurück. Und erledigen noch den Schrein. Und die Frage ist, ob der Raptor uns noch an den Weg kommt. Das Fragezeichen hier unten. Ja ich will jetzt nicht noch in den Süden gehen. Also ich weiß hier nicht. Ich will jetzt nichts riskieren. Nimm beide Schreine mit. Okay Leute. Ich lasse mich bereit schlagen, dass ich nochmal in den Süden gehe. Was haben wir da noch? Ein altes Lager und noch eine Hyäne. Also die Hyäne, die könnten wir noch mitnehmen. Den Raptor, auf den könnten wir vielleicht verzichten. Okay. Mangos und Munition. Dann würde ich sagen, greifen wir direkt mal die Hyäne an. Wir haben immer noch unser Dynamit, ne? Ist die Frage, ob wir das mal einsetzen wollen. Der Tempel. Stimmt. Naja, ich werfe erstmal. So. Wir haben ein Auge. Gezielter Schuss. Reicht nicht. Wir wollen mehr. Oder können wir nicht damit... Ja, damit haben wir auch acht Schaden. Okay, geplant. Ist auch in Ordnung. Klauen. Machen wir mal Schaden. Ja, Dynamit. Hier kriegen wir kein Auge mehr. Das haben wir leider vergeben. Das heißt, wir können hier nur einmal zwei Schaden machen. Mit einem schnellen Schuss. Hier auch zwei Schaden. Na, das ist jetzt doof, ne? Was haben wir hier noch? Dreimal Schild. Ja, ich... Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und erledige jetzt erstmal... Nein. Hier müssten wir eigentlich nochmal... Ah. Ah. Hier würde ich gerne jetzt noch ein Schwert kriegen. Achso, wir können die Muni einsetzen. Auf jeden Fall. Aber wir würfeln erstmal, würde ich sagen. Den, den wir behalten will. Okay, das ist sehr wärmlich. Gut, dann nehmen wir einmal ein Schild. Setzen nochmal die Muni ein. Und... Ja. Das war's dann. Einmal kommt der nicht durch. Kein Problem. Und dann... Machen wir kurz einen Prozess. Denke ich zumindest. Hörner. Wunderbar. Hörner ist ja super. So, sehr gut. Alles nehmen. Wir kochen. Und essen. Felsen im Nordosten. Da könnte der Tempel sein. Felsen im Nordosten. Diesen hier. Das ist noch so ein ganz schön weiter Umweg. Wir sind überladen. Wir müssen was wegschmeißen. Sehe ich gerade. Wir haben nur noch drei Macheten. Das ist dann auch egal. Ich schmeiß die Macheten weg. Okay. Wir gehen gegen die Raptoren noch. Ich hoffe, das bricht uns jetzt nicht das Genick. Hier haben wir noch ein Schrein. So, da sind wir leider nicht reingekommen. Die Mangos essen wir jetzt immer schnell auf. Und... Ja, dann irgendwie... Wir könnten dann gleich noch den Tempel plündern oder so. Ah, verdammt! Ich habe gedrückt Reise beenden. Shit! Ah gut, ja. Der hat nur noch Medizin. Ei, 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 ei. Diese verdammten Raptoren. Ich... Ich wollte diesen Kampf nicht machen. Wir brauchen Gehirn dafür, ne? Wir brauchen das Gehirn. Das heißt, das können wir jetzt noch nicht einsetzen. Dann müssen wir jetzt erstmal einzeln loslegen. Klauen. Wenn wir das Gehirn haben... Können wir die Waffe auch ansonsten... Ja, ist die Frage. Brauchen wir überhaupt? Wir können natürlich jetzt auch hier einfach unseren meisterhaften Schuss machen. Und dann ist einer weg. Dann habe ich das Dynamit umsonst eingesetzt. Das Dynamit ist jetzt verschwendet. Ja, wir haben noch zweimal Muni. Das würde auch gehen. Ach kommt, ich mache das voll. Äh... Ich mache da erstmal das und dann den. Und dann ist das Ding tot. So. Naja. Nehmen wir mal alles mit. Dann müssen wir uns erstmal hier... Wie sieht's aus? Eigentlich brauchen wir jetzt noch nicht handeln. Wir werden hier erstmal kochen. Und essen. Die Frage ist... Nehmen wir den Schrein mit? Oder nicht? Ihr wollt, dass ich noch hier hingehe? Das ist mir zu nervig. Ich komme hier nicht durch. Hier ist Wasser. Da müsste... Ich könnte natürlich den Berg noch wegsprengen. Das würde eine Möglichkeit sein. Den Büffel heilen. Ja, wir warten wieder ab, bis es sich infiziert, ne? Und dann heilen wir es. Doch kein Problem. Lieber nur Tempel, sagt ihr. Ja, ich denke auch. Wir sollten jetzt nicht übermütig werden. Ich habe ein bisschen das Gefühl... Hier sind noch Gegner. Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier ist noch das alte Lager. Ja, hier kann natürlich noch was sein. Oder da oben kann noch was sein. Wollen wir das wirklich jetzt erkunden? Ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich gehe erstmal hier hin. So, jetzt haben wir vermutlich... Eine entzündete Wunde von Fräulein Hoskin. Kein Problem. Heilen. Okay. Immerhin ist das Ding jetzt freigezogen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das an. Und da haben wir den Tempel, tatsächlich. Ja, wow. Wer hätte es gedacht? Tempel betreten. So. Was haben wir hier? Durchsichtige Flüssigkeit. Wer kennt sich damit aus? Ist das irgendwie... Ist das immer gut? Wen wollen wir damit beglücken? Alkohol bringt nur Gutes. Wasser. Jever. Okay. Wir nehmen dann... Wen nehmen wir? Wir nehmen... Tim Tims, der hat schon was. Wir nehmen jetzt mal unseren Koch. Okay. Mal gucken, was er kriegt. Er kriegt Regeneration. Was ist das für eine Eigenschaft? Interessant. Regeneration heißt... Wunden werden sich niemals infizieren und heilen viel schneller als üblich. Ja, ist doch super. Das ist wirklich eine schöne Sache. So, jetzt haben wir noch einmal Fleisch. Sind wir auf 33. Wir haben noch dreimal Schokolade und wollen oben noch den Tempel nehmen. Das heißt, aber ich weiß gar nicht. Ich will erst mal hier weg. Ich will irgendwo sicher rasten. Kann man hier auch rasten? Ah, ich will weg von den Tieren. Ah, ich will weg von den Tieren. Wie kommen wir am besten weg? 30. 43. Ah, das ist unschön. Wir können reiten. Wir können reiten aber. Sehe ich gerade. Hätten wir schon lange gekonnt. 26. 24. Sind wir auch noch unter den 30. Hm. Na gut. Oder soll ich hier rasten? Ich weiß es nicht. Nimm die Tiere mit. Ja, ich. Also. Ja. Es kann alles immer. Es ist immer so ein Risiko, ne? Aber vielleicht. Komm. Wir nehmen. Wir nehmen noch. Das eine Ding nehmen wir noch mit. Ja, der geht natürlich weg. Der geht natürlich weg und flieht vor uns, ey. Zwei von denen. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Na gut. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, mal. Eine gezielte. Dynamitladung. Wie ist denn das mit dem. Hier. Wie kann man mit Dynamit noch mehr erreichen? Ne, ich glaube, mehr als vier kann man nicht. Dann kriegen wir aber auch unseren geilen Schuss nicht mehr hin. Fällt mir gerade mal so auf. Ist das denn besser? Hm. Na doch, wir könnten hier noch hinbekommen. Wir haben ja hier noch ein Auge. Das würde schon gehen. Wir haben hier jetzt 14. Das Auge müssen wir unbedingt aufbewahren. So. Aber mit dem anderen Gewehr können wir... Das zweite Gewehr war doch nicht so doll, muss ich mal sagen. Es hat sich doch nicht bewährt. Wir können mit den Sachen hier nichts machen. Doppelangriff ist auch irgendwie doof. Hm. Finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Ich will hier lieber das Laufende haben. Wir machen jetzt nur diesen Doppelangriff. Dann nehmen wir das noch. Und dann bewahren wir uns ein Gewehr und ein Auge auf und rollen nochmal. Ja. Okay, das war gut. Schaden 12. Da gehen wir auf den anderen. Der hat noch 10. Tja, oder machen wir den Siebe... Wir werden wohl noch zwei Schaden raushauen können, oder? Ja. Gut. Das nützt uns hier eigentlich nicht mehr. Schild. Treten. Ja. Na gut. Okay. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht zu heftig austeilt. Ja, das war gut. Glück gehabt. Okay, das ging... Da haben wir... Wow. Das ging gut. Okay, alles klar. Wir haben ihn. So, dann nehmen wir alles. Dann werden wir erst mal wieder kochen. Und uns komplett hochessen. Und wie weit kommen wir? Wir wollen dorthin, um den Tempel zu räubern. Ja. Die Sache, würde ich mal sagen, ist jetzt einigermaßen safe. Gehen wir mal da hin. Das Gewehr alleine bringt zwei Schaden. Okay. Das habe ich... Ich dachte, das bringt gar nichts. Nee, die Tiger nehme ich jetzt nicht noch. So, jetzt bloß nicht beim letzten Schreien hier. Es verkacken. Ich esse jetzt mal noch das komplette Fleisch auf. Wo ist unser Schiff? Da oben. Da kommen wir locker hin. Schreien erkunden. So. Wir verwenden ein Seil. Ach so, verdammt. Sonne, Mond und Sterne war das. Ich habe nicht darauf geachtet. Heißt das dunkle Leere? Leute, heißt das, wir kriegen die Leere? Nicht, dass das Schiff dann weg ist. Was sagt ihr? Ich meinte, das dauert ja auch seine Zeit, ne? Wir kommen doch relativ schnell dahin, oder? Das ist die Leere, sagt Voller. Wollen wir es machen? Oder wollen wir es nicht machen? Lord Voltus sagt, ich komme locker zum Schiff. Ich glaube auch, ich komme locker zum Schiff. Wir betreten das. Altar untersuchen. Nehmen wir Mondstein schon wieder. Ja, da haben wir schon wieder zwei, ne? Könnte eine gute Option sein. Nehmen wir alles mit. So. Jetzt geht's los. Wir sind einmal überladen. Eine Sache schmeißen wir weg. Und das sind unsere zwei Fackeln. Und jetzt müssen wir einfach nur hier hin. Ja. Jo. Alles klar. Sehr schön. Hervorragend, Leute. Jawoll. Oh Mann, 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 Mann. Wenn ich das richtig sehe... Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. Wir haben jetzt... ...ein oder zwei Mondsteine bekommen. Einen hatten wir noch. Ich glaube, wir haben wieder drei Mondsteine, oder? Oh Mann, Mann, Mann. So, was haben wir für Perks? Adlauge, Sichtweite. Mmh, das ist super. Kletterer. Alleinige überlebende. Ne, wir nehmen... Ich nehme Sichtweite. Ja, ich glaube, wir haben drei. Ich glaube, wir haben drei. Okay. So, Leute. Wir sind wieder hier angekommen. So, wir behalten... ...die Dinger wieder. So, dann haben wir... Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wollen wir hier den Ruhm... Also, ich weiß nicht, geldmäßig... ...wir kriegen ja den Götzen noch. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, was da jetzt noch kommt. Machen wir jetzt hier das zu Ruhm. Ja, die Zähne verkaufen... Für mich sind eher die Frage... ...Vogelfedern, verkaufen oder Ruhm? Ich bin mir nicht sicher. Mmh... Die Götzenmission bringt 80. Ach, kommt. Ich verschenke zwei... ...und... ...verkaufe zwei. So, und hier... ...haben wir schon wieder über 20 gestackt? Ja, das war der zweite Stack, ne? Ich glaube, den verkaufe ich auch jetzt mal. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, was haben wir jetzt hier alles? Das ist alles Geld. Wir brauchen auch Geld, Leute. So, das bringt... Jetzt können wir mal überlegen. Wir haben hier hinten noch Juwelen. Die machen wir zu Geld. Die machen wir auch zu Geld. Das auch. Das heißt, wir haben 30, 20, 70. Dann kriegen wir 150. Die Götze müssen wir behalten. Das machen wir auch zu Geld. Das machen wir zu Ruhm. Definitiv. Dann können wir die auch zu Ruhm machen. Verschenken. 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 Okay. Ei. Ei. Äh. 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 Leute. Das wäre ja das mega frustrierendste Wenn wir es bis zum Ende schaffen Und dann nicht siegen So warte mal, jetzt müssen wir gucken Wo kriegen wir noch ein bisschen Ruhm raus Die Fälle Die bringen uns noch Ruhm Diese 5 Ruhm, das ist Quatsch Das verkaufen wir Den Götzen behalten wir Die verschenken wir Achso, da habe ich mich eben verguckt Ah, verdammt Da habe ich mich verguckt Na egal Ja Leute, wir liegen 20 Punkte hinten 150 Das ist so bescheuert Das ist so bescheuert Oh nein Das wird verdammt knapp Das wird verdammt knapp Puh Vergraben Zweifel Was, wir haben nur vergrabene Leute Die Mondsteine nützen uns gar nichts mehr Ich fasse es nicht Beides prähistorisch Das sind alles prähistorische Am Ende sind es immer prähistorische, oder? Weiß gar nicht Was nehmen wir hiervon? Naja, ist klar Dass wir nach der letzten alles verschenken Das ist klar Wir brauchen das Geld nicht mehr Ei, 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 ei Ja, die Steine kann man auch handeln So Die Frage ist Habt ihr irgendwie Eine Präferenz? Hier sind Ich glaube, hier sind Ist mehr, ne? Hier ist mehr Hier sind fünf Sachen Was bringt denn Ein, ein, ein dicker Saurier? Okay, da ist eine Mumie Ich, ich denke, wir Die Mumie bringt viel Oh mein Gott Vielleicht hätten wir Die, die Steingötze Hätten wir doch vielleicht Lieber weggeben Ein bisschen 100 bringt das Wow Äh, Karte Nee, ne? Wollen wir eine Karte kaufen? Tauschen gegen den Büffel Okay, ja, das könnte man machen Schwarzstorch sagt no Tja, ich weiß nicht Karte Wollen wir uns noch mit Schatzkarten Gibt da einen Ruhmverlust Oh ja, stimmt Wenn wir es nicht schaffen Nee, das ist ein guter Hinweis So, Gebirgsjäger Soldat Brauchen wir alles nicht Nein, danke Stimmt Ruhm ist jetzt das Entscheidendste So Ausrüstung Wir brauchen Schokolade Wir brauchen Dynamit Wir brauchen Dynamit Äh, wir brauchen Vielleicht auch mal Macheten Das hatten wir beim letzten Mal Schmerzlich vermisst Würde ich mal sagen Ja, und dann vielleicht Fackeln Ja, und dann vielleicht Fackeln Nehmen wir nochmal drei Fackeln mit Und den Rest Und den Rest, ja Tja, Dynamit Whisky Dynamit Stacked Munition Wir können das Geld jetzt raushauen, Leute Also, was meint ihr eher? Whisky oder Munition? Whisky Für schnelle Aktionen, sagt ihr Na gut Die Frage, ob wir das jetzt alles mitnehmen Na, das ist die große Frage Tieraufrüstung 150 Da müssen wir aber einiges wieder zurücklegen Okay, das ist eine Alternative, ne? Wartet mal Dann müsste ich hier Ah, da könnten wir uns einiges nicht leisten Müssen wir eine Schokolade sparen 150 kostet die Tieraufrüstung Nee Da müssten wir Schokolade weniger mitnehmen Das ist mir zu riskant Nee Nee Wir machen das mit Whisky Ob sie jetzt Alkoholiker werden, ist auch egal Wir machen das so Okay Dann Geht's jetzt los Oh mein Gott Wer hätte das gedacht? Niemand hätte drauf gewettet Die Frage ist jetzt Wir brauchen jetzt echt Ruhm und Tempo Das ist jetzt beides irgendwie relevant Ich meine, wenn wir nicht Tempo haben Boah, das ist Das ist hart, Leute Was wir hier vorhaben Wir brauchen auf jeden Fall kein Wasser Das ist doch schon mal gut So, was Knallen wir weg? Wir brauchen den Sperrding nicht Den Sextanten würde ich mitnehmen Die drei Mondsteine Die lasse ich hier Was sollen wir damit? Und wir können nicht reiten So wie wir jetzt ausgestattet sind Können wir nicht reiten Dann ist das halt so, ne? Der Sextant ist cool Oder? Ist das Reiten besser? Tja Achso Das Teleskop Das kann raus Teleskop kann raus Genau Dann ist ja gut Dann haben wir Genau zwei Plätze Dann kann's losgehen Ach, wir sind schon beritten Wir sind schon beritten Und haben noch zwei Plätze Dann nehme ich die Mondsteine doch mit Vielleicht können wir die noch verkaufen Und da wir eh das nicht mehr brauchen Nehme ich das auch mit Also dann schmeißen wir den weg Sonst den Speer Wer weiß Okay So Es ist Zeit aufzubrechen Boah Eine Riesenmik Nein, nein, nein Was mache ich hier? Verdammt Verdammt Ich habe gewartet aus Versehen Ich habe es auf Warten geklickt Ich Nein Ich habe beim Scrollen auf Warten geklickt Ich fasse es nicht Wir können nur erstmal hier lang Das ist ja schon mal ein richtig beschissener Start Okay Das ist unser erstes Ziel Die Müdigkeit schlägt zu Ja, vielleicht ist es das So, was haben wir hier Ein Dorf Ein Dorf am Anfang ist gut Das ist sehr gut Wir gucken mal Okay, wir müssen Ansehen verbessern So Jetzt ist die Frage Meint ihr, wir sollen das Ansehen so weit verbessern Dass wir gucken können, ob die Dinosaurier haben oder sowas? Einen Ex-Menschen Wollen wir einen Ex-Menschen? Ne Ich weiß nicht Kann man jetzt hier schon Dinosaurier sich erhandeln? Sollten wir den Ruf aufbauen? Wie viel Ruf braucht man, um handeln zu können? Und wie Mein Tier ist besser Als ein Dinosaurier? Wurde vorhin anders gesagt Ach, schaut mal Die Mondsteine sind hier richtig was wert Wow Ruf plus drei Krass Okay Na gut Dann ist es Quatsch Wir werden dann jetzt hier die Mondsteine verkaufen Ja, dann machen wir das nicht Die Frage ist Die haben aber bloß nichts Wir können die roten Beeren kaufen Wir können Mangos kaufen Die wir gleich Gleich essen Also die Mondsteine Die sind zunächst gut Die belegen hier nur Platz Die Juwelen bringen keinen Ruhm Das da hinten Ne Was sollen wir mit den Juwelen? Die Juwelen nehmen nur Platz weg Die Juwelen nehme ich nicht Also einen Mondstein Und die roten Beeren Brauchen wir vermutlich auch nicht Aber was soll's Wohl Die Mangos reichen vermutlich schon Sonst nehmen wir noch einfach Fackeln mit Ne, anders Wir machen es anders Wir geben den Speer ab Und nehmen dann noch die mit Die können wir wenigstens behalten Ja, das ist gut Und dann nehmen wir von mir aus noch Eine Fackel Um überhaupt irgendwas mitzunehmen Okay Der Handel steht Wir werden nicht übernachten Sondern jetzt auf Tempo machen Und werden die Mangos essen Und sind wieder voll Gut Dann würde ich sagen Reisen wir erstmal hier hin Was ist das? Eine Steinstatue Was bringen Steinstatuen? Ich weiß es nicht Wir müssen es untersuchen Gegenstände Beuteuntersuchung machen wir Aha Das ist gut Das bringt Ruhm Das ist schon mal sehr gut Die Juwelen sind nervig Jetzt Jetzt ist die Frage Jetzt ist die Frage Ich glaube Juwelen lassen wir hier Wir nehmen nur das mit Ja Heilen Aber heilen ist jetzt eh nicht relevant Und das schmeiße ich weg Und dann können wir weiter reiten Und zwar Ich denke Hier unten hin Okay Steinkreis Das ist gut So was brauchen wir Leute Was ist hier wichtig? Rastplätze Höhlen Dörfer Ein Dorf haben wir schon gefunden Ich vermute mal Da wird Höchstens nur noch Ein anderes sein Rastplätze oder Höhlen Ruin Gibt es an Ruinruhm Sind Ruin Schreine Oder was ist mit Ruin gemeint? Hm Okay Also Okay Ruin sind offenbar dann die Schreine Oder was? Ah Alles klar Ja gut Dann ist das natürlich wichtiger Okay Seine Loyalität ist verschlechtert So wir wissen Ruin ist ein Grabmal Okay Das ist nur das Grab Ah Alles klar 19% Kompasswissen Hier geht es irgendwie nicht so richtig weiter Ich würde sagen wir gehen Hier gibt es auch noch Ach du Shit Hier gibt es Wüste Leute Hier gibt es Wüste Das ist schlecht Wir gehen jetzt erstmal In den Norden So Neue Region entdeckt In der Nähe des Magneten sind wir Hier haben wir Säbelzahntiger Und da haben wir das Grabmal Ruin sind Gräber und Schreine Okay alles klar Das heißt Es gibt keine Schreine hier Ist erstmal die nächste Erkenntnis Und ein riesiger See in der Mitte Und es ist definitiv Dass wir über diesen See Hier unten nicht rumkommen Das ist schon mal klar Das heißt wir müssen Definitiv hier oben Irgendwie einen Weg finden Und dann ist dieser blöde Säbelzahntiger da noch Wir sollten auf jeden Fall Jetzt erstmal hier hin Der geht Gott sei Dank in die andere Richtung Okay wir sind Bei der Gruft Gut Gehen wir in die Gruft Ja verdammt Timster Timster ist abergläubisch Deswegen nervt er natürlich Jetzt die Tiere schon rum Aber es hilft nichts Okay Jetzt haben wir doch Ja gut Den Mondstein Den können wir stacken Die Mumie müssen wir mitnehmen Und dann Müssen wir im Prinzip Auch absteigen Und dann können wir auch Die Juwelen mitnehmen Meines Erachtens Okay Ja ich glaube jetzt hilft es nichts Wir müssen absteigen So 20 Jetzt Was haben wir jetzt 12 Schokolade Whisky Das ist jetzt Schokolade Was ist jetzt Ich weiß nicht Wie eine Kombination aus beiden Ja Wie gehen wir jetzt hier weiter vor Das Ding Laufen wir da jetzt durch Dass wir jetzt auch kein Wasser haben Ist auch echt nervig Das ist zumindest mal eine Höhle Wir brauchen echt auch Wasser Eigentlich Tja Wollen wir das riskieren Da kommt man glaube ich Auf die andere Seite Durch Das könnte jetzt entscheidenden Tempo bringen Alle Kämpfe mitnehmen Tim hat Fünf Würfel Er hat fünf Würfel Er hat fünf Würfel Die haben alle fünf Würfel Wie hoch ist die Chance Zu riskant Achso drei Würfel Ja ja stimmt Ist Quatsch Achso ja Er hat drei Würfel Der hat da drei Ah die haben alle drei Würfel Ja okay Dann ist die Chance relativ Nein 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 Oh mein Gott Zurück zu Dorf Ich weiß nicht Jetzt mit Whisky betrinken Also ich würde sagen Wir schmeißen die Mondsteine raus Wobei die bei den Eingeborenen Super gut ankamen Die Fackeln können wir rausschmeißen Wo ist dieses verdammte Dorf Das ist da ganz unten Okay Okay wir hauen die Juwelen raus Wir hauen die Fackeln raus Und dann Die Frage ist ob wir erstmal hier Irgendwas ist das denn eigentlich Ein Sklaventreiber Hey Ein Sklaventreiber Da können wir uns doch auch Ein Sklaven holen oder Das ist doch die bessere Variante Sklaventreiber Ist doch gut Okay Das ist die Lösung Leute Okay Der Koch ist Alkoholiker geworden Vielleicht hat er ja auch Wasser Das wäre mal nett So jetzt gucken wir mal Sklaven inspizieren Also wir haben eine Schamanin Wir haben einen Krieger Die Schamanin Was kann die? Hallo Guter Ruf Pilzexperte Der Krieger Ist abergläubisch Guter Ruf Und wir haben eine Tierführerin Die Tierkapazität erhöht Das ist natürlich geil Und Speer Oh mich nervt das so Speer der Auskundschaften erhöht Ich tendiere zur Tierführerin Was meint ihr? Das würde uns natürlich jetzt Megamäßig helfen Wir müssen viel schleppen Ja Okay Tierführerin Jetzt haben wir leider Keinen Händler mehr Das müssen wir jetzt Können wir die Mondsteine Ja Die Mondsteine mag er Sehr gut Ah Er hat hier auch noch was anderes Was Ruhm bringt Sehr gut Peitscher Was können wir denn dagegen handeln? Endlich kommen unsere Zähne zum Tragen Und wisst ihr was? Wir werden definitiv Wasser Entnehmen müssen Die Schrotflinte werden wir uns Nicht leisten können Oder? Wollen wir noch die Schrotflinte? Womit kombiniert die eigentlich? Ah Die Schrotflinte Die ist gut Die kombiniert noch mit Mit den Ei Verdammt Ne Die können wir uns nicht leisten Schade Schade drum Okay Gut Die Frage ist Kaufen wir uns noch Konserven? Achso Ich könnte das gegen das Gewehr tauschen Ja Das ist ein guter Hinweis Das könnten wir probieren Ja Das ist eine gute Idee Das ist eine sehr gute Idee Das ist mit Sicherheit Die bessere Waffe Hervorragende Idee Quatsch Jetzt habe ich aber das Falsche gewählt Das Ding Oh mein Gott Das wäre ja was geworden Okay Gut Damit bin ich zufrieden Der Chat hat es auch gerade gesehen Aber ich glaube Jetzt ist es gut Ja Das ist die falsche Ja Los Leute Dann Handeln wir das Oder Ist er noch irgendwie scharf Auf irgendwas Besonderes Weil die Konserven Würde ich im Zweifel Auch noch mitnehmen Aber Ne Gut Alles klar Ich glaube jetzt haben wir die richtige Dann Angreifen Können wir ihn auch noch Ich weiß nicht was das noch bringt Einheit verkaufen Keine Ahnung Wir verlassen ihn So Wir können aufleveln Ah sehr schön Wir können sie direkt Auf Backstermumstufe bringen Blaue Würfel sogar Ist ja wunderbar Perfekto Okay Und wir können wieder reiten So Scheiß auf den Händler Ist doch alles bestens Okay So Weiter Wir müssen Diese blöden Siegel finden Das ist ja nun mal Das Wichtigste Aber wenn man die Pyramide gefunden hat Dann werden einem die Siegel Auch offenbart Wieso sind wir überladen? Äh? Hä? Ach weil der so eine Tragekraft hat Ach so Ach der Ah Okay Ja gut Dann geht es eben nicht Ist aber auch nicht so schlimm Gut Lasst uns Ja Nehmen wir jetzt immer Alkohol erstmal Ich will jetzt erstmal Ein bisschen wegkommen Um dann glaube ich mal Das Lager zu nutzen Ah Das ist irgendwie doof Da kommen wir nicht rüber Wir müssen da oben lang Ich glaube hier ist der Weg Oder wir gehen erstmal hier lang Ja Ja wir kommen unter diese blöde Grenze Das ist so ein bisschen das Thema Ich trinke nochmal Alkohol Und dann gehen wir ein Stück Und dann schlagen wir unser Zelt auf Bis hier kommen wir Mit 49 genau auf 30 Okay das ist ein verdammt weiter Weg Den wir gehen müssen Gut Hilft nichts Wir müssen campen Schlechte Träume So wie ist Tims Loyalität 2 Na mal sehen Lager abbrechen Weiter So dann gehen wir würde ich sagen Hier hin Macheten haben wir auch nicht mehr viele Gehen wir den Weg Neuer Steinkreis Ruinen haben wir enthüllt Rastplätze Höhlen Interessieren uns nicht mehr Dann mach ich mal Rastplätze Achso verdammt Ah Die Loyalität Dann hätte ich denken müssen Dann hätte ich denken müssen Da hinten ist ein Rastplatz Na vielen Dank Jetzt haben wir ein Loyalitätsproblem Wir dürfen nichts mehr Ja Jagen Tja Leute Was ist unsere Richtung Zeit ist sowieso jetzt nicht relevant Da ist ein Eine Triceratops Herde Keine Ahnung wie gefährlich die sind 32 34 Ich gehe mal bis hier Der will seinen Schnaps haben Da haben wir einen Händler Oh und da haben wir ein erstes Siegel Das ist ja super Der Händler könnte uns vielleicht helfen Bei diesem Loyalitätsproblem Manchmal gibt es da ja was Gutes Die Frage ist Hm Also Zeit ist ja jetzt Spielt ja jetzt keine Rolle mehr oder Zeit können wir abhaken oder Weil dann würde ich nämlich jetzt Eigentlich nochmal rasten Oder was meint ihr Rasten oder Weiter gehen Und erstmal zum Händler gucken Also die Frage ist eigentlich Haben wir die Zeit abgeschrieben oder Ist die Zeit noch Ein Thema Bin mir nicht ganz sicher Jagen statt rasten Ich weiß nicht Können wir mit dem umgehen Ich habe keine Ahnung Ob wir mit diesen Tieren da umgehen können Okay Ihr würdet die Zeit nicht abschreiben Na gut Dann aktiviere ich jetzt Also das Problem ist Ich weiß nicht Ob die Tiere krass sind Wir aktivieren jetzt erstmal das Siegel Und Dann Trinke ich ein bisschen Gehe dann erstmal hier zum Händler Was haben wir da Raptornester Ah Sehr schön Schmuck Hervorragend Darauf habe ich ein bisschen gehofft Okay Worauf ist der Händler scharf Gibt es irgendwas was der ganz toll findet Im Moment können wir eigentlich nur Noch unsere Tierzähne nehmen Ich glaube die handeln wir auch komplett raus jetzt Ich denke wir werden Den Schmuck mindestens zweimal nehmen Die Macheten sind auch schon alle Also wenn Zeit noch eine Rolle spielt Wobei wir können auch Seile gegen Macheten tauschen Das geht auch vielleicht Ein bisschen Ach Tim ist auch Algi Achso Tim ist auch Algi Achso und ich habe noch Verbandzeug Stimmt Tim ist auch Algi Das habe ich gar nicht gecheckt Na dann ist ja gut Dann brauchen wir ja nur Whisky Da habt ihr absolut recht Whisky stack bis 20 Dann ist das Loyalitätsthema ja durch Dann können wir tatsächlich hier auch noch Das tauschen Okay dann nehme ich auch hier alle Macheten mit Die ich kriegen kann Dann tauschen wir nämlich das noch komplett mal weg 14 das sollte reichen Gut Okay Alles klar Dann ist das in Ordnung so Dann Spielen wir nicht auf Zeit So jetzt ist die Frage Ähm Raptornest Bringt das Bringt das irgendwie Ruhm Wenn wir da was mitbringen Ich glaube da kann man dieses Ei nehmen Aber ich weiß nicht ob man das abgeben kann Aber ich glaube ja Bringt alles Ruhm Ich glaube wenn man das Raptornest plündert Dann kommen auch Raptoren Soweit ich weiß Ah Schokolade Das ist auch gut Und die Ballons Die sind glaube ich auch nicht schlecht Nehmen wir mit So da haben wir jetzt Raptoren Und die müssen wir jetzt angreifen Drei Raptoren Mit unseren Mit unserer neuen Schrotflinte Die Frage ist aber Wir haben ziemlich viel Äh Dynamit Ich denke das können wir auch mal Ins Spiel bringen Wie war das nochmal Mit Ne Mit dem hier Machen wir einen mehrfachen Angriff So Dann sind Ist die eine Waffe gelaufen Dann können wir Einen meisterhaften Schuss machen Dann ist das Ding schon erledigt Das gibt nur ein Schild Wo ist denn die andere Waffe jetzt eigentlich hin? Ach hier Die gilt glaube ich Warte mal Das muss ich mir mal kurz angucken Schrotflinte Ist am besten Mit dem Und Einem Laufenden Ja Ich meinte Puh Gönnen wir uns hier ein Schild Bin mir nicht sicher Ob da noch was Sinnvolles Bei rauskommt Gut Das heißt Wir sichern Einen von denen Und würfeln nochmal neu Mehrfachangriff Ist das sogar Da gibt es noch einen besseren Mit Wartet Mit dem Laufenden Noch Also da haben wir noch eine gewisse Chance Das müssen wir noch nicht gleich machen Machen vielleicht erstmal die anderen Ja Provozieren Aber leider Bringen die anderen Nichts mehr Dann spare ich das erstmal auf Und gucke nochmal Pech gehabt Ärgerlich Das ist jetzt bitter Wenn wir das noch kriegen Dann Haben wir einen 5er Multi-Attack Aber das nützt uns eigentlich jetzt auch nicht Wir stehen jetzt nicht so gut da Wir stehen jetzt nicht so gut da Wir könnten Wartet mal Dynamit Mit Wir brauchen das Gehirn Nicht Den Blick Wir könnten nochmal Dynamit machen Dann würden wir uns selbst verletzen Bin mir nicht sicher Ob das so klug ist Aber wir haben ja Heilung ohne Ende Eigentlich kann da ja nichts passieren Ah Ne kann ich gar nicht Ich kann nur einmal Dynamit reinbringen Okay Na gut Dann Na haben wir zumindest das Schrotflinten-Massaker Der Rest bringt nichts mehr Okay Wow Na mal gucken Die machen uns ordentlich Schaden Der Hund ist raus Aber jetzt sollten wir das hinkriegen Okay Okay Das bringt auf jeden Fall Ruhm Und Essen So Leichte Verletzungen Auf unserer Seite Ich würde mal sagen Wir kochen erstmal Ups Und Essen Ja das ist auch gut So Da haben wir eine Höhle Da kommen wir nicht rein Wo sind die anderen Siegel Beziehungsweise Wo gehen wir lang Und ich weiß nicht Ob man diesen Triceratops Ob man den angreifen sollte Vermutlich müssen wir aber hier lang Oder hier durch Oder hier geht es auch Natürlich noch Ah das könnte beim Vulkan Könnte auch was sein Ich mach mal diesen Ballon Ehrlich gesagt Ich weiß nicht genau wie der Ah Da sehen wir wo Es gibt doch einen Schrein Leute Es gibt doch einen Schrein Gut zu wissen So So Gut Wir gehen glaube ich Hier haben wir einen Säbelzahntiger Und Raptoren Ja Ich weiß nicht Wie gefährlich die sind Gibt es hier Tiere Die wir nicht besiegen können Habt ihr Erfahrungen In der Hinsicht So Entzündete Wunde Okay Leute Die Pyramide ist nicht Im Osten Das stimmt Allerdings müssen wir eh Die Siegel öffnen So Wir müssen jetzt die Kämpfe Führen Hilft nichts Starten wir mit den Raptoren Eieiei Drei Raptoren Wir brauchen Wir können nur einmal Dynamit einsetzen Haben wir gelernt Mit dem Gehirn Mit dem Gehirn Bringt uns das Vier Schaden So Dann können wir das schon mal nehmen Obwohl Ne warte mal Da kriegen wir auch noch Das ist wichtig Da kriegen wir noch was anderes Wir haben kein Auge Im Moment Dann machen wir die anderen Geschichten Das kannst du von mir aus Machen Wir brauchen Oh das ist jetzt komplex Leute Ne das brauchen wir Von mir aus nehmen wir ein Schild mit Ja wir brauchen auf jeden Fall Den müssen wir aufbewahren Für Das Ding Den müssen wir aufbewahren Und hier brauchen wir neue Würfe Neue bessere Würfe Mhm Das ist schon mal gut Halt Ne Ah Da brauchen wir noch Den anderen Für Wenn wir das volle Programm Haben wollen Hier haben wir leider kein Auge geworfen Das ist ärgerlich Sehr ärgerlich sogar Ich hoffe ja immer noch Auf ein bisschen mehr Gut also wir bewahren das auf Wir bewahren das auf Wir bewahren Das auf Und hoffen hier Auf dem Auge Da auf dem Auge Da auf den Läufer Und da auch auf dem Auge Ja Das sieht doch schon mal Gut aus Das heißt Wir gehen damit mal raus Und damit rein Hervorragend Ja Jetzt Haben wir natürlich Einen guten Einzelschuss Der uns aber nicht viel hilft Ehrlich gesagt Egal Töten wir einen Da machen wir leider nur Zwei Schaden Das können wir glaube ich Auch nicht verbessern hier Das kann man nicht kombinieren Ne Schade 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 Geht aber noch Würde ich mal so sagen Ach ich hab wieder einmal Oh ich Idiot Da muss ich echt aufpassen So Schaden Schaden zwei Schaden vier Töten wir den Gott sei Dank Nicht in einem Schlimmen Moment Warte mal Hier gibt es doch irgendwie noch Umwerfen Treten Okay erledigt So Jetzt Müssen wir mal gucken Wir müssen Möglicherweise heilen Beziehungsweise wir kochen Erstmal Wir müssen den zweiten Kampf auch durchziehen Oder Hilft nichts Die Giftwolke im Norden Ist ein gutes Zeichen Für ein Siegel Ja stimmt Richtig Da müssen wir hin So wie ist das eigentlich Wenn man das nimmt Werden dann nur die Wunden geheilt Oder geht dann auch die Lebenskraft Wieder da Aufsatteln Können wir nicht Ach doch können wir ja Stimmt Alle vorher heilen Okay das wird teuer Louis heilen Sind die komplett geheilt dann Ah ja Super Ja gut Dann Angreifen würde ich sagen Hilft nichts Wir müssen es durchziehen Einer Einer ist doch kein Problem Mit einem kommen wir klar Da brauchen wir auch kein Logischerweise Kein Dynamit Mit einem kommen wir klar Und Ah Wir haben schon zwei Augen Das ist schon mal gut Zwei Augen ist gut Der Rest ist scheiße Das Schild Können wir nehmen Aber die Augen bewahren wir uns auf Das bewahren wir uns auf Und dann rollen wir nochmal Und dann haben wir Jawohl Da haben wir schon mal Einen meisterlichen Schuss Wir haben Schrotflinte Geht das auch noch besser Point Blank Mit Laufen Okay Also brauchen wir doch Laufen Wenn wir einen Einzelschuss haben Das ist hervorragend Dann bewahren wir die Schrotflinte auf Oder was gibt das hier noch Ah Das ist auch nicht schlecht Aber ich Gehe lieber auf den Point Blank Nimm aber hier einfach mal Schild noch mit Bewahren wir das auf Und hoffe hier auf mehr Ne Wir haben nicht Laufen bekommen Hmm Hier könnten wir auch nochmal Laufen kriegen Das alles hilft uns nicht Ich will Laufen haben Leute Ein Wurf haben wir Nein Das kann doch nicht wahr sein Naja Ist egal Na egal ist es nicht Gibt es noch was besseres Präzise Angriff Ist identisch Ne Beziehungsweise es war tatsächlich besser Ja Ah nein Einer fehlt Wir haben keine Würfe mehr Haha Oh Mann Ey Mann 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 Das ist ärgerlich Kriegt noch einen Schaden Ja Na gut Das ist es Oh ich hab schon wieder gerollt Ey Ich wollte sagen immer nur beim zweiten Mal Gut Den haben wir auch Gekriegt Nehmen wir uns mit So Wir kochen Wir steigen ab Wir sind zweimal überladen Ich denke wir werden den Wetterballon eröffnen Da haben wir was gesehen So Jetzt müssen wir was abwerfen Die beiden Macheten Die werden wir sowieso demnächst verlieren Die Zähne Oh ja Die bringen Ruhe So Leute Kopfschluss Hab ich nicht gesehen Tja Was werfen wir weg Ich würde sagen Wir werfen die Tierzähne weg Wir werden hier eh nicht mehr groß Handel treiben Hauen wir das weg Ach ne Wir sind zwei Wir sind zwei Ne Quatsch So Dann Essen wir Wie sieht die Loyalität aus Maximum Max Naja Hier fehlt Können wir durchaus mal Wieder einen Whisky trinken Ja Sehr gut Und dann marschieren wir hier oben hin Ach ne Wir sind immer noch überladen Wieso sind wir immer noch überladen Ach so Die wiegen nichts Ja Scheiße Die Feder Ach Die wiegen nichts Verdammt Richtig Deswegen sind wir auch immer noch überladen Tja ja Ja dann die Macheten Ärgerlich 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 Leute Ja Da ist es So Gaswolke Sechs Tage Kommt die jetzt zu uns Könnte sein Reisetage 2 Ich würde mal sagen Wir riskieren nichts Gehen hier einmal wieder zurück Warten bis die weg sind Vier Tage übrig Warten einmal Okay Dann ist das soweit Was ist das da noch? Ein Sklaventreiber Mit dem können wir wieder Schön handeln So das ist erst mal Das zweite Siegel Okay Ja also Wir können davon ausgehen Dass möglicherweise Die hier ist Die Frage ist Wo ist das nächste Siegel? Was meint ihr? Sollen wir jetzt den Süden weiter erkunden? Whisky Fleisch Ich denke mal Wir schauen erst mal Beim Sklaventreiber Vorbei Da können wir Der hatte das letzte Mal Auch irgendwelche Ruhmsachen Oh Loyalität verschlechtert sich Da ist ein Dorf Was ist denn jetzt schon wieder los? Entzündete Wunde Okay Das ist kein Problem Wir müssen ein bisschen Loyalitätsmanagement betreiben Vier Vier Drei Vier Ist kein Problem Gut dann erst mal heilen Verlassen Sklavenlager betreten Handeln So was hat er? Er hat Eigentlich Nix Dolles Gibt es irgendwas Was wir verkaufen sollten? An dieser Situation Tierzähne Könnten wir noch verkaufen Wasserration Wäre vielleicht ganz gut Verbandskästen Meint ihr? Ja Es könnte vielleicht Tatsächlich noch mal knapp werden Das stimmt Dann tauschen wir Tierzähne gegen Verbandskästen Würde ich sagen Ruhm bringt hier glaube ich Gornix Was er hat Okay Nehmen wir nochmal drei neue Verbandskästen Und Machen das so Ja aber Verbandskästen Also das geht relativ schnell Haben wir gesehen Insofern Ich meinte Die bringt zwei Ja das kann natürlich auch nochmal entscheidend sein Ich gebe es zu Ich hoffe Wenn es nachher an zwei Ruhm hängt Oder so Dann ist es natürlich eine Katastrophe Okay Ziehen wir den Handel durch Verlassen wir den Ort Und Gehen zum Dorf Obwohl Lohnt es sich überhaupt zum Dorf zu gehen Bei minus 10 Ne da lohnt es sich doch nicht zum Dorf zu gehen Ne Das ist Quatsch Das sieht nach Siegel aus Leute Das sieht nach Siegel aus Ne Verdammt Steinkreis Höhlen Ja gut Wir enthüllen noch mehr Dörfer Aber das Nein Tim Verdammt Schon wieder Vergessen So Leute Jetzt ist die große Frage Jetzt kommt es drauf an Tim braucht mal glaube ich ein bisschen Ein bisschen was Oh ja Tim braucht mal ein bisschen Eikoglu Dann ist er wieder bei Laune Wo Gehen wir jetzt hin Also das mit dem Kompass Das hat sich schon wieder Ganz schön Unterschiedlich eingependelt Wo könnte das Siegel sein Die Eingeborenen sind schon Total sauer Tja Gehen wir jetzt weiter in den Süden Ich meine wir sind hier Hier ist noch eine Menge Holz Hier unten Ja ich denke auch wir müssen Wir müssen den Süden weiter absuchen Um Gewissheit zu bekommen Das glaube ich auch Hier kommen wir nicht durch Das heißt es geht nur hier weiter Und wenn es da nicht weiter geht Dann sind wir sicher Dass das das Ende ist Aber es Das ist Das könnte ein Siegel sein Da kommen wir aber Wenn dann nur hier durch Okay Hier ist wieder ein Vogel Den wir bekämpfen sollten Vermute ich mal Komm Tim Nimm mal ein bisschen Fisky Marschieren wir rüber zum Vogel Oder Unten rechts Wasserfall Also ich tippe Das könnte das Siegel sein Oder Ja Den Vogel brauchen wir Zwei 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 So Sie haben 14 Wir brauchen Augen Und das ist auch gut Hier könnte noch ein Auge kommen Das heißt dann gehe ich erstmal mit den Geschichten rein Was ist nochmal diese komische Headshot gibt es auch Was ist dieser Kopfstoß Das weiß ich immer nicht Egal ich mach das jetzt So Also das müssen wir behalten Das müssen wir behalten Das müssen wir behalten Das müssen wir behalten Und Für Ja Genau Das ist schon mal hervorragend Wartet Wir nehmen das raus Wir nehmen das raus Wir nehmen das rein Und Haben ein schönes Schrotflintenmassaker Das ist auch gut Okay Einer ist noch über Hier werden wir vermutlich Nicht mehr viel rauskriegen Nein Ja Okay Gut So Das müssen wir aufbewahren Wartet Das kriegen wir noch besser hin Das ist aber auch geil Dann bewahren wir das mal auf Das Das Und das Schrotflinte Mit Laufen Okay Gut So Dann Sind wir überladen Achso Verdammt Ich wollte kochen Okay Leute Wir sind Überladen Wir brauchen jetzt hier Erstmal kein Wasser Wasser brauchen wir da hinten Die Frage ist Ob wir Wasser wegschmeißen Weiß nicht wie ihr das seht Oder Was könnte man noch Wegschmeißen Eigentlich nur Wasser Das bringt sich alles um Drum wollen wir haben Ja Ich denke Wasser kommt weg So Jetzt wollen wir hoffen Dass wir hier rankommen Nein das ist eine Höhle Leute Es ist eine Höhle Das könnte das Siegel sein Da können wir uns nur Reinspringen Oder das ist auch eine Höhle Kann überhaupt ein Siegel Auf dem Berg sein Den Sextanten Aufdeckungsdistanz Könnte noch helfen Tja Leute Das ist so bitter Es geht hier noch immer weiter Also Wir haben jetzt noch Vier Dynamit Die Frage ist Sprengen wir uns da rein Okay Ein Siegel wird nicht Auf dem Berg sein Gut Hier könnte es sein Hier Das ist der Punkt Dazu müssen Ja Wie kommen wir da hin Hier ist es Ja Das ist der Siegel Das ist das Siegel Wir haben es Was kommt denn jetzt Achso Blutung Okay das Siegel ist da Leute Ich glaube Der arme Louis Wir nähern uns der Sache Okay So hier ist das Ding Wir kommen hier ran Wie sieht Loyalität aus 3 3 3 Wir nehmen mal ein Whisky Den nächsten Alkoholiker Ist jetzt auch egal Das Problem ist Wir müssen auf Auf den Vulkan achten Jetzt ist die Frage Ah ich gehe erstmal hin Ich kann ja Den immer noch Abbrechen Wenn er ausbricht Okay Ein Raptor ist auch noch Gleich dabei Außerdem Gibt es hier Irgendwie eine Abkürzung Jetzt ist die Frage Riskieren wir es jetzt Da rein zu laufen Boah Das ist ja verdammt Puh Ich kann die aktiven Vulkane sprengen Ran und weg Sagt ihr Naja Es ist halt die Frage Was der Raptor macht Kämpft man erst Achso Warte mal Ich kann ja hier hingehen Okay Aktivieren wir das Ding Erstmal So Sehr schön Und wir wissen jetzt Wo die Pyramide ist Da oben Da müssen wir jetzt noch hin Da müssen wir noch hin Und dann natürlich noch zurück Und ich fürchte Wir müssen auch Diesen verdammten Raptor Jetzt erstmal angreifen Ist jemand irgendwie noch Hier verletzt Tim 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 ist verletzt Aber nicht so schwer Aber Gott Wir haben so viel Leute Wir heilen Tim jetzt Drei Gut Das ist nicht gut Das allerdings ist gut Okay Gut Das bewahren wir uns auf Das bewahren wir uns auf Das bewahren wir uns auf Was ist hier noch Achso Ne Das ist das Das kann dann gewürfelt werden Ja Okay Hervorragend Ah toll Kriegen die noch Kriegen die noch Ihre Angriffe Na gut Nein 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 Okay. Gut, Leute. Eins muss weg, leider. Jetzt geht es wohin. Das ist die große Frage. Jetzt geht es wohin? Direkt zur Pyramide? Ich denke, ja. Welchen Weg gehen wir am besten? Hier kommen wir nicht durch. Wir könnten hier ziemlich abkürzen, wenn wir hier ein Berg springen. Ich denke, am Wasser... Man weiß nicht, ob hier am Wasser... Na, wir gucken mal. Vielleicht kommt man hier am Wasser weiter. Das kann hinkommen. Vielleicht kommt man da durch. Nee, kommt man nicht. Dann würde ich sagen, sprengen wir einfach uns den Berg hier weg. Entzündete Wunde muss behandelt werden. Gut. So. Dann kommt der Berg weg. Okay. Dann, wie sieht es aus mit den Loyalitäten? Vier, drei, vier, okay. Whisky ist noch nicht nötig. Ich esse mal ein bisschen Schokolade auf. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Richtung. Vielleicht führen wir hier noch einen Kampf. Mal gucken. Da haben wir noch Raptoren. Oder? Tja, Leute. Machen wir weiter Kämpfe? Ja, ne? Ich denke, wir machen weiter Kämpfe, oder? Aufsatteln. Ach so, aber erstmal reinlaufen. Angriff, sagt ihr. Ja, wie läuft man am besten rein? Ah, ich hasse es, wenn der da abhaut. Hm. Nächste entzündete Wunde. Ist er eigentlich angeschlagen? Ne, mit 21 brauchen wir ihn nicht heilen. Das ist okay. Gut. Ja. Laufen da ein bisschen weiter rein. Jetzt können wir es. So, jetzt bitte reiten und Raptoren angreifen. Drei Stück kennen wir schon. Wir haben nur noch zwei Dynamit. Okay, nehmen wir das gleich. Machen wir schon geplante Explosion. So, dann, oh ja, das läuft gut, Leute. Das läuft gut. Flink-Massaker hinterher. Ein gezielter Schuss hinterher. Und ein bisschen, gibt es hier irgendwie noch was Schickeres? Ein bisschen Verteidigung noch hinterher. Ein bisschen provozieren. Und wir kriegen wieder, oh nee, tatsächlich, hier ist ja noch was. Wachposten. Ja, okay. Ja, natürlich sechs, sechs Treffer werden wir noch. Aber das ist kein Ding. So. Wartet, 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 wartet. Genau. Okay. Wollte, die Raptoren-Fälle, die werden uns am Ende irgendwie den Arsch retten. Behaupte ich mal. Wir kochen. Wir essen. Ach so, verdammt, ich sollte Schokolade essen. Ah, ich hab's verkackt. So, die zwei Schokolade, die schmeiß ich jetzt weg. Das war nicht optimal. Und jetzt begeben wir uns hier, ja, begeben wir uns erstmal direkt, zur Pyramide, ne? Mal gucken, was passiert. Ist echt schon vier Urlaub, oder was? Oh Gott, Leute, wir sind da verrückt. Oh, Loyalität. Äh, warte mal. Ist aber noch auf zwei. Okay. Gut, dann trinke ich jetzt mal ein bisschen, Ski. Loyalität auf vier, drei, drei, okay, alles klar. Gut, ja, Leute, dann würde ich sagen, erst einmal hier die Pyramide klar machen. so, das haben wir. Und jetzt müssen wir noch zum Schiff zurück und auf dem Weg dahin noch möglichst viel abgreifen. Und die Frage ist, was möglichst viel ist. ich würde sagen, wir nehmen noch mal die Kämpfe mit und das war's, oder? Habt ihr eine bessere Idee? ich würde jetzt hier noch mal runterlaufen und dann die Kämpfe noch machen. so, so, Puh. Also, hat noch jemand eine Idee? Was da links bei mir ist, das ist ein Dorf. Die sind aber minus zehn, also können wir jetzt irgendwie nichts machen. gut, dann gehen wir jetzt los. Da ist sogar noch ein Fragezeichen. Was ist das noch? Eine Schamanenhütte. Ja, wer weiß, vielleicht hat der auch noch was. War das hier los jetzt? Nun komm, blende dich ein. Was, was, was hast du hier? Ah, entzündete Wunde. Gott sei Dank haben wir noch achtmal Medizin. Okay. Ja, Schamanenhütte. Gucken wir auf jeden Fall vorbei. Ein Seelenritual. Macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn mehr. So, gibt es noch irgendwas, was hier Ruhm bringt? Speer, Totemstab, grüner Pilz, grüner Pilz, lila Pilz, Sichtweite, Wasserabfluss, fruchtbare Länder, Quelle. Nee, also es bringt jetzt kein Ruhm mehr ein, hier irgendwas zu kaufen. Jetzt kann die Seile loswerden. Ja, das stimmt, die Seile kann ich loswerden. Das Einzige, was vielleicht noch ganz cool wäre, ist der Pilz, der Tragekapazität bringt. Vielleicht hilft uns das ja noch. Rote Pilze. Könnte man auch mitnehmen, ja, zur Sicherheit. Wer weiß, was noch passiert. Ich glaube, ich nehme einmal das mit und ich weiß gar nicht, wie, wie lange reicht das? Bin mir nicht sicher. rote Pilze nehme ich auch mit, das ist eine gute Idee und der Rest bleibt, glaube ich, so. Und den, den esse ich gleich. Der Blaue bringt Sichtweite. Ja, da müssten wir jetzt noch irgendwas anderes verkaufen, aber wir könnten noch einmal Kletterausrüstung verkaufen. Gut, dann ziehen wir das so durch. Handeln das, verlassen den Ort, essen den Blauen Pilz. Haben jetzt noch eine Mega-Sichtweite, die uns jetzt im Moment auch nicht mehr viel bringt. Essen, wo ist ein anderer Pilz jetzt hin? Da. Okay, Stärkegefühl. Wie lange hält das? Vier Reisen lang. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier rein. Was ist das nochmal? Ein Sklaventreiber. Ich weiß nicht. Kann der noch irgendwas uns helfen? Wir essen das Zeug erstmal auf. Fühlen uns gut dabei. Laufen dem Vogel entgegen. Loyalität hat sich verschlechtet. Ja. Na, damit wenn ich es nachher nicht vergesse, trinke ich mal. Und jetzt greifen wir nochmal an. Hoi, 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 das letzte Mal Dynamit. Ich hoffe, jetzt passiert nicht noch was Dramatisches. Okay. Also, das nehmen wir. Das und das. Explosion. So, wir haben nicht unseren Supermehrfachschuss. Wir haben nicht zweimal Auge. Das heißt, wir machen erstmal unsere Schilde. Und werden das, das, das und das aufbewahren und dann würfeln. Das heißt, jetzt haben wir aber unseren Supermehrfachschuss. Und wir haben unser Auge. Supermehrfachschuss. Supermehrfachschuss. Okay. Gut. Alles nehmen. Rohes Fleisch. Kochen. Essen. Wie geht's uns? Geht's irgendeinem nicht gut? Ja, unseren Rum. Den können wir eigentlich gleich mal heilen. Wir gehen ja gleich in den nächsten Kampf. War beim Sklaventreiber noch irgendwas Interessantes? Wir gucken nochmal da kurz vorbei. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Hat der noch irgendwas, was Ruhm bringt? Ach, der hat unsere Tierzähne. Haha. Die bringen auch nochmal 30 Ruhm. Ähm. Ja, klar. Ich würde sagen, die kaufen wir ihm zurück, oder? Jetzt wollen wir auf Nummer sicher gehen. Jetzt können wir den Sextanten verkaufen. Der bringt aber nichts mehr. Was können wir ihm jetzt noch verkaufen, Leute? Wir könnten... Ach nee. Hm. Wartet mal. Was können wir ihm noch verkaufen? Die Pflinten brauchen wir noch. Essen haben wir ziemlich viel. Bringt nicht mehr so viel. Kletterausrüstung könnten wir verkaufen. Und... Ach. Das Zelt. Die Macheten könnten wir auch verkaufen. Haben wir noch Macheten? Na, das stimmt. Wir haben genug Nahrung. Und dann nehmen wir noch einmal Essen mit drauf. Okay. Gut. Verlassen wir den Ort und kämpfen uns weiter zu unserem Schiff durch. Oh, Leute. Das ist so ein... Nein! Doch. Alles gut. Aber der Vulkan bricht aus. Vogel angreifen. Wir haben kein Dynamit mehr. Könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Vielleicht. Ich hoffe nicht. So, das reicht nicht. Wir brauchen zwei Augen. Haben wir auch nicht. Dann müssen wir gucken. Ist alles irgendwie doof. Das müssen wir aufbewahren. Das müssen wir aufbewahren. Das müssen wir aufbewahren. Das müssen wir aufbewahren. Der Rest muss neu gerollt werden. Das war nix. Okay. Wir haben aber leider immer nur noch ein Auge. Wenn man jetzt noch ein bisschen stabile Positionen Wir brauchen noch... Ah, die haben auch 13. Eigentlich könnten wir den noch gut gebrauchen. Ich bewahre den noch mal auf. Ich riskiere es mal. Muss doch möglich sein, hier noch das Auge zu kriegen. Ja, sehr gut. Dann können wir hier noch den Tod machen. Hervorragend. Okay. Gut. Das sieht gut aus, Leute. Nee, das brauchen wir nicht. Wir haben keine zwei Augen. Was kriegen wir hier mit? Einen geplanten Schuss. Nee, jetzt wollen wir mal nicht übermütig werden. Dann machen wir das nicht. Dann machen wir erst mal wieder Defensive. Okay. Dann müssen wir aufbewahren. Das. 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 So. Einer ist noch übrig. Okay. Huh. Riesiges Hähnchenschnitzel. Alles nehmen. So. Dann werden wir wieder kochen. Ich war nicht aufgesessen. Okay, Leute. Der Weg ist nicht mehr weit. Wollen wir noch den Säbelzahntee gerne nehmen als Abschluss? Oder wollen wir jetzt nach Hause marschieren? Ach so, das Problem ist der scheiß Vulkan. Der kann noch richtig böse werden. Reiten ist möglich. Definitiv. Reiten. Ah nee. Ein Inventar. Aber Leute. Warte mal. Wir können hier den Pilz nehmen. Um unsere Leute zu heilen. Und dann können wir reiten. Jetzt hat der Koch noch irgendwie eine Krankheit. Angst vor Schmetterlingen. Ich habe kein Dynamit. Ja. Play safe, sagt ihr. Dann spielen wir safe und gehen ohne Wasser und so weiter hier weg. Das Feuer kommt und verbrennt den Säbelzahntiger. Oh, ich bin überladen. Wieso bin ich plötzlich überladen? Ach, weil der Pilz nicht mehr wirkt. Egal. Wie sieht die Loyalität aus? Jetzt kein Scheiß mehr machen. Gut, sieht's ja aus. 47. Wir müssen eigentlich direkt durchkommen. Oh, Leute. Komm, wir trinken nochmal Whisky. Wir trinken nochmal Whisky. Oh, weite. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Puh. Mir wird Ruhm vom Säbelzahntiger fehlen. So, Leute. Es ist soweit. Wir kehren zurück. Oh, mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Wir sind sogar Dritter geworden. Unfassbar. Oh, mein Gott. So. So. Noch weiter. Das war's. Oh mein Gott, meine Güte. Oh mein Gott, meine Güte. Alter Falter. Alter Falter. Der erste Platinbilderrahm, vermutlich auch der letzte. Es ist unglaublich. Krass. So lieber Chat, ohne euch hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Oh mein Gott. Scheiße. Halb fünf. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Frederick Courtney Silas kehrte voller Triumph zu seiner Familie zurück. Nachdem ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde, genoss er ein erfolgreiches Leben in dem Wissen, dass zukünftige Generationen ihm Anerkennung zollen würden. Nach der Rückkehr nach England reiste Pierre Maleku durch die gesamte westliche Welt und hielt Vorlesungen über sein berühmtes Abenteuer. Ein königlicher Zeppelin wurde nach ihm benannt. Er erreichte trotz der Liebe zum Alkohol ein hohes Alter. Tim Timster kehrte nach Hause zurück und geriet nach einer kurzen Periode des Hooms in Vergessenheit. Er erlangte zweifelhafte Berühmtheit, als er sich hinter seinem Haus ein Habitat für die Tiger einrichtete, die er von einer Reise mitgeführt hatte. Im Alter wurde er von wiederkehrenden Albträumen über eine vergessene mysteriöse Pyramide geplagt. Er verschwand ohne jede Spur. Und Quatufexo kehrte nach Hause zurück und führte ein abgeschiedenes Leben. Nach einigen Jahren veröffentlichte sie ihre Memoiren, deren großer Erfolg ihr komfortables Leben bescherte. Expedition hatte ihr eine neue Perspektive auf die Kostbarkeit des Lebens verschafft und so bemühte sie sich, jeden Tag so gewissenhaft wie möglich zu verbringen. Sie führte ein langes und ruhiges Leben und starb in der Anwesenheit ihrer Enkel. Oh Leute, wie geil war das denn? Oh mein Gott, ich hätte es nicht erwartet. Und ich war nicht einmal auf Toilette, das stimmt. Oha Leute, es ist so großartig, dass ihr so lange dabei wart und gewissermaßen motiviert habt. Das ist ja so wichtig. So Leute, jetzt gucken wir uns aber das Wichtigste an. Der Platinrahmen! Oh mein Gott, ich habe ihn noch nie gesehen und jetzt ist er da. Wir haben es geschafft. Musik Musik Musik